der Ralf Schal von mindestens zwei der Porsche aufgeschnuppt werden. Ja, und ich rechte mit einem Frontalangriff von Heiko Hammel und Andreas Gülden, wer immer von den beiden hier aktuell unterwegs ist. Die werden sich aus der vierten Startreihe nach vorne katapultieren. Das werden wir in der Anfangsbremsphase runter zur AMG Arena, zum Yokohama S definitiv auch erleben. Und ich teile die Meinung, dass Porsche den Ausgangs-Jokohama S dann die Nase vorne haben wird, ob mit Althoff, ob Griesemann oder ob Busch, wie auch immer, dann hier die erste Attacke reitet. Führungsfahrzeug. Ich bin mir fast schon sicher, dass der Gülden den Start fährt. Wenn nicht, hätte Eminem schon eine WhatsApp geschrieben, dass der Hammel fährt. Ja, Gülden im letzten Jahr den absolut emotionalsten Sieg in der Geschichte der 24-Stunden-Classic herausgefahren. Das Rennen gibt es im Übrigen mit ein paar Unterbrechungen seit dem Jahre 1993 mit der Youngtimer-Trophy, die ihren ersten Auftritt hier in der Heifel zur damaligen Zeit hatte. Alle Hanschnock und Egon Meurer haben die Youngtimer-Trophy gegründet. Das Feld kommt über Kürze über die Start- und Ziellinie. Man schaut auf die noch rot geschaltete Ampel. Es ist Ralf Schall, der das Starttempo vorgeben wird. Und jetzt wird in Kürze durchbeschleunigt. Grün ist gegeben und sofort kommt von Griesemann die Attacke. Busch probiert es auch. Und soviert nebeneinander geht es runter zur Anbremsphase der AMG Arena. Dann ins Yokohama S hinein. Wie wird das Ganze unten ausgehen? Der Kümmerling Porsche hat die Nase vorne. Busch auf der Außenseite. Aber innen, da haben wir im Moment den Ralf Schall, der versucht gegenzuhalten. Und Olli, tritt deine oder meine Einschätzung ein, dass zwei Porsche-Ausgangs des Yokohama S die Nase vorne haben werden. Sehr sauber und geordnet kommt das Feld hier in den ersten Knick hinein. Und wir haben Busch, Busch auf eins. Dort, wo man ja in der Langstreckenmeisterschaft Nürburgring auch schon zwei Siege nach Hause fahren konnte. Und es werden die Attacken auch geritten, natürlich vom Kraftwalzen Porsche Otto Rensing, der ehemalige BMW Junior, der Porsche Carrera Pilot. Und natürlich auch dort in diesem Team dabei Michael Hess. Das ist das Fahrzeug in der weißen Lackierung mit dem gelben Streifen. Aber vorne kommt auch jetzt von Griesemann im Kümmerling Porsche Attacke auf den Mercedes, auf den Trainingsschnellsten. Ja, Olli, jetzt hat sich das Feld zum ersten Mal sortiert. Wir sehen auf vier Dr. Eddie Althoff. Genau. Es war abzusehen, dass die Porsche, die haben einfach mehr Qualme an der Kette, die sind einfach schneller. Ralf Schall konnte ein bisschen später bremsen, konnte deshalb noch eine Zeit lang Platz zwei zumindest innehalten. Aber einfach, die Porsche sind einfach PS stärker. Und deshalb muss man das akzeptieren. Jetzt kommt noch der Angriff von Althoff gegen Schall. Das wird jetzt spätestens rüber, diese lange Gerade in Richtung, ah, jetzt muss Althoff gegen Küker aufpassen. Ich wollte gerade sagen, Richtung Wedul-Schikane, da wird Schall die nächsten ein, zwei Plätze verlieren. Gleich auf der Nordschreife, da ist Schall definitiv besser sortiert, weil das Auto einfach ein bisschen wendiger ist. Und Schall natürlich auch einer der absoluten Fahrer der Extraklasse ist. Er fährt schon ein bisschen Kampflinie. Boah, schau mal, wie der Busch da das Ding in die Wedul-Schikane reinhaut. Schall, Mensch, sind die spektakulär. Olaf Mantei gegen Küke. Herrliche Bilder, die wir da sehen. Breuer auch schon wieder gut mit nach vorne gekommen. Das ist der 578er Porsche. Was machen die Simon-Brüder? Da war der Mark und Patrick noch ein Stück zurück. Und jetzt kommt der nächste Angriff von Althoff gegen Schall. Aber das lässt der Schall so auch nicht auf sich sitzen. Wird sich da wehren und da wird es bestimmt spannend werden, weil auch von hinten schon Olaf Mantei kam. Also ein fantastischer erster Eindruck der ersten Startgruppe. Unheimlich fair, muss man auch sagen. Trotzdem natürlich dem wahnsinnigen Prestige, was hier auf dieser Veranstaltung lastet. Nolte gegen die Spangenberg-Schütt- und Korte-Mannschaft. Opel gegen VW. Dort hinter dann haben wir auch Brauer und Schmieler. Brauer ist der zweimalige Meister der Cup- und Tourenwagen-Trophy. Jörg Schmieler war schon in der DTM unterwegs gewesen. Lange, lange Jahre ist es her. Kutras und Ross, das ist das Fahrzeug von unserem Blickwinkel gesehen. Den linken Seite der rot lackierte 13 unter der VW Polo RMS. Kutras und Ross, dort die Einsatzmannschaft. Und so kommt man jetzt hier nebeneinander. Sauber geordnet auf die Start- und Zielgerade und wartet dann auf die Startfreigabe. Das Feld dort hinter natürlich jetzt ein bisschen hektischer, ein bisschen schneller unterwegs. Man möchte nicht abreißen lassen. Das Feld kommt jetzt hier. Blick natürlich vom zweimaligen und adaptierenden Meister der Youngtimer-Trophy auf die noch rot geschaltete Ampel. In diesem Moment kommt das Lichtgrün. Der Start ist freigegeben. Und jetzt sucht einer das Seil in der Flucht. Und das ist unweigerlich. Michael Nolte, der kommt auch so gleich vom Feld weg. Und oh, da gibt es die ersten kleinen Lack-Austausche. Aber auch das ging sauber über die Bühne. Da gab es keine Probleme. Und jetzt kommt die Attacke vom VW Polo im Eingang zum Yokohama. Die Attacke wurde natürlich abgewehrt. Wir sehen mit der 140. Das ist eine Mannschaft von Achim Rossmann, der hier richtig Druck macht, um nach vorne zu kommen. Aber hier wurde das Ganze noch einmal abgefangen. Und jetzt blicken wir natürlich auch hier ins Mittelfeld dieser zweiten Startgruppe, dass ja alles hier sauber über die Bühne geht. Drei Rennstunden haben wir vor uns. Hier muss man nicht in der ersten Kurve alles riskieren. Hier hat natürlich der Vorrang sauber, in diesen Wertungslauf hineinzukommen. Kurve 6 ist absolviert. Es geht runter zur Gutierkehre. Tiefster Punkt auf dem Grand Prix Kurs. Und wir sehen schon, dass sich Michael Nolte vom Feld abgesetzt hat, Olli. Genau. Wir sehen auch die nachstartenden Fahrzeuge jetzt, die jetzt endlich auch los dürfen. Bei drei Stunden hat man noch genug Zeit, da was aufholen zu können. Deshalb alles okay. Passt auch für die, die haben noch durchaus alle Chancen. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass unser österreichischer Freund Jakob Käferle, der ist gar nicht im Triff durch die ersten Kurven. Wenn wir jetzt sehen, der 5-platzierte, der rote Eskorter, guck mal, der fährt ja ganz gerade. Was ist denn mit dem? Werden wir mit Sicherheit nachher noch den einen oder anderen wilden Triff sehen, auch von ihm. Wunderbar, diese Bilder. Kadett E, Chirocco, der R5-Turbo, der Renault 5-Turbo, Opel, Manta, Ascona, der E3-BMW. Das ist Sebastian Schemann im rapsgelb-plackierten VW Polo. Und das ist so einer, der hat in seiner Kindheit immer an der Nordschleife gestanden, hat davon geträumt, einmal hier an den Start zu gehen. Und dann ist er seit vielen, vielen Jahren mit dabei. Ist auch ein toller Rallye-Pilot. Und wir sehen jetzt aktuell, wie weit sich Michael Nolte schon absetzen konnte. Aber guck mal dahinter, Plätze 3, 4, 5. Da waren wir zu dritt nebeneinander durch den Hatzenbach-Bogen. Das ist zum einen ist es Jakob Käferle, dann ist es Remmele. Und wir schauen aber mal nach vorne, in die erste Startgruppe, die jetzt im Bereich Quillbacher Höhe unterwegs sind. Da die Kuppe und dann die Doppelrechtskurve zum Flugplatz rüber. Auch so eine Vollgas-Mut-Passage, wo man wirklich dann, ich sag's jetzt mal, im Namen meines Namensvetters Oliver Kahn, da brauchst du wirklich Eier. Punkt. Kolb, Austin, Sanchez, Porsche, Wittke, Porsche. Das ist mal die Auflistung der ersten drei Startpositionen dort neben der Niestrad-Alfa. Markus Niestrad, wieder exzellente Arbeit geleistet, um diese Fahrzeuge aus dem Hause von Alfa Romeo für die Einsätze vorzubereiten. Auch hier geht das Führungsfahrzeug jetzt in die Boxenstraße hinein. Ich denke, am Ende der Start- und Seegerade wird der 3-Liter-Austin vielleicht die Nasen ein bisschen vorne im Winde tragen. Wenn ihr hier in der Beschleunigungsphase nicht den Anschluss verliert, jetzt ist das grüne Licht geschaltet. Aber die Attacke von den beiden Bergheimer, von Luko und Pedro Sanchez, den ehemaligen Meister, der Classic-Torffi, der kommt. Und wir sehen auch hier, wie man im Feld hin und her zackt, um eben Positionen gut zu machen. Michel Wittke, Markus Dieterich, die probieren auch hier auf der Außenseite durchzukommen. Aber wir sehen auch die Attacke des BMWs 2002 mit Markus Schenkel und Alexander Köppen. Da ist einmal der Bitburger und der Nürnberger, hat lange in Nürnberg gewohnt. Olli, aber Markus Schenkel mittlerweile auch hier auf dem Nürburgring oder in der Nähe des Nürburgrings zu Hause. Diese Mannschaft, die prügelt diesen 2002er TI-BMW im Moment, glaube sogar, an die führende Position in der dritten Startgruppe. Hier haben wir die Minis dabei, hier haben wir die Austins dabei. Also ein wahnsinnig tolles Feld. Viele Fahrzeuge, ich sagte eben, fünf aus dem NSU, CT-Troffi, aus dem Kampf der Zwerge, auch hier mit am Start. Diese Serie, die uns immer wieder mit 50, 60 oder 70 Teilnehmern auf den Grand Prix-Strecken in Europa begeistert. Aber vorne Köppen und Schenkel. Genau, der BMW 2002 kamen aus der vierten Startreihe, aus der fünften Startreihe sogar und hat dann innerhalb von drei Kurven bis runter zur Gutierkehre, heißt sie ja mittlerweile. Ja, da mal richtig wurden gut gemacht und die Führung übernommen im BMW 2002. Da werden wir mit Sicherheit einiges erwarten können. Schauen wir mal, wo mittlerweile Mike Stusberg ist, ob wie viele Plätze der schon gut gemacht hat. Ich habe es gesagt, Ende der ersten Runde ist sie unter den Top 5. Ja, der taucht in Kürze auch am Horizont auf unseren Bildschirmen auf. Noch ist es nicht der Fall, aber hier ist natürlich genauso Attacke angesagt, aber auch genauso ein unheimlicher fairer Umgang untereinander. Wir sehen die Colt-Mannschaft im Austin-Heli ein bisschen zurückgefallen. Man geht ja mit zwei Fahrzeugen an den Start. Einmal der Mark I, einmal der Mark II. Das sind drei Liter Fahrzeuge des britischen Kompaktsportlers. Aber vorne an der Spitze, das überrascht mich doch. Schenkel und Alexander Köppen, letztgenannter, hat ja in der Nähe von Bietburg oder in Bietburg eine Karosseriebaufirma. Hat sich vor Jahren selbstständig gemacht. Hat ein totales Faible für Alpha, aber hier mit Markus Schenkel im BMW 2002 TI unterwegs. Tolle Bilder, die uns hier von der Regie eingespielt werden. 24 Stunden Classic. Jetzt haben wir hier die zweite Stadtgruppe im Bild. Genau, zweite Stadtgruppe jetzt auch im Bereich Flugplatz unterwegs. über diese Kuppe da. Wunderschön. Oh, da hinten kommt der Zweigam. Ein Kadett E gegen den Hundeknochen. Escort mit Zack-Speed-Aufkleber natürlich noch drauf. Zack-Speed war ja in den 70er Jahren die Marke schlechthin für den Ford Escort. Später dann auch Ford Capri. Ich denke mal, die Fans oder ihr, die zuhört, ihr wisst zu 99 Prozent Bescheid. Der wunderschöne BMW E3, den wir da gesehen haben. Von Sorg Rennsport eingesetzt. Stefan Bayer, der Startfahrer da. Und ein tolles Auto. Und schau dir mal an, was Dennis und Marc Busch, Dennis oder Marc Busch für einen Vorsprung haben. Das ist nicht überraschend. Das ist ein Top-Auto. Das sind zwei absolute Top-Fahrer. Aber der Vorsprung schon sensationell. Platz zwei Krisemann. Und schau mal, Schall hat Platz drei, Mantei vier und dann erst die nächste Porsche mit Althoff, mit Küke und mit Gülden. Jetzt kommt Olaf Mantei gegen Ralf Schall. Die haben sich in den 90er Jahren dermaßen oft da duelliert. Und jetzt schon wieder. Und dann hier, wunderbar, diese Bilder auch zu sehen. Diese Bodenwellen zwischen der Touristeneinfahrt und der Brücke der Antonisbruch. Mantei vorbei an Schall. Klar, der 635er, der hat schon deutlich mehr Qualm an der Kette als der 190er Mercedes. Der ist halt leichter, der kann später bremsen. Küke gegen Althoff, die kennen sich auch schon seit Jahren. Dahinter, Andi Gülden, der natürlich auch versucht, jetzt Platz gut zu machen. Der Vorsprung von Busch auf den zwei Platzierten, auf Krisemann. Das sind elf Sekunden, hat er dem in der ersten Runde eingeschenkt. Sensationell. Olaf Mantei, dritter, Ralf Schall, vier, dann Althoff, Küke. Und dann ist es Andi Gülden auf Platz sieben. Ja, beim Saisonauftakt auf dem Hockenheim gab es im Busch-Porsche noch ein paar kleinere Probleme. Wir hoffen natürlich, dass man hier schadlos über die dreistündige Renndistanz kommt. Es wundert mich so ein bisschen, dass man im Ocredi-Porsche, das ist der dunkelgrün-gelb-blackierte, hier in der dritten Position dieser Kampfgruppe noch nicht die Attacke angesetzt hat gegen Dr. Edgar Althoff. Aber jetzt kommen wir wieder rüber. Und das ist die dritte Startgruppe im Bereich vom Flugplatz unterwegs. Wir haben gerade auch im Bild gehabt das Fahrzeug von Luko und Petro Sanchez. Und mit der 720, da war das Fahrzeug von Georg Gotha und Martin Schlüter, der 911er S-Porsche. Bunt gemischt das Feld hier. Und da qualm es ein bisschen. Und das hatte, glaube ich, nichts mit dem Verbremser zu tun, oder? Da doch. Da ist alles im grünen Bereich. Und das ist der 730 von Dr. Abschiem Fatemi. Das sehr selten gebautene Fahrzeug des Schönheitschirurgens, dem Deutschen. Aus Düsseldorf oder in Düsseldorf hat er dort in bester Lage seine Schönheitschirurgie-Klinik, wenn ich das mal so sagen darf. Der 904er, 1964 und 65. Zwei Liter GT-Wertung gewonnen in der Marken-Weltmeisterschaft. Aber wie Dolce Kane, Olli, da schauen wir wieder zu den beiden Busch. Ja, mit einem, wie gesagt, riesen Vorsprung. Boah, aber der lässt aber auch wirklich alles raus aus dem Auto. Das kannst du sehen, wie hart der am Lenken war. Dieses Korrigieren, da wird Dolce Kane, die Curbs von der Lotte mitgenommen. Also, das ist keine Spazierfahrt. Der gibt richtig Gas. Da sehen wir einen E30er BMW. Das ist, ja, so ein blauer Qualm. Das ist definitiv was Öl-Problem. Ist da sogar Feuer unterm Auto? Da weißt du gar nicht, warum er die Tür auf hat. Vielleicht eben aus diesem Grunde, dass er hoffentlich keine Dämpfe ins Fahrzeug bekommt. Reifenschaden hinten links, würde ich einmal sagen. Hinten links vorne, links eher ein Reifenschaden. Deshalb diese Qualmentwicklung. Jetzt heißt es hier natürlich ganz vorsichtig, dieses Fahrzeug zurückbringen in die Boxenstraße. Und dass man vielleicht hier doch noch ein bisschen Hand anlegen kann. Und das ist das Fahrzeug, darf die Boxenstraße schon einmal vorwarnen. Von Sebastian Durig, Heinz F. Pott und Thomas Ardelt. Mit dem tollsten Sponsor, den es gibt, ne? Ja, und da gibt es Probleme in der ersten Runde. Wir sehen aber wieder runter Richtung der Gutierkehre. Das ist einfach faszinierend zu sehen. Das ist ein schöner alter 911 SC, dahinter der neuen 28er Porsche. Dieser 911 SC, den wir da sehen, die 116, ist auch ein Auto von Patrick Simon. Ich hatte es gesagt, er hat drei Autos am Start. Und dieser, der wird gefahren von Uwe Kolb und Patrick Kolb, sowie Lorenzo Rocco. Die werden wir ja auch nachher sowohl Patrick Kolb, als auch Lorenzo Rocco noch im GT3 sehen beim 24-Stunden-Rennen. Und ja, das Auto, wie gesagt, vorbereitet und eingesetzt von Patrick Simon, der insgesamt drei Autos am Start hat. Also der hat auch nicht viel geschlafen in den letzten Wochen. Autos vorbereiten, den Stream vorbereiten, die ganzen Sachen. Also der ist so motorsportbekloppt, in Anführungszeichen, dass es schon fast wehtut. Es gibt tatsächlich viele, die hier mit Doppelbelastung unterwegs sind. Und hier sehen wir noch einmal das eben schon angesprochene Youngtime-Auto mit den Reifenproblemen. Es gibt auch die Mannschaft natürlich von Markus Niestrath. Markus Niestrath ist Teamchef, ist der Vorbereiter der Fahrzeuge, ist der Fahrer des Transportfahrzeuges. Markus Niestrath, Selfmade Man und exzellenter Rennfahrer. Schon mittlerweile 27 Jahre mit internationaler Lizenz am Start. Hat das Ganze von seinem Vater Peter mit in die Wiege gelegt bekommen. Und hier tolles Duell im Bereich Yokohama S. Und wir haben aber auch Michael Küke, der eine riesen Belastung hat. Fährt nicht nur selbst, der Sieger von 2019, sondern setzt auch Autos ein mit Henry Walkenhorst und Friedrich von Bohlen. Ein Ex-Rallye-Fahrzeug, was erstmals auf der Rundstrecke unterwegs ist. Sehen wir später mit der 121 vielleicht im Bild. Und das Rookie-Team mit Julius Schäfer und Hendrik Kohlsmann im 205er-Fahrzeug in eine Porsche erstmals hier auf der Nordschleife unterwegs. Ja, und hier ist auch natürlich die Handarbeit angesagt. Olli, da gibt es keine Schlagschrauber. Da gibt es noch das Radkreuz. Da gibt es dann den Drehmomentschlüssel. Und dann wird das Fahrzeug hoffentlich wieder in Kürze auf die Reise geschickt. Hier der eben schon mal angesprochene R5 Turbo von Westphal und Roos gegen den Scirocco Cadet E dabei. Dahinter Opel Manta, der E3er-WMW von Sock Rennsport. Opel Ascona. Das ist eine sensationelle Mischung, was es da an Autos gibt. Und im Prinzip zu jedem Auto, ich habe es eben schon mal gesagt, gibt es eine Geschichte aus den 70er, 80er Jahren, aus der VLN vom 24-Stunden-Rennen zu erzählen. Zum Beispiel Renault 5 Turbo, dieser R5 Turbo Cup, den es ja gab mit Fahrern wie Harald Becker, wie Wolfgang Schütz. Die ganzen Kollegen da aus Spanien, Sigala, Joel Gouillet aus Frankreich. Und die haben sich da dermaßen die Kisten eingefahren. Es war eine Freude pur. Und so ein Auto hier auch zu sehen, einfach nur fantastisch. Ja, dann haben wir auch interessantes Duell. Diana und Sebastian Koch, die gehen jetzt runter Richtung des Yokohama S. Das ist das Fahrzeug, was wir hier in der führenden Position erleben. Da dürfte Diana Koch, die junge Dame aus Brücken, die gelernte Diplom-Betriebswirtin, aktuell unterwegs sein. Denn in diesem Team hat man sich seit Jahren darauf geeinigt. Diana fährt immer den Start und der Ehemann Sebastian, der wird dann später für den Schlusstörn übernehmen im Opel Kadett E 1988er Fahrzeug. Und Diana ist, weiß Gott, kein Kind von Traurigkeit. Die kann erstmals richtig schnelle Rundenzeiten abliefern und zum anderen Mal richtig gut gegenhalten. Die lässt hier definitiv nie locker, wenn es in die Zweikämpfe hineingeht. Unheimlich faire Fahrerin. Und wir sehen Michel Flemer und Robert Baumann, auch mit dem Fahrzeug der 170. Robert Baumann, ehemaliger Fahrer der Langstreckenserie Nürburgring, damals VLN noch benannt. Der Puhlheimer Input Escort RS 2000. Michel Flemer, Meister gewesen in der VLN gemeinsam mit Rolf Derscheid. Also zwei absolute Routiniers. Robert Baumann, er hatte früher immer so einen Giftgrünen, Ford Escort, weiß ich auch, auch immer sehr, sehr spektakulär unterwegs gewesen. Warum der jetzt in Weiß fährt. Gut, ein anderes Thema ist auch egal. Oh, da gibt es einen Verbremser. Berühr ihn nicht, berühr ihn nicht. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt. So im Augenwinkel dachte ich schon, der haut den jetzt voll hinten drauf. Aber alles gut gegangen, nichts passiert. Wir sehen, dass Oliver Beuke auf Aufholjagd unterwegs ist, natürlich mit diesem bärenstarken 934er Porsche. Platz für Platz gut macht. Oh, oh, oh. Ein Porsche da langsam unterwegs. Das ist das Auto von Walkenhorst und von Bohlen, genau, mit der Alpetenmerbung. Fährt aber zum Glück direkt in die Tasche da rein, in der Ahrenbergkurve, dass es keine Probleme gibt, keine Gelbphase gibt und so weiter. Hat er sehr clever gemacht. Henry Walkenhorst, der BMW-Händler auf dem Porsche. Muss man sich auch erst mal genau auf der Zunge zergehen lassen. Ja, und da sehen wir die Fahrzeuge, die auch aus der NSUTT-Troffi kommen. Stefan Schmelter und Frank Schmelter, Sonneborn. Und da wird natürlich Thorsten Babun und seine mitveranstalteten Kollegen aus dem Kampf der Zwerge das Ganze mit Argus-Augen sich anschauen. Eine starke Truppe auch im Kampf der NSUTT-Troffi. Im Rahmen im Kampf der Zwerge. Stefan Schmelter aus Leischingen kommt man. Und Stefan Schmelter, Sonneborn aus Leverkusen. Und diese NSUTTs, die sind tatsächlich an die 200 Stundenkilometer noch schnell unterwegs. Und was hat man dort um diese Serie im Kampf der Zwerge nicht für? Riesige Starterfelder schon in diesem Jahr präsentiert. Und das Ganze wird natürlich weitergehen. Tolle, interessante Mannschaft. Auch da ist abends, wie im Rahmen der Youngtimer-Troffi, immer wieder das gegenseitige Helfen bei diesen vorbereitenden Arbeiten für den nächsten Renntag angesagt. Stefan Schmelter und Frank Schmelter, Sonneborn. Schön, dass die beiden hier im 16er Fahrzeug in der NSUTT im Bild sind. Diese wunderschönen Bilder aus der Eifel, die uns hier von den verschiedenen Kameradamen und Herren eingefangen werden. Da auch mal ein ganz großes Kompliment. Vielen Dank. Und hier sieht man, da hat man im Moment natürlich mit der NSUTT keine Chance gegen die Leistungs- und Hubraumstärkeren Fahrzeuge aus der FVR-Serie. Die Serie rund um Michael Thier. Dort hat man ja Leistungsüberschuss, Hubraumüberschuss. Und wir sehen auch den führenden Buschbusch, wie man hier durch das Feld hindurch pfeift, ohne natürlich die anderen in Gefahr zu bringen. Man ist ausgangs der zweiten Rennrunde unterwegs. Und ja, man ist vorbeigezogen. Jetzt hat man freie Fahrt auf der rund 2,5 Kilometer langen Döttinger Höhe. Und an Start und Ziel, ganz kurz noch angesprochen, ist einer, der ein Heimspiel hat, gerade durchgekommen. Aus Bleckhausen kommt der Alex Schneider. Auch das ein wahnsinnig schneller Fahrer aus dem Kampf der Zwergemeister der NSUTT-Trophy des Jahres 2019. Aber Olli, zurück zur Spitze. Genau, Dennis Busch, Vorsprung wird immer größer, was eben noch so gar nicht uns richtig auf dem Schirm war. Kollege Patrick Simon, Platz 26 gestartet, in der ersten Runde bis auf 10 vorgefahren. 16 Plätze gut gemacht, unter anderem sein Bruder Marc überholt. Hat wahrscheinlich noch schön mal gewunken, hat gesagt, Marc, du bist zwar 5 oder 6 Kilo leichter als ich, aber ich fahre trotzdem mal schön außenrum an dir vorbei. Klasse, aber wie gesagt, Dennis und Marc Busch, die beiden, die lassen es dermaßen brennen. Dann wird es mindestens jetzt einer von den beiden, ist aber auch egal, wer die, weil die sind beide absolut gleich schnell. Die fahren identische Rundenzeiten und machen hier eine Riesenshow mit dem Porsche 934, dem Carrera RSR, um genau zu sein. Das ist natürlich ein Überauto, aber du musst ein Auto auch mal so bewegen. Und wir haben die Bilder gesehen, da wird die Schikane, wie hart der über den Curb geht, wie der am Korrigieren war. Der ist auch nicht leicht zu fahren, die haben Haarschaltung, nicht wie man das aus dem GT3 kennt. Die 3 Autos kennen die ja mit ihrem Audiach, wo du mit Schaltwippen fährst und mit allem drum und dran Traktionskontrolle. Das gibt es hier nicht. Hier ist wirklich Handarbeit gefragt, sowohl am Lenkrad, sowohl am Getriebe, als auch am sogenannten Popometer. Du musst spüren, wann kommt das Heck rum. Und was ja jeder Porsche hat und gerade einer mit so einem riesen Flügel hinten drauf. Porsche sind vorne immer sehr leicht, die neigen zum Untersteuern, weil er natürlich durch den Heckmotor und dem Flügel fast alles hinten drauf hat. Und die sind so schwer zu fahren. Also das ist sensationell. Vorsprung, 15 Sekunden und Platz 2 mittlerweile Olaf Mantei. Ja, aber noch ganz kurz einmal. Ja, doch. Wir entstachten Silvacher noch Zweiter. Ist dann wahrscheinlich aus dem Windschatten heraus überholt worden von Grisemann mit der 500 und 2, die neuen Zweitplatzierten. Und bei Grisemann merkt man auch die Attacke, die gefahren wird. Sie waren hier im ersten Sektor, jetzt im Übrigen aktuell drei Sekunden schneller unterwegs gewesen auf diesem kurzen Sektor, auf dem Grand Prix Cours, wie die führende Mannschaft Busch. Aber Busch, diese Truppe, ist noch gar nicht allzu lang im Sport der Youngtimer-Trophy dabei. Sascha Korte, der ist den Weg gegangen. Erst Youngtimer-Trophy, dann in die Langstreckenserie Nürburgring. Bei Busch, dort war man erst in der VLN, in der Langstreckenserie Nürburgring am Start. Und ist dann erst vor, glaube ich, zwei Jahren gewechselt in die Youngtimer-Trophy. Die Neuen haben noch keinen Sieg hier bei den 24-Stunden-Classic herausgefahren. Die Sieger, die hier am Start sind, wenn man mal die letzten zwölf Jahre Revue passieren lässt, ist zweimal Dr. Eddie Althoff in den Jahren 2013-14, Michael Küke vor zwei Jahren und im letzten Jahr Andreas Gülden. Aber vorne, dieses Team bestimmt im Moment alles und Olaf Mantei, sehen wir, der lässt definitiv nicht locker, probiert hier natürlich den Anschluss zu halten. Denn von hinten droht natürlich auch Ungemach in Form des 2019er-Siegers Michael Küke. Paddy O'Grady hat wieder einmal ein exzellentes Fahrzeug vorbereitet für Heiko Hammel und Andreas Gülden, sind aktuell auf der fünften Position unterwegs. Und jetzt switchen wir wieder zu deinem Langstreckenserie-Kommentator-Kollegen. Ja, Patrick Simon, der hat natürlich jetzt richtig Spaß. Jetzt braucht er mal, Entschuldigung, ich brauche jetzt mal nicht ins Mikro zu babbeln, sondern kann jetzt einfach mal das machen, wo er eigentlich den größten Spaß dran hat. Am Rennenfahrerneck war ja jahrzehntelang ein richtig guter Rennfahrer. Und dass er es immer noch kann, war es ja nicht zuletzt heute auch wieder im 964er-Kapp-Borche selber vorbereitet, selber angesetzt. Und guck mal, der hat sogar schon den Georg Berlandi im 635er überholt. Und das ist ja nun auch alles andere als ein Nasenbohrer Georg Berlandi. Der war deutscher Rallyemeister, aber auch auf der Rundstrecke immer wieder bärenstark unterwegs. War ja auch mal beim Johannes Scheid auf dem Eifelblitz mit am Start gewesen, damals auf dem dicken E46. Was wir auch erkennen können, die Aufholjagd von der Mannschaft der 511. Und das ist ja die Truppe Oliver Beuke und Ruben Zeltner. Oliver Beuke, so wurde mir kurz vor dem Start mitgeteilt, wird hier den Start anfahren. Man ging aus der, glaube ich, 38. Position in diesen Wertungslauf hinein, momentan auf Platz 16 angekommen. Eben vorbeigezogen am 492er-Fahrzeug am Porsche 964-Kapp von Achim Leinost und Marc Simon. Denn die stehen aktuell auf der 17. Gesamtposition, auf 18. dann Chris Rotthoff. Das ist der zweite Niederländer hier im Starterfeld. Einmal haben wir Patrick Peters auf einem Ford Escort und einmal eben Chris Rotthoff. Zu dem es später noch etwas zu sagen gibt, startet hier eine ganz tolle Aktion für einen Freund. Und die beiden Niederländer, das ist wirklich toll, dass die immer wieder in der Youngtimer Trophy mit von der Partie sind. Und Patrick Peters, das darf man ganz kurz auch mal erwähnen, ist ja hier unterwegs im Fahrzeug der Start Nummer 41, niederländischer Youngtimer Meister von 2016. Obwohl er nicht im Bild ist, ich möchte es unbedingt einmal ansprechen. War vor ein paar Jahren auch hier bei den 24 Stunden Classic am Start und ist ausgerollt mit Spritmangel in der letzten Runde. Und jetzt kommt das Kuriose, der hat zu Hause eine riesen Tankstelle, dort stehen Tanks mit 40.000, 50.000 Liter Sprit. Und dann sagt er, ja, da habe ich mich doch so ein bisschen verkalkuliert. Aber das ist auch so ein überaus netter Mann, der die Geselligkeit im Fahrerlager liebt. Wir sehen aber Patrick Simon hier im Moment hier. Beim Slalom-Fahrer. Es ging ja da an einige zu überrundendem Fahrer, denn es ist auch so, du kennst es von der Langstreckenserie Nürburgring, man läuft ganz schnell auf das Ende der dritten Startgruppe auf. Auch so ein 9,64er Porsche, auch nicht so einfach zu fahren. Typische Porsche-Problem, vorne leicht, untersteuern und dann mit Haarschaltung, den musst du erst mal so schnell hier um die Strecke prügeln. Er kennt das, er ist ja auch jahrelang Porsche-Supercup gefahren, war ja mal im Porsche-Supercup knapp nicht Meister geworden. Also der weiß, was man macht. Ausrutscher müsste Pflanzkarten sein. Die 208, kann das sein? Mir auch nicht ganz sicher. Wir schauen jetzt einmal, jetzt haben wir, oh, das ist die Stadt Nummer 200. Ich habe es erst schon fast vermutet. Michel Wittke, Markus Diederich und Stefan Aust. Denn den Namen Markus Diederich und Michel Wittke haben wir eben schon einmal gehört, die gehen ja auch in der Classic-Trophy an den Start auf dem Porsche mit der 914 und hier als Doppelstarter unterwegs von der Mittelmotor GmbH benannt. Olli, hast du was erkannt? Ja, ich habe das Gefühl, dass vorne rechts irgendwie Bremsprobleme oder so. Das war nicht, weil er irgendwie vorne rechts war irgendwas. Wir sehen noch, dass da was gemacht wird. Rad abgeknickt, Stefan Aust sehen wir ja auch, glaube ich, nachher noch im 24-Stunden-Rennen. Ich glaube, auf dem Huber-Porsche müsste der dabei sein. Viele, die ja den Doppelstart machen, Youngtimer-Rennen und 24-Stunden-Rennen, weil die einfach so einen Bock haben auf die schönste Rennstrecke der Welt. Wir sehen, dass da, ja, den da rauszukriegen, das Kiesbett ist schon tief, da muss schon dieser, ja, der fährt doch mit dem SUV da rein, okay. Aber den zu ziehen durch das Kies, nicht, dass wir nachher noch beide wegziehen müssen, aber die Jungs von der DMSB-Staffel, die wissen genau, was sie tun. Erfahrene Truppe, die da schon seit teilweise Jahrzehnten mit dabei, die Männer und Frauen, die Jungs und Mädels, die wissen genau, was sie tun. Klasse Crew. Und deshalb brauchen wir da keine Sorge haben, dass es da irgendwie ein Problem gibt. Ja, wir schauen aber hinunter zur Startnummer 2, Eingang Yokohama ist Uneinigkeit. Da ging es mit der Startnummer 2 mit Schmitz, mit Leon Schneider und mit Lukas Pickert eben gegen die Mannschaft von Christoph Renniger und Christopher Rink. Das war so ein klassischer Verbremser gewesen. Da wird man nachher sagen, oh, Entschuldigung, ich habe ein bisschen den Bremspunkt verpasst. Ja, Christoph Renniges Mannschaft, die war dann so ein bisschen in die Seitenflanke hinein, weggedrückt worden, Rennige von der Scuderia Offenbach ist der Abschleppunternehmer, war in der Youngtimer-Trophäe seit Jahren mit von der Partie, sehr erfolgreich mit von der Partie, war Dritter in der Meisterschaft der Youngtimer-Trophäe 2015. Und ja, da kocht natürlich auch. Das war das von ihm, weil ich sagte, der Olaf war ja hier oben an Startenziel als Zweiter vorbeigegangen und unten in der Gutierkehre war dann schon Krisemann wieder vorbei. Jetzt sehen wir auch, warum Olaf Mann da unten sich einfach massiv verbremst. Und dann, ja, da verlierst du dann doch schon einige Sekunden. Buschbrüder rüber, das ist jetzt die Geldfrage wegen dem Stefan aus Porsche 924, der da steht. Natürlich immer die Regel, sobald Personen auf oder an der Strecke sind, am Auto sind, Code 60. Intervention-Car sichert das ab, damit ab da Code 60 gefahren wird. Und das ist auch richtig so, Safety first, das ist das Aller, Aller, Allerwichtigste. Das ist wichtiger als jede Rennsekunde und so weiter. Und da sehen diese rosafarbene Tafel mit dem X drauf, das heißt Code 60. Und erst wenn man dann danach am nächsten Posten vorbeikommt und der Sportfach die grüne Flagge schwenkt, ab dann ist wieder Vollgas und dann darf man auch wieder überholen. Vom Porsche Team Soest ist im Übrigen das Fahrzeug benannt, was auf der linken Seite unterwegs war. Das ist der 924 R Porsche von Julius Schäfer und Hendrik Kohlsmann. Ich habe eben schon mal kurz davon gesprochen. Zum ersten Mal ist man hier bei einem Nordschleifen-Event mit von der Partie. Julius Schäfer, ein Youngster hier im Feld, 24 Jahre, er ist jung. Und man ist im Lager der Youngtimer-Troffi natürlich froh, wenn gerade die jungen Piloten auch hier mit von der Partie sind, wie eben Julius Schäfer, wie aber auch natürlich vom Team rund um Juppi Heiden, sein Sohn Marco Heiden, wie bei Edgar und Nik Salewski. Nik Salewski, 22 Jahre erst jung. Ja, und die sind hier wirklich auch schon trotz ihres jungen Alters Youngtimer erfahrene Piloten. Und die werden natürlich auch herangeführt an den Motorsport mit der Gemütlichkeit des Lebens im Fahrerlager. Und hier vorne sehen wir gerade auch den Simca Rallye 2 in der giftgrünen Lackierung. Ich glaube, auch zur damaligen Zeit gab es dieses Fahrzeug nur mit zwei Lackierungen, einmal rot und einmal in der giftgrünen Farbe Christoph Wilde, dort mit von der Partie. Guck mal da oben, Dreikampf, Krisemann, Küke und Mantai. Und der BMW 635, der geht richtig um. Die sind auch deutlich näher herangekommen an die Busch-Brüder. Das kann natürlich mit dieser Code 60 zusammenhängen. Aber guck mal, der Olaf Mantai, boah, ich glaube, der hat jetzt einen Grinsen auch. Das geht noch weiter als sein Schnauzbart, weil das ist, der Olaf ist immer noch Racer. Der hat nie gesagt, ich habe meine Karriere beendet, aber natürlich den Profilevel, den seine Fahrer machen kann, den konnte und wollte er ja auch nicht mehr so machen. Aber hier hat er Spaß mit dem 635er. Ich bin auch überzeugt, der hat auch da in Sachen Technik dermaßen seine Finger mit dem Spiel gehabt. Da kann er nämlich auch nicht die Finger von lassen. Und eine Frau Renate wirkt das mit Fiebern draußen. Und der hat Spaß gegen Küke, gegen Krisemann. Wieder Platz 2 übernommen. Und Busch kommt rein so früh schon nach der dritten Runde. Da gibt es ein Problem bei Dennis und Marc Busch. Die letzte Rundenzeit, das war nicht nur wegen dieser Code 60, dass man da so viel verloren hat. Hat der hinten links einen Reifenschaden? Guck mal, der hängt hinten runter, oder? Das sah von hier so aus, dass der ein bisschen runterhängt, als er hier vorbeikam. Olli, wir schreiben aber Geschichte. Mantai auf 1 in einem Werktreimer-Rennen. Sensationell. Ja, bei Busch, wir hatten im Vorfeld der Veranstaltung so ein bisschen das Ganze schon mal angesprochen, hält dieser Porsche, der ja beim Saisonauftakt auf dem Hockenheim schon Probleme hatte. Und Olli, ich glaube, dort ist ein bisschen Resignation. Dort steigt der Fahrer aus, aber kein anderer rein. Ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, die Messe ist gehalten. Oh, Olaf, was machst du denn da? Zwei Plätze verloren in der Fortkehre, aber mal komplett im Kies gewesen, quer gekommen. Ich habe die Lösung. Warum ist die 512 raus? Es gibt hier natürlich die Lärmtransponder. Und dieses Fahrzeug effektiv zu laut wurde mir gerade. Vielen Dank dafür von der Chefin, der Youngtimer-Troffi von Karin Kölzer hier in Schriftform übermittelt. 512 ist raus wegen zu laut. Schade, schade, schade. Es gibt, das haben wir gestern im Training angesprochen, die Übertragung Richtung, glaube, der Bundeshauptstadt Berlin. Dort sitzt man dann und überwacht alle Rennstrecken in Deutschland. Und wenn es zu laut ist, es war vor Jahren mal so, dass man Ende der Döttinger Höhe dann die Anzeige bekommen hat, bitte rausfahren, Fahrzeug ist zu laut. Das Problem hatten wir nämlich auch schon immer mal wieder beim BMW M1. Schade ist es, aber es gehört eben zum Reglement. Das ist wie ein Feuerlöscher, der auch funktionieren muss. Das haben wir auch schon in diesem Jahr in anderen Rennserien erlebt. Ja, jetzt ist die Jagd freigegeben. Olaf Mantai. Olli, der wird angefressen sein ohne Ende. Denn jetzt wird Attacke gemacht. Und Olaf Mantai, der lebt den Sport der Youngtimer. Denn der hat das ganze Wochenende unten im Fahrerlager der Youngtimer-Trophy eben im Teamzelt der beiden Schuhmänner zugebracht. Dort hat man wirklich immer gefrotzelt, alte Geschichten erzählt. Und dieses Fahrzeug ist absolut perfekt vorbereitet. Die Hyundai-Mannschaft aus Saarbrücken haben ja, glaube ich, mit das erste Hyundai-Autohaus in Deutschland gehabt. Jürgen und Peter Schumann waren schon Meister und Vizemeister in der Youngtimer-Trophy. Und hier geht es weiter. Sehenswertes Duell der Kümmerling-Porsche gegen Michael Küke. Knapp dahinter Olaf Mantai. Diese Kümmerling-Lackierung oder Folierung, die kennt der Olaf Mantai gut genug. Da ist er ja auch genauso mit so einem Porsche damals für Derko Motorsport gefahren. Gemeinsam mit Walter Mertes. Walter Mertes, das war immer der Mann, der Kümmerling als Sponsor in den Motorsport gebracht hat. Und wir sehen, man ist gerade vorbeigefahren an einem Fahrzeug aus der FVR-Serie. Das ist die Fahrgemeinschafts-Historischer Rennsport. Das war das Auto von eben Heinz Schmersal und von Mike Stursberg. Mike Stursberg wird ja auch in diesem Jahr wieder bei den 24 Stunden an den Start gehen. Aber er ist einer, der seit Jahren in dieser Classic-Szene mit dabei ist. Immer gemeinsam mit Heinz Schmersal. Und immer geht man hier auf eben diesem Ford Escort RS 1600 an den Start. Perfekt vorbereitet, technisch wie auch optisch. Ein absoluter Leckerbissen aus dem Hause von Robert Rüttel. Wir hatten gesehen, dass Michael Küke mittlerweile ein bisschen Druck gemacht hat auf Krisemann. Jetzt haben wir natürlich eine Zeit lang von Arnberg-Kurve bis Wippermann die beiden nicht mehr in den Kamerabildern. Ich bin mal gespannt. Ich würde jetzt Geld drauf wetten, dass Küke im Wippermann als Erster vorbeikommt. Denn der war schon in meinen Augen schneller unterwegs und besser unterwegs. Und da kommt noch was. Zwischenzeitlich aber bei uns in den Bildern leider der frühe Boxenstopp von der 496. Jürgen Rudolf, der wohnt in Stuttgart, ist ein riesengroßer Porsche-Fan, wohnt auch in der Nähe der Porsche-Villa, hat hier ein 964er Cup-Porsche. Ein 3,6 Liter Fahrzeug von 1991. Und das Reglement in dieser Klasse sagt Porsche 964 Cup-Reglement von 1994. Danach müssen die Fahrzeuge hier aufgestellt sein. Und hier sehen wir eben Resignation. Und Fahrzeug absolut perfekt. Nur eben vielleicht diese 1, 2 oder 3 Zehntel für laut. Aber hier, Olli, das treibt uns ein bisschen die Tränen in die Augen. Diese Kaltverformung dieses tollen, tollen Fahrzeuges von Strähle Mutter. Ja, ich glaube, das ist aber durch den Reifenschaden. Dann haut dieser umschlagende Gummi. Wir sehen richtig, die Stahlfäden aus dem Gummi rauskommen, die Karkasse. Und die haut dir da diesen Kohle-Faser-Kotflügel dermaßen kaputt. Ja, schade drum. Aber ich glaube, die geben noch nicht auf. Die haben ja auch, der weiß jetzt, gewinnen wird er heute nichts mehr. Im Pokal fährt da keinem mit nach Hause. Aber den Spaß zu haben. Das Auto habe ich gestern schon mal erwähnt. Christoph Esser gemeinsam mit Nico Verdunck unterwegs. In dieser Lackierung, im Branding, wie er damals auch in den 80er-Jahren auch gefahren ist. Mit Pioneer-Werbung im Kadett CQB. Damals Gruppe 2 gefahren. Tolles Auto. Und das ist das 911-ST-Auto von Patrick Simon. Sehr spektakulär gewesen. Ausgang wie Dolce. Ja, wir haben wieder im Bild einen wunderschönen BMW. BMW ist hier riesig vertreten. Es gibt ja auch die Kategorie der Classic Trophy CSC genannt. Und das ist eben der 325er E in dieser CSC-Klasse. Dort, wo wir viele, viele Teilnehmer mittlerweile auch wieder drin haben. Wir haben Slow-Motion-Einblendungen. Und hier sehen wir auch, wo der Schaden hergekommen ist. Du hast es schon angesprochen. Reifenschaden. Und der haut dir dann eben im Heckbereich die ganze Karosserie weg. Aber wie auch in allen anderen Serien, heißt es natürlich auch bei den Youngtimern und bei der FWR ankommen. Die Zielflagge sehen. Das ist das oberste Gebot. Und dann wird, wenn es sein muss, auch bis zur letzten Minute repariert. Und diese letzte Runde abzuleisten. Und hier sehen wir auch wieder einen tollen, tollen Einsatz der Sportwarte. Du hast eben mal schön die Arbeit auch der Sicherheitsstaffel beschrieben. Man muss auch sagen, die sind nicht nur hier oben, um an diesem Wochenende zu helfen. Im Winter haben die Schulungen, die sitzen wirklich dann in Räumen, werden genau geprieft auf alles, was an Eventualitäten auftreten kann. Werden praktische Schulungen machen. Also die sind perfekt vorbereitet, wie die Fahrer, wie die Mechaniker, die Autos vorbereiten, für eine Saison dann als Sportwart machen zu dürfen. Und das gilt auch mal, mein Aufruf, macht mit bei diesen Aktionen. Werdet selbst Sportwart, ruft irgendwo an beim ADAC Nordrhein oder sonst wo und sagt, Leute, ich habe Bock darauf, Sportwart zu machen. Wie komme ich dazu? Was kann ich tun? Um einmal selbst dann bei den tollen Veranstaltungen hier live direkt an der Strecke zu sehen und abends mit einem unheimlich guten Gefühl die Heimreise anzutreten. Was toll ist für den Motorsport gemacht zu haben. Ganz genau. Und das ist auch, da verdient man kein großes Geld. Du kriegst vielleicht gerade mal mit Mühe nur die Spritkosten raus, die hier investiert werden. Aber es ist für, ich bin mir überzeugt, 99,9 Prozent aller, nee eigentlich 100 Prozent aller Sportwarte, die machen das aus Begeisterung, aus Enthusiasmus. Und wenn ich sehe, wie die dann teilweise so nach den VLN-Rennen dann in Aden noch irgendwo sitzen und Spaß haben und feiern. Und wie gesagt, vielleicht ist es für den einen oder anderen was. Es ist ein harter Job, es ist hohe Konzentration gefordert, es ist ein wichtiger Job. Aber es wurde noch nie einer weggeschickt. Also meldet euch mal, kommt dazu. Harter Job auch für die Stadt Nummer 27, für Bernhard Hagen und Ralf Henrys, der BMW, den wir gerade eben im Bild gesehen haben. Haben an diesem Wochenende Unterstützung von Walter Matthias Müller. Diese Mannschaft hat wieder reparieren müssen ohne Ende. Es gab nur ein Teil, was kaputt war und das war die Benzinpumpe. Beim Abladen hier im Fahrerlager leider irgendwo an der Planke hängen geblieben, Benzinpumpe abgerissen. Da musst du erst einmal für den 2002er BMW so ein Teil bekommen, was dann auch passt. Und die haben dann über Nacht es geschafft, das Teil zu besorgen, haben es eingebaut und sind jetzt hier Gott sei Dank schadensfrei im Rennen unterwegs. Und hier sehen wir auch diesen wunderschönen VW Polo, rapsgelb lackiert von Sebastian Schemann. Sebastian Schemann ist im Übrigen einer der wenigen, die den Egon Meurer Wanderpokal bekommen haben vor einigen Jahren. Denn Sebastian Schemann hat in dieser einen Saison nicht nur alle Läufe zur Youngtimer-Rundstrecke, nein, er hat auch alle Läufe zur Youngtimer-Rallye-Trophy absolviert. Und er hat den Sinn der Youngtimer-Trophy so richtig transportiert in alle Welt hinein. Der Mann, der neben der Strecke stand, die Rennen an sich anschaut und sagte, ich möchte auch im Youngtimer-Sport unterwegs sein. Kommt aus Kassel, ist bei VW im Getriebebau beschäftigt. Sebastian Schemann, Ausflug. Ja, mal schön, es war auch vorne links, Reifenblatt, nee. Oh, nein, nein, nein. Mit der 212 leider ein Überschlag. 222, oder? Der 928er Porsche. Ja, 222. Ja, du hast 112 gesagt. Entschuldigung, ja, 222 Platz. Armin Schmidt, leider, der im letzten Jahr auch schon ausgefallen war. Hier sehen wir noch das Ganze noch einmal in Zeitlupe. Ja, okay. Ist jetzt, sieht wild aus, weil er auf dem Dach liegt. Aber mal ganz ehrlich, ich glaube, der ist nicht so schlimm. Also eine Verletzung, glaube ich nicht. Auto, der Einschlag war nicht so heftig. Natürlich ist es bitter, ist es ärgerlich. Wird auch jetzt eine Zeit lang dauern, bis man das Auto gedreht hat. Alles gut. Im Rallye-Sport wäre er wieder am Fahren. Wahrscheinlich. Da werden jetzt die Zuschauer hätten nur umgekippt. Nein, wir hoffen, dass alles gut ausgegangen ist. Entschuldigung. Aber Fahrer, ja, Tür geht auf. Alles gut. Das ist natürlich auch diese, ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwo so diesen Bericht gesehen. Was muss man tun, wenn man sich übersteht, auf dem Dach liegen bleibt? Da rauszukommen, sich abzuschnellen, damit man nicht auf den Kopf fällt. Wir sehen, Fahrer ist absolut okay. Alles in Ordnung. Ach Mensch, ich habe fast Tränen in den Augen, aber nicht vor Freude, sondern weil es so schade ist. Ach Mensch, ey. 9,28er aufs Dach zu legen. Da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele Ersatzteile oder Rohkarossen. Ach Mensch, ist das schade. Ja, jetzt mal bitte schnell hinter die Absperrung. Es sollte sich dann selbst einmal erst in Sicherheit bringen. Und das Fahrzeug, sich jetzt keine Gedanken machen, ist von uns hier oben aus der Sprecherkabine immer leicht gesagt. Man möchte nicht in seiner Haut stecken. Ärgernis ist riesengroß. Im letzten Jahr, ich habe es eben kurz angesprochen, leider, leider auch nicht die schwarz-weiß gerierte Zielflagge gesehen. Und schon, das geht ultra schnell, das ist uns gestern auch schon aufgefallen, ist die DMSB-Staffel, die natürlich an verschiedenen Punkten auf der Strecke positioniert ist, vor Ort. Und das Ganze geht natürlich dann über Funk. Der muss der Sportwart erst einmal die Funk weitergeben, über Funk die Signale weitergeben, die Meldung weitergeben. Und dann kommt die DMSB-Staffel angefahren, geht schnell über die Bühne. Und man hat aus Sicherheitsgründen auch sofort einen Feuerlöscher neben das Auto gestellt. Falls da, könnte ja mal ein bisschen Sprit auslaufen, irgendwas noch züngeln sollte. Aber hier ist alles in Ordnung. Und Olli, jetzt dauert es. Jetzt dauert es. Das wird eine lange Code-60-Phase, bis das Auto geborgen ist. Schauen wir nochmal, ob wir vielleicht im Vorfeld schon was sehen können. Da, guck mal, da ist schon hinten links, da ist hinten links, nein, nicht hinten links, der hat Öl verloren, deshalb ist der, oder Öl oder Kühlwasser, der ist auf seinem eigenen Flüssigkeit ausgerutscht, dann in den Reifenstapel leicht eingeschlagen. Und dann dieser Schwung hat das Auto einfach umgedreht, diese Stapel, die natürlich auch, weil die Wasser gefüllt sind, nicht ganz so gut nachgeben können, wie man das eigentlich sich erwünscht. Ach, einfach schade. Aber wie gesagt, da war vorher schon was. Der hat vorher Flüssigkeit verloren. Absoluter Disziplin auf der Strecke, konnten wir das Ganze gerade noch einmal sehen, als Armin Schmidt ausgestiegen ist. Man hält sich natürlich sofort an die Geschwindigkeitsvorgaben. Und mittlerweile, schauen wir auch auf den Bildschirm, ist Oliver Beuke gerade auf die L9. Klienteposition nach vorne gekommen. Also diese Mannschaft macht im Moment hier Platz um Platz gut vorne an der Spitze Griesemann vor Küke, vor dem Schumann, 635er CSI-BMW mit Olaf Mantai am Steuer. Solchein Fahrzeug hat ja auch schon in der DTM für Furore gesorgt, damals ja mit einem Volker Stricek. Heiko Hammel ist momentan auf Platz 4. Patrick ist schon müde, oder was? Vier Runden nur, meine ich, also hier Patrick, also, na gut, nein, er fährt ja auch zu dritt. Und die beiden anderen, der Arne und der Jürgen, die zahlen ja mehr oder minder den Einsatz. Ist es auch klar, Jürgen Pens und Arne Bass, die zahlen den Einsatz, ist es auch klar, dass der Patrick dann sagt, komm, ich fahr mal den Start, damit ihr mal seht, was mit dem Auto geht, was man machen kann. Zu sagen auch, ist alles in Ordnung, passt alles. Und dann kommen die Jungs, die den Einsatz bezahlen, natürlich auch zu ihrem guten Mit Recht, er hat gezeigt, dass er es kann, der Patrick und die anderen beiden, der Arne und der Jürgen, die haben auch richtig Spaß, den Jürgen Fans kenne ich auch schon seit vielen Jahren. Das ist so ein lustiger Typ, der hat so eine Freude, wenn der diesen Porsche bestreift oder in den Porsche steigt, da blüht der auch auf. Das ist alles, alles okay, alles gut, dass der Patrick jetzt nur in Anführungszeichen vier Runden gefahren ist. Er hat Spaß gehabt und wird davon mit Sicherheit nachher auch berichten. Ja, vor allem bei Patrick muss man auch sagen, er hat wirklich lange, lange auch hier oben vor Ort noch überlegt, ob er überhaupt selbst ins Steuer greift, denn bei ihm in seiner Helfermannschaft gab es auch zwei Krankheitsfälle und so musste er und sein Sohn den LKW alleine verlaten. Er hat gesagt, ich habe hier die Verantwortung über drei Fahrzeuge und da bin ich natürlich in erster Linie derjenige, der das Ganze hier managen und organisieren muss. Umso bemerkenswerter ist es, dass der Patrick Simon hier mit am Start gewesen ist. Ja, es gibt dann so verschiedene Meinungen, auch in den sozialen Medien mit der in Anführungszeichen Disqualifikation von Busch-Porsche. Es gibt ein ganz strenges Regelwerk und da kann auch der Veranstalter, das muss man auch mal zu dessen Ehrenrettung sagen, überhaupt nichts dafür. Wir haben Lärmtransponder, das Ganze wird registriert. Ich habe es ja auch schon eben mal angesprochen, es war auch mal der BMW M1 von Heinrich Heinrich, der aus dem Rennen herausgenommen werden musste oder der besser gesagt sogar eigenständig in die Box hineinfuhr, weil er gesagt hat auf der Anzeige, da taucht immer meine Startnummer auf, das Fahrzeug ist zu laut, keine Frage, dann muss ich eben in den sauren Apfelbeißen rausfahren und Olli, damit haben wir das glaube ich jetzt auch mal zum Abschluss gebracht, das ist nicht nur die Sache oder nicht die Sache des Veranstalter, sondern das sind einfach die Lärmtransponder, die dort dann die Reaktion oder auslösen und dann ist das Ganze unabdingbar. André Wachs, Roland Kennett-Vorsbach im 325i-BMW vorne links, ne vorne rechts qualm, da ist Öl, oder? Ja, da war eben schon die rot-gelbe gestreifte Flagge draußen, das heißt Öl oder Kühlflüssigkeit kann ja auch irgendwie sowas sein, das ist ja auch fast wie Öl und da waren jetzt ein paar abgeflogen oder ausgerutschte im Bereich Ahrenberg-Kurve, wir sehen, dass der da jetzt so eine Forstbach-Unwachs, ein bisschen so eine blaue Qualmwolke hinter sich, das ist der Gummi, der verbrannte Gummi, der am Kotflügel schleift, das ist keine Gefahr, aber da im Bereich Ahrenberg-Kurve, da war definitiv Öl. Ich sehe es auch noch auf einer der Streckenüberwachungskameras, da ist definitiv die rot-gelbe Flagge draußen, da ist irgendwas auf der Strecke und das ist natürlich, ja für einen Fahrer auch schwer zu du siehst diese Flagge, denkst, ach komm, ich sehe ja nichts, so schlimm wird es schon nicht sein und dann ist es doch schlimm, dann ruhtst du aus und dann hast du auch keine Chance, mit so einem Auto was zu machen. Jetzt hatten wir gerade im Bild ein Team, was wir unbedingt erwähnen müssen, denn das ist die Mannschaft von Friedrich, Karl Benra und Michael Benra und wer im Jahr 1993 hier oben an der Strecke war, der weiß, die beiden sind die Fahrer auch der ersten Stunde, wie auch einige andere hier im Feld, im Jahre 1993 erstmalig bei den Youngtimern dabei gewesen, im Jahr 2008 den Egon Meurer Gedächtnispokal bekommen, Egon Meurer, Hanschnock haben die Youngtimer-Trophäe ins Leben gerufen, 92 Gedanken gemacht, was können wir tun und den Breitensport zu fördern, im 93er Jahr das Ganze umgesetzt. Friedrich Karl Benra, Universitätsprofessor seines Zeichens und der Diplom-Ingenieur, sein Bruder, Michel Benra, in der NSUTT unterwegs und hier sehen wir, man gibt nicht auf. Olli, du bist der Techniker unter uns beiden, hier ist man im Moment mal, ja, was am Reparieren, kannst du erkennen, um welches Teil es sich hier dreht? Müsste ein Stabby sein, aber es sind zu viele Hände im Weg, ne? Ja. Und hier ist man wirklich mit aller Macht am Versuchen, das Fahrzeug doch noch irgendwo wieder hinzukommen, um eben das rumzubringen, was ich ansprach, das Überfahren der Linie am Ende des Wertungslaufes und dann mit der schwarz-weiß gerierten Zielflagge auch am Ende der Reise damit belohnt zu werden, dass man hier die Training-Session und die drei Stunden der 24-Stunden-Classic angegangen ist. Der Kümmerling-Porksheim-Bild, das ist das Fahrzeug mit der 502, das ist Björn und sein Bruder Georg Griesemann. Das Fahrzeug wird von der Mannschaft rund um BSM Edgar Salewski vorbereitet. Er selbst, Edgar Salewski, verzichtet an diesem Wochenende auf einem Einsatz. Es war geplant, dass er und sein Sohn Nick im Fahrzeug der 500 an den Start gehen, aber dann hat man kurzfristig umgeswitcht, weil eben Edgar Salewski mit seiner Mannschaft BSM viele Fahrzeuge für diesen Renneinsatz hier vorbereitet, aber sein Sohn, der Nick, der ist eben der zweite Mann bei Dr. Edgar Althoff und die Mannschaft rund um Eddie Althoff ist ja auf der sechsten Position momentan unterwegs. Eddie Althoff, der fährt, wie bekannt von uns eben schon kommuniziert wurde, den Start und wird dann später an Nick übergeben, der im Vorfeld noch sagte, wenn es trocken ist, dann gehen wir hier volle Granate mit dem Auto. Wenn es nass ist, dann muss ich ein bisschen vorsichtig agieren, weil ich eben nicht so eingeschossen bin auf dieses Fahrzeug. Aber wer diese exzellenten Fahrkünste von dem 22-jährigen neuen Instructor der Nürburgring Driving Academy, das musst du auch mal mit 22 Jahren erst sein, kennt, der weiß, ein Fahrzeug kann man in aller Ruhe in die Hände von Nick Salewski geben. Hier ist also Code 60 angesagt, vorsichtige Fahrweise aller Teilnehmer, das wird ganz streng überwarten, da gibt es auch gegebenenfalls herbe Bestrafungen, aber hier im Feld der Youngtimer Freunde und im Feld der FHR, da braucht man sich definitiv keine Gedanken, um eben diesen Sicherheitsaspekt zu machen, da hält sich jeder dran, weil jeder weiß, er kann selbst einmal dort stehen und dann ist natürlich absolute Vorsicht angesagt. Ich habe eben mal geschaut, was passiert hier mit Oliver Beuke und Ruben Zeltner, die sind weiterhin auf der neunten Gesamtposition unterwegs. Für mich ist es im Moment mal die Gelegenheit, ein kurzes Thema anzusprechen und zwar 535, das ist der BMW 225i E30 von Chris Rothhoff, der war vor zwei und vor fünf Jahren schon drittplatzierter in der Meisterschaft der Youngtimer Trophy, er kommt aus Aachen, das liegt in den Niederlanden, knapp 15 Kilometer von Venlo entfernt. Chris dürfte so um die 1500 bis 2000 Nordschleifen Runden schon gefahren sein, kommt mit einer riesen Mannschaft als Zuschauer schon seit dem Jahre 2001 hier zum Nürburgring, die campen immer über eine Woche lang, jedenfalls in den Jahren vor Corona in der Hatzenbach. Chris hat einen Freund verloren, den Michael, denn er und seine Kinder waren viele, viele Jahre als Zuschauer beim 24-Stunden-Rennen dabei. Nürburgring-Freunde, Hatzenbach ist auch ein fester Begriff und er und der Michael wollten mal gemeinsam die 24-Stunden-Classic absolvieren. Michael ist aber leider vor kurzem gestorben, vor knapp einer Woche war erst seine Beerdigung und Chris Rothhoff, der denkt in diesem Moment natürlich im Verlauf dieser drei Rennstunden auch unentwegt an den Michael und hat auf dem Dach eben auch einen Aufkleber zu seinen Gedenken aufgebracht. Also wir sind bei dir, mein lieber Chris Rothhoff, mit dieser tollen Aktion. Chris Rothhoff, einer der hier in der Gegend auch bekannt ist als Gartenbauer, Gartenarchitekt, hatte den ein oder anderen wunderschönen Garten hier in Adenau und Umgebung schon umgesetzt, geplant und angelegt. Macht da auch tolle Arbeit und ich denke mal, da kann man auch gerne mal auf die Seite gehen von ihm, Chris Rothhoff, einfach mal googeln. Kommt zwar aus den Niederlanden, spricht aber perfekt Deutsch und natürlich gerade hier in der Eifel ist es nicht so weit, ihn da auch mal zu beauftragen. Kann man auch gut mal sagen, währenddessen jetzt der Porsche. Und Olli, Entschuldigung, aber da gibt es abends die besten Frikantels, kann man auch mal sagen. Frikantel und Beste, naja, das sind so zwei Wörter, die man... Ich bin ein absoluter Fan davon. Okay. Beste ist ja, wenn es die dann irgendwo am Bahnhof im Automaten gibt. Die ziehst du im Automaten, die kommen warm da raus. Also da haben die Niederländer oder die Holländer uns schon einiges voraus. Diese Dinger da, also ja, okay. Selbst mein Hund hat so eine Frikantel abgelegt und die frisst eigentlich alles. Aber gut, der Porsche wieder auf den Rädern, das heißt, dann wird das jetzt auch nicht mehr lange dauern, bis dann der Gurt praktisch durch die Türen gezogen wird und dann auf den Schleppwagen kommt. Sehen jetzt hier einmal nochmal ziehen, zap und dann steht das Auto. Wir sehen auch, die Schäden sind jetzt nicht so groß. Klar, da sind ein paar tausend Euro, die da auf ihn zukommen. Es ist echt schade. Ich glaube, den größten Frust wird der Fahrer haben, dass er einfach diese weiteren zwei Stunden nicht fahren kann. Dass er nur eine gute Dreiviertelstunde unterwegs war. Er wollte ja auch alleine fahren mit dem Auto, war alleine gemeldet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Schauen wir nochmal gerade. Ja genau, Armin Schmidt wollte alleine fahren. Schade drum. Ja, wir kommen gerade auch mal Nachricht und hier wird auch die absolute tolle, tolle Kameraführung gelobt. Also auch da mal ein ganz schnell ein Riesenkompliment. Nicht nur an die Regie, sondern eben auch an die Damen und Herren, die wie die Sportwachter das ganze Wochenende unentwegt bei Wind und Wetter draußen an der Strecke stehen. Und hier sehen wir den nächsten Niederländer im Bild. Youngtimer, niederländischer Youngtimer-Meister von 2016. Riesen trifft von Patrick Peters, der vor ein paar Jahren hier, ich sagte es schon, ohne Sprit mal ausgerollt ist. Ist aktuell Patrick Peters, der Fünfplatzierte in der Meisterschaft der Youngtimer-Trophy, hat Riesenauftritte gehabt. In diesem Jahr war Zweiter im Rennen eins der Youngtimer-Trophy auf dem Hockenheimring, war Fünfter bei den Weekend Heroes hier auf dem Nürburgring und der konnte in beiden Wertungsläufen. Und das ist wichtig für die Youngtimer-Trophy-Wertung, den Klassensieg herausfahren. Denn ähnlich wie in der Langstreckenserie in Nürburgring gibt es für den Erfolg eben die Punkte in der Meisterschaft. Ja, da haben wir im Bild mal wieder einige Fahrzeuge, die natürlich in langsamer Fahrt unterwegs sind. Ralf Schall, da sehen wir gerade den Dornstädter im 190er Mercedes, dem E-Mercedes. Und wir haben es ja heute auch schon mal angesprochen, Youngtimer-Trophy ursprünglich, 1966 bis 1988, die Homologationsjahre der Fahrzeuge, dann die Ausweitung bis 1991. Marco Bürger und sein Kollege waren ja auch schon ganz, ganz vorne in der Meisterschaft, in der Wertung der Fahrzeuge bis 1991. Marco Bürger und sein Kollege Marcel Müller, die mussten auch viel arbeiten. Das waren die Meister des letzten Jahres aus der Gruppe der A91er-Fahrzeuge, Achte im Gesamtklassement, die mussten arbeiten ohne Hände, die hatten in diesem Jahr nur Pech gehabt. Auf dem Hockenheimring, Getriebesalat auf dem Nürburgring vor zwei Wochen, Motorschaden. Jetzt ist man mit einem, in Anführungszeichen, etwas älteren Motor unterwegs. Und da dürfen wir auch mal ein großes Kompliment aussprechen an eben die Mechaniker, die ehrenamtlich, die kriegen keinen einzigen Euro dafür, die kriegen dann abends mal nach der Arbeit ein Stuppi oder eine Bratwurst, die ehrenamtlich hier für die Fahrer da sind. Auch hier im Team rund um André Wachs und Roland Kenneth Forsbach, die beiden Kölner der 325er e-BMW. Das ist so ein Fahrzeug aus dem Classic Super Cup, den ich eben schon mal kurz angesprochen habe. CSC in der Kurzform genannt für die Youngtimer Freaks unter euch. Das ist die Klasse 57. Jetzt schaut bitte auch mal auf die Internetseiten, einmal von der FR und einmal von der Youngtimer Trophy. Und bei der Youngtimer Trophy, es gibt auch wunderschöne Artikel, Begleitungsartikel von der Youngtimer Trophy, dort wo man vielleicht sich auch selbst einmal ein paar Erinnerungsstücke für die Veranstaltungen gerne bestellen kann. Hier ist das Fahrzeug The Beach und das ist das Fahrzeug, was ich eben angesprochen habe mit Chris Rothhoff. Das ist das Fahrzeug, wo er oben auf dem Dach es auflackiert oder aufgeklebt hat. Die Erinnerung... Er hat jetzt keine Frikando, sondern eine Banane reingezogen. Das wäre natürlich jetzt noch der Hammer gewesen, wenn der jetzt noch in der Pause oder beim Boxen-Shop noch eine Frikando sich reinzieht. Das Rost, der dort als Abziehbild aufgeklebt ist, das ist auch so ein Enthusiast für die Youngtimer Profi, denn er ist immer der Verantwortliche, der mit seiner Mechanikermannschaft das Fahrzeug für Chris Rothhoff aufbereitet, aufarbeitet, um es dann ja immer perfekt an den Start stellen zu können. Und auch hier weiß man im Lager von Chris Rothhoff, geht alles klar und sauber über die Bühne. 17, 18 und 19 in diesen Jahren war er in der Youngtimer Trophy am Start, wurde in allen drei Jahren unter den besten fünf, zweimal mit dem dritten und einmal mit dem fünften Platz. In der Meisterschaft am Saisonende geehrt, denn auch wie das Leben im Fahrerlager ist, jetzt sehen wir aber den RIP-Aufkleber, da gehen die Gedanken an den lieben Freund Michael, an die Freunde Hatzenbach. Nürburgring-Freunde Hatzenbach, die sind schon über 20 Jahre bei jedem Event der 24 Stunden am Start. Chris, gute Reise hier über die verbleibende Renndistanz mit. So hat er das sein Fahrzeug genannt, The Beach, das ist jetzt nicht böse oder schmutzig genannt, gemeint, aber er hat es auch hinten auf dem Fahrzeug noch einmal aufgeklebt. Und weißt du, warum? Der sagt, das Fahrzeug ist The Beach, denn das ist unbändig schwer zu fahren. Das ist wirklich, ja... Kolb. Ja, eines der Kolb-Autos. Hoffentlich hat er nicht irgendwie so einen aufs Rad hinten bekommen, dass er, schade, er ist schon rausgefahren. Er ist schon rausgefahren. Der Aufbau war heftig hinten links aufs Rad von dem Porsche. Und du fährst auch mit so einem Austin-Healy, der hat jetzt nicht so diese Sicherheitszelle wie manch andere Autos. Nicht auf die Nordscheife, wenn du das Gefühl hast, da ist hinten links ein harter Schlag gekommen und vielleicht ist was krumm oder schief oder sonst was. 1959 wurde dieses Fahrzeug gebaut. Das darf man sich auch einmal aufwärts zu mit zergehen lassen. Das ist ein Fahrzeug Austin-Healy 3000 genannt. Und Austin-Healy 3000 bedeutet natürlich, ein 3-Liter-Motor hat man hier eingebaut. Donald Mitchell-Healy hat ja diese Fahrzeuge gebaut von den Jahren 1959 bis 1967. Und das Besondere an diesen Fahrzeugen, acht Produktionsjahre. Und es gab in diesen acht Jahren drei verschiedene Modellvarianten. Das Fahrzeug hier ist technisch top ausgestattet, hat vorne Scheibenbremsen. Aber hinten, da wo es eins draufgegeben hat, da sind eben links und rechts die Trommelbremsen, die für die nötige Verzögerung sorgen. Und da diese Fahrzeuge auch einen großen Drehmoment, starke Motor hatten mit leichten Karosserie, hat man diese Fahrzeuge dann auch nicht nur im Rennen, sondern auch im Rallye-Sport zum Einsatz gebracht. Pat Moss darf da mal kurz erinnern an die Schwester von Sterling Moss. Das fuhr in einem Austin, ja auch im Rallye-Sport, ein Unternehmen, bis in die Geschichte kurz noch einmal reinblicken, was im Jahre 1945 gegründet wurde. Zurück zu dir, Olli, zurück zum Duell an der Spitze. Zum absolut fantastischen Zweikampf zwischen Krisemann und Küke. Küke, die gesamte Runde hinter mir, schau mal, wie weit der über den Körb dauert. Die fahren beide Kampflinien, die sind beide sowas am Puschen. Und normalerweise kommt ja jetzt der Part, wo du sagst, Söttinger Höhe raus aus dem Windschatten. Du weißt aber bei diesen Klassikfahrzeugen, bei diesen Porsche Carrera RSL nie, wie stark die PS-Zahlen sich da unterscheiden. Da gibt es unterschiedliche Motorenvarianten, natürlich auch die unterschiedliche Vorgabe, wie weit drehe ich die Kiste aus. Aber schauen wir mal, gibt es jetzt das schon 1.634.712 Mal gesehene Duell? Windschatten, ansaugen, ranziehen, 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 komm Küke, zieh ran an den Krisemann. Aber der Krisemann, der hat auch genug Qualm an der Kette. Die sind beide Bären, starke Porsche, jede Menge PS. Und dann ziehen sie sich ja jetzt gegenseitig die Döttinger Höhe. Küke geht daneben. Macht er jetzt den Estre? Nein, er macht es nicht. Er setzt nicht an, um außenrum an der Antonis Küke zu überholen. Das ist ja das Duell Estre gegen Makowiczki. Ihr kennt es noch wahrscheinlich von NLS 2. Also unverändert Krisemann vor Küke. Die 6. Runde beendet. Ich denke mal, nach der nächsten wird dann wahrscheinlich schon der Tankstopp kommen. Es ist kurioserweise, ich habe mir mal die Listen der letzten Jahre angeschaut, total unterschiedlich. Es gibt tatsächlich Fahrer, die bleiben 11 Runden draußen. Andere kamen schon nach 6, 7 Runden rein. Also das gibt eine ganz unterschiedliche Taktik. Bei Krisemann kann ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, auch der Bruder möchte natürlich seine Zeit hier im Rennwagen absolvieren. Aber wir haben noch zwei Rennstunden vor uns. Kurz kam der Angriff von Michael Küke. Jetzt auf der Innenlinie kurz angetäuscht. Aber reiht sich noch einmal, ja nicht hinterher ein, sondern neben ihm. Jetzt aus dem Yokohama S. Und ich glaube, Küke hat so ein bisschen die bessere Linie. Hat jetzt ein bisschen mehr Qualm auf der Kette. Jetzt geht es Richtung Kurve 5. Vielleicht noch einmal antäuschend. Und dann geht es runter Richtung der Gutierkehre. Olli, aus deiner Sicht kommt man runter zur Gutierkehre vorbei? Da ist was machbar, weil da fährst du auch zwei verschiedene Linien. Kann natürlich auch sein, wenn dann Krisemann ein bisschen Kampflinie fährt, dann kann er besser rausbeschleunigen, aus dem Schumacher S den Schwung mitnehmen und dann oben zur Ravenol-Kurve ansetzen. Also es macht auf mich den Eindruck, als wäre Küke deutlich schneller. Und Krisemann, das Auto wirkt ein bisschen unruhig. Der ist ein bisschen nervöser. So beim Wechsel, bei diesem Lastwechsel von links auf rechts, sehen wir vielleicht jetzt hier im Schumacher S. Links, rechts, das müsste auch mit so einem Karriere-RSR-Volgas gehen. Hoch in Richtung Ravenol-Kurve. Thomas Adelt, der da überholt wird im BMW 325er. Oh, spät gebremst, auch ein bisschen überbremst. Und Küke macht einen auf Nummer sicher. Bleibt lieber hinter dem E30er BMW, um bloß nicht eine Kollision zu riskieren. Dadurch hat er wieder gut und gerne 200 Meter verloren. Ist dann doch wieder ein Stück zurückgezogen. Und das reicht für Krisemann alle Male, um ganz, ganz locker als Erster auf die Nordschreife zu gehen. Und da zu überholen, wird dann wieder umso schwieriger. Dann wird sich jetzt der gute Michael Küke im Verlauf der Nordschreife wieder ein bisschen ranziehen, wieder rankommen. Und dann werden wir Döttinger Höhe dasselbe beurteilen wie eben. 370 PS, wenn man sich einmal mit den Teams unterhält, sagt man diesen Fahrzeugen nach. Du weißt aber, mit den PS-Zahlen wird immer mal so ein bisschen rauf und runter, ja, nicht immer unbedingt die Wahrheit gesagt. Aber so um die 370 PS darf man hier durchaus sagen, hat man zur Verfügung. Der Krisemann, Branche, der wird ja von der Mannschaft rund um BSM, Edgar Zalewski, betreut. Der mit der ganzen Familie natürlich. Hier ist auch seine Frau, die strickt hier die Fäden in dem ganzen Programm. Zusammen ist die gute Seele im Team. Jetzt sind wir wieder in der Hatzenbach unterwegs. Jetzt muss Küke erst einmal, der Sieger von 2019, die Lücke zufahren. Bei Michel Küke, Olli, da wissen wir, der wird über die komplette Distanz gleich schnell sein. Bei Krisemann muss man dann abwarten, ob man hier so ein paar Sekunden Bruchteile oder Sekundenunterschied zwischen den beiden, Björn und Georg Krisemann, dann letztendlich vorfinden wird. Im Moment hat man aber auf jeden Fall mal die Nase vorne. Bei der Durchfahrt an Start und Ziel waren es ja nur mal gerade zwei Zehntelsekunden, aber aufgrund des Überrundungsmanövers, was wir gerade erlebt haben, hier zwei Stunden vorablauf der Renndistanz, da hat man doch das gesehen, dass man so ein bisschen auseinandergezogen jetzt auf der Nordschleife unterwegs ist. Was macht Althoff dorthin? Der ist auf Platz drei, Rückstand, ist um die 40 Sekunden, 35, 40 Sekunden groß. Und da wissen wir, wenn der an Nick Salewski übergibt, der wird dem Eddie Althoff in der Rundenzeit mal mit Sicherheit überhaupt nicht nachstehen. Man dürfte hier auf der aktuellen neunten Position unterwegs sein mit dem Gruppe 5 BMW 630 CSI, neunte Gesamtposition und die werden auch in wenigen Sekunden, jetzt ist es der Fall, Mensch Olli, du bist ein Hellseher, kommt gerade in diesem Moment hier an Start und Ziel durch. Ja, da war ein Boxenstopp, ne. Klar, letzte Runde, letzte Runde 13 Minuten 29. Dann waren die in der Box gewesen, haben gewechselt, ja. Ja, es war ja auch in den vergangenen Jahren so, um das vielleicht mit Olaf Mannlein nochmal kurz anzusprechen, so nach 5, 6 Runden ist der immer reingekommen, hat ja in den letzten Jahren, seitdem er für dieses Team ja bei den 24 Stunden Classic unterwegs ist, auch immer den Start dann gefahren, hat das Fahrzeug, den 635er CSI BMW, immer in den Positionen nach vorne gebracht und sensationell im vergangenen Jahr natürlich der 4. Platz im Gesamtklassement nach Ablauf der schwierigen 3 Rennstunden, wo wir Regen, wo wir Sonnen, wir hatten das ganze Programm an Wetterverhältnissen gehabt und da muss man wirklich den Respekt aussprechen, Olaf Mantei war in diesem Jahr im Übrigen auch schon mal in diesem Fahrzeug unterwegs. Entgegen der letzten Jahre, wo er immer nur einmal an den Start gegangen ist, haben wir ihn in diesem Jahr mit Peter Schumann, dem zweifachen Youngtimer-Vizemeister der Jahre 2010 und 2011, auf dem Hockenheimring erleben dürfen. Dort auch hier mit diesem Fahrzeug der Gruppe 5 am Start gewesen, fünfte im Gesamtesmo, fünfte in der Klassenwertung und daran sieht man auch, dass die Gruppe 5 Fahrzeuge im Gesamtklassement bei Youngtimer-Profi 2, das wird ja immer gesplittet bei einem Grand Prix-Kurs in Youngtimer-Profi 1 und 2, anders in diesem Jahr auf dem Hockenheimring, ich habe es eben erklärt, da gab es drei Gruppen, ja, da ist man immer vorne mit von der Partie bei den Fahrzeugen der Gruppe 5. Ja, ziemlich genau, eine Stunde ist rum, eine Stunde und fünf Minuten, das heißt, ein Drittel ist rum und was hatten wir jetzt in diesen ersten Drittels schon alles für 10, für Highlights, für tolle, fantastische Bilder, Zweikämpfe etc. und das garantiere ich euch, die das im Livestream natürlich verfolgen können, das wird sich in den nächsten zwei Stunden nicht viel ändern. Es wird weiter tolle Bilder geben, sehen hier Papa Stiebler, Hermann Stiebler, wie er unter Druck gerät von einem NSU-Prinz, NSU-Prinz, da denke ich direkt an den Namen Willi Bergmeister, ich glaube, du auch, weil das ist damals dieser NSU-Prinz mit Jägermeister-Lackierung gewesen, wo Willi Bergmeister eine Menge Spektakel gemacht hat und ein wunderschönes Auto, natürlich auch der BMW 2002, 1970 war es ja der erste Gesamtsieger eines, das ist Rotthoff, ja genau. Ja, das ist Chris Rotthoff. Bisschen gewaltig da durchgesetzt, aber alles gut. 1970 der erste Gesamtsieger eines 24-Stunden-Rennen, ja auch ein BMW 2002, Clemens Schickentanz und Hans-Joachim Stuck im Köppschin BMW. Und so die Entwicklungen, wenn man sich einmal anschaut, BMW, bayerischen Motorenwerke, die haben gar nicht begonnen mit dem Bau von Automobilen. Erst einmal wurden Motoren für Flugzeuge gebaut, dann ging man auch in den Motorradbau, Seitenwagen hat man gebaut und hat ja da auch gerade deutsche Piloten und Co-Piloten, die Beifahrer, zu Weltmeisterschafts-Ehren gebracht. NSU ebenso. NSU hat ja zunächst einmal Strickmaschinen, dann Fahrräder, dann Motorräder und dann erst später Autos produziert. Im Jahre 1873 wurde dann diese Mannschaft oder diese Firma erst in Riedlingen von Christian Schmidt und Heinrich Stoll gegründet. Ja, hier einmal der Blick in die tiefen Smoterraumes beim BMW hinein. Die Wolkendecke. Olli, wenn man auf unseren Livestream-Bildern schaut, rechte Seite. Oh, jetzt trifft es aber hier ein Team kräftig, ein Team, welches schwer gebeutelt ist und das ist die Stadtnummer 157, Andreas Mordersitzki, der aus Bremerhaven angereist ist, Info-Deskort RS 2000. Und das ist ein Fahrzeug mit dem 2-Liter-Motor, sagt die Bezeichnung 2000 schon aus. Im Jahre 1976 wurde dieses Fahrzeug gebaut und in der Ravenol-Kurve. Er hatte Glück gehabt, dass er direkt hier über die riesig asphaltierte Auslauffläche rüberfahren konnte, dass wir hoffentlich kein Öl hier auf der Strecke vorfinden. Andreas Mordersitzki, 58 Jahre jung, im letzten Jahr gar nicht hier am Start gewesen bei den 24 Stunden Classic jetzt leider der Ausfall für den Mann aus Bremerhaven. Andreas Mordersitzki, ja, und dann schauen wir auch einmal, es gibt natürlich viele Boxenstops, die jetzt hier nach und nach über die Bühne gehen. Wir sehen weiterhin leider das Fahrzeug von Andreas Mordersitzki hier neben der Strecke stehen. Also da wird dann eine Weiterfahrt nicht zu denken sein. Und da sehen wir auch auslaufende Flüssigkeiten. Riesemann ist vorne an der Spitze vor Michel Küke unterwegs. Althoff auf zwei, Hammel mittlerweile auf vier, Schumann-BMW auf der sechsten. Die Mannschaft rund um die Truppe von Ingo Pütz und Christoph Feuer auf der sechsten Position. Ingo Pütz kommt ja aus Mechernisch, hat Automobilkaufmann und Betriebswirt bei Saab und Toyota dort im Einsatz gebracht, gelernt und ist aber dann in den Familienbetrieb rübergewechselt. Pütz Motorsport, er ist der Chef von Pütz Motorsport und bereitet unter anderem ja auch Fahrzeuge für beispielsweise Markus Dünkelmann vor und für viele andere Ingo Pütz. Und der hat gesagt, diese Fahrzeuge, die 911er RSR-Fahrzeuge, die dürften mit rund 370 PS hier unterwegs sein. Und Christoph Breuer, Leiter der Entwicklungsabteilung für Straßenfahrzeuge bei Mantai Racing, ist hier der zweite Mann in diesem Team. Breuer im letzten Jahr ja auch an gleicher Stelle dabei gewesen. Achter Platz hat er im vergangenen Jahr abliefern können. Immer noch diese rot-gelbe Flagge, die heißt, wir nennen sie immer gerne die Ölflagge, das heißt einfach Verschmutzung, Kühlmittel oder was auch immer auf der Bahn. Auf jeden Fall nicht optimaler Fahrbahnzustand, um es mal dezent auszudrücken. Wir hatten ja viele Ausrutscher gesehen, da auch im Bereich Ahrenbergkurve, Schwedenkreuz. Es gibt die Möglichkeit mit diesen sogenannten E-Unit-Fahrzeugen, das ist die Truppe rund um Heinz Dummergalla, die können da mit so einem Pick-up kommen, machen die Klappe auf und dann wird Ölbindemittel oder dieses FINA pur gestreut und das kann das praktisch direkt aufsaugen. Die Frage ist einfach, was ist es genau, wie weit ist die Spur, lohnt es sich das überhaupt während dem Rennzimmern oder verflüchtigt es sich vielleicht sogar. Fakt ist, die Flagge ist draußen, für die Fahrer ein bisschen mehr vorsichtig. Vorsicht und dann, oder guck mal, da war der Scheiben. Ja, ich habe es jetzt bei drei Fahrzeugen gesehen, wollte dich aber nicht unterbrechen, aber du hast auch gesehen, Scheibenwäsche an. Bei uns an Start und Ziel ist definitiv noch absolute Trockenheit. Wir haben immer die Möglichkeit, auf den Rennleitungsturm auf das Dach zu schauen. Dort gibt es eine kleine Pfütze, aber die ist hier nur so ein bisschen, kleine Wellenbewegung aufgrund des Windes, aber keine Perlen, die dort auftauchen aufgrund niederkommenden Regens. Also hier oben an Start und Ziel, definitiv noch alles Trockenheit. Und jetzt sehen wir wieder eine schöne NSUTT hier im Bild. Das regnet, guck mal, aber richtig heftig sogar. Ich habe gerade gedacht, da ist doch so eine Spur. Jetzt sind die mit Slicks, ei, 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 das ist nicht ohne. Das ist oft, dass man den ersten Regen, der erste Regen kommt, immer Arnbergkurve-Schwedenkreuz, weil das ist der am westlichst gelegenste Punkt. Und ihr wisst genau, Wetter kommt im Regelfall aus dem Westen. Da ist es patschenass jetzt, Anfahrt Schwedenkreuz. Hier sieht man es jetzt deutlich. Also extremste Vorsicht, Vorsicht ist angesagt. Und bitte, Jungs, lasst die Kisten heilen. Einfach mal deutlich Schwung ausnehmen, bringt die Fahrzeuge hier hoch in die Boxenstraße. Bei der FHR spielt das nicht so die entscheidende Rolle. Die Fahrzeuge, die nach vier anderen K aufgebaut sind, müssen eh mit profilierten Reifen unterwegs sein. Aber dann gibt es in dieser Kategorie eben auch Fahrzeuge, die dürfen sogar slickbereit an den Start gebracht werden. Und jetzt wird man mit Sicherheit hier den ein oder anderen Boxenstopp vorziehen. Es sei denn, das ist ein Spiel auf Messerschneide. Olli, du kennst den Nürburgring sehr, sehr gut. Es regnet. Wir würden mal sagen, im Moment nur in diesem einen Schreckenabschnitt, was wir gerade so ins Bild bekommen haben. Das ist auch, solange das Wasser noch nicht steht, geht das alles noch. Die Reifen, die haben so eine hohe Temperatur, die haben dennoch genug Haftung. Das ist noch handelbar. Schlimm wird es, wenn Wasser steht, wenn das Wasser richtig auf der Bahn steht. Hier sehen die Corvette da ein bisschen weit nach außen kommen. Der macht jetzt auch ein bisschen vorsichtiger darüber. Flugplatz vorbei. Alles, alles okay. Machst du dir jetzt die Regenreifen drauf und hast den Regen aber nur an dieser Stelle Schwedenkreuz Flugplatz. Die fährst du dir dann auf dem nächsten Stück kaputt. Und wir sehen auch, da kommt doch schon wieder die Sonne raus. Siehst du am Schatten. Ganz klar, Sonne kommt auch wieder raus. Das heißt, es ist wirklich ein ganz kurzer Schauer. Der macht dich mehr nervös, als es alles andere ist. Aber Dr. Ovid versucht hier in der im Bild eingeblendeten Chef Roulette Corvette C2 Stingray. Der macht natürlich alles richtig. Geht hier mit dem 6,5 Liter Fahrzeug mal ganz, ganz ruhig um diesen schwierig zu fahrenden Streckenabschnitt. Der im Moment langsam aber sicher sehr, sehr nass wird. Der Mann aus Rösra, Zahnarzt von Beruf und Corvette. Oh nein, die 502 Olli. Hohenrein-Schikaner, oder? Direkt hier vor Start im Ziel. Ist es denn hier auch am Regnen? Nee, hier oben ist eigentlich Schnicks, ne? Nein. Ah, schade, schade, schade. So ein Riesenrennen gehabt. Sieben, ja fast acht Runden lang hier. Nee, sieben Runden waren es. Eine Riesen-Show geliefert. Ach, ist das ärgerlich. Was da passiert ist, können wir im Moment noch nicht sagen. Einfach nur schade. Wir sehen die Spur da unten. Könnte von ihm sein. Große Beschädigung kann ich so nicht erkennen, oder? Nein, im Moment haben wir nur den Einblick aus Fahrzeug von oben und müssen mal abwachen. Ach, da sitzt er dann. Ich glaube, das ist mehr so die... Der Frust. Frust, Traurigkeit über den womöglich verlorenen Sieg, weil... Ja, komm, trink mal einen aus der Pulle. Da steht der nächste Porsche-Anfahrt Richtung Pflanzgarten. Genau am Sprungügel steht die 201, müsste es sein. Ja. Flipper Motorsport. Flipper kennt man sich früher nur vom Suzuki Swift oder Honda Accord, Honda Civic. Das ist auch mit einem Porsche. Oh, da ist aber auch irgendwie was hinten links kaputt gegangen. Das ist auch ein technisches Problem. Ja, da siehst du, 201 gerade noch einmal in der Zeitlupe, im Replay. Vielen Dank dafür. Boah, Sieger. Ja, und Peter Oberndorfer sehe ich gerade. Das ist Peter Oberndorfer. Gesamtsieger, 24-Stunden-Rennen 1984. Gemeinsam mit Axel Felder damals. Gibt wieder mal sein Comeback. War ja auch jahrelang in der DTM für Opel im Einsatz, für BMW im Einsatz. Und hier, das sind schon ein paar Regentropfen mehr jetzt. Anfahrt Schwedenkreuz. Also, da möchte ich jetzt nicht entscheiden, was machst du denn für Reifen drauf. Jetzt steht auch das Wasser. Jetzt siehst du auch die Füße. Jetzt bist du mit Slicks. Aber wirklich ein Riesenproblem. Der Nächste, der raus ist, um die Rämmelmannschaft. Ja, eben gesehen. Da darf ich auch mal ganz kurz auf eingehen. Der Austin Mini Cooper S. Und hier sehen wir wirklich, wie die Fahrzeuge in Schwierigkeiten geraten. Austin Mini Cooper S. Detlef Bethke hier alleine an diesem Wochenende unterwegs. In dem 1300er Fahrzeug, in dem britischen Kompaktsportler. Und mit der 146er haben wir jetzt hier. Rämmel, Rämmel. Das ist die 17. Gesamtposition, die man bis dato eingenommen hat. Und der nächste Ausflug. Also, im Moment ist man hier doch, für meine Begriffe, hier und da deutlich zu schnell unterwegs. Und der nächste Mal. Ja, du bist halt im Rennen am Fahren. Und hier betrifft es gerade den Meisterschaftsfünf-platzierten. Das ist Tim Verhöfen. Und sein Kollege, erstmalig in der Mitte unterwegs, Norbert Peters. Und das ist das. Oh, Hammel Gülden. Das ist Andi Gülden vom Helm her. Das ist ein heftiger Abflug. Flugplatz oben, ne? Ja, damit schon einmal der Hinweis. Ahrenberg, also jetzt überall ein Abflug nach dem anderen. Wegen dem Wetter natürlich, brauchen wir nicht drüber reden. Wir sehen, dass es da richtig schüttet. Und wenn du da mit Slicks oben ankommst, da hast du keine Chance. Also Andi Gülden raus, die beiden E-Cadette raus. Ja, das war einmal der Meisterschaftsfünfte. Und hier der Weiße, Martin Jagorn, der Mann aus Burscheid, der in Assen vor einem Jahr mit dem Opegadett sein erstes Rennen fuhr. Also nicht er, sondern mit dem Auto. Und ja, jetzt haben wir Rennerbruch. Ja, es ist besser, es ist einfach sicherer, bevor noch mehr abfliegen, ist okay. Absolut okay, schade fürs Rennen, aber auch Andi Gülden, vor fünf Wochen, oder vor vier Wochen den Crash beim Quali-Rennen. Jetzt der hier, hast du im Moment nicht gerade das, was man Lauf nennt. Wobei hier natürlich, bei dem Wetter, da kannst du nichts für. Das ist auch Auto da im Bereich Armekro. Jetzt ist die rote Flagge draußen, das sehen die auch alle. Rote Flagge heißt dann, was ist es, Tempo 80 darf man, glaube ich, dann zurückfahren. Aber da ist es jetzt eh egal, da fährst du langsam. Das ist so schade, so ein tolles Auto. Hoffentlich kriegst du die Teile dafür noch. Der Gülden kann auch selber mit dran schrauben, das ist doch das kleinste Problem. Problem bei sowas ist immer, die Teile zu kriegen überhaupt für so ein Auto. Okay, jetzt haben wir eine Nordschleifenveranstaltung. Jetzt kommt man hier an Stand und Ziel vorbei. Man hat die rote Flagge zur Kenntnis genommen, wird ja auf allen Streckenabteilen gleichzeitig gezeigt. Wir sehen hier, das ist totales Aquaplaning. Da kannst du das Fahrzeug gar nicht mehr auf der Strecke halten. Jetzt kommt man hier an Start und Ziel vorbei, fährt jetzt über den Grand Prix-Kurs. Wie geht es dann weiter? Im Training wissen wir, rote Flagge, alle rein in die Box. Im Rennen Aufstellung an der Red Flag Line. Aber kommt man jetzt hier tatsächlich durch dieses Geschlängels in der Junder-Enkhof auf Start und Ziel, geht doch nicht. Weißt du einen Ablauf? Ich weiß es im Moment nicht. Ich muss auch mal nachfangen oder nachhören. Wir werden es beobachten können, aber ich dachte, wir könnten hier schon mal bei Infos weitergehen. Hier oben kein einziger Regentropfen. Hier ist es absolut okay. Teilweise kommt es sogar ein bisschen blau hinten raus. Ja, wir müssen es einfach mal abwarten, das weitere Szenario. Wir haben prinzipiell noch anderthalb Stunden, eine Stunde, 42 Rennzeit. Lass das mal, bis wir alle oben sind, bis wir das mal alles geklärt haben. Aber ich denke schon, dass man noch mal ins Rennen starten kann. Und wenn es nur für eine halbe Stunde ist, wird sich das auch schon rentieren. Aber hier, das ist einfach aus Sicherheitsgründen. Wir haben, wenn ein Mann wie Andi Gülden, ich glaube, es gibt keinen, der in den letzten zehn Jahren mehr Runden-Lotschef hat als Andi Gülden. Wenn der schon abfliegt, das Auto verliert, dann kann das auch jedem anderen passieren. Da ist es besser, auf Nummer sicher zu gehen und zu sagen, komm, ziehen wir den Stecker, machen wir die Nummer sicher. Bevor hier noch irgendeiner sich verletzt oder noch mehr Geld vernichtet wird. Es ist halt schwierig, da auch die Ersatzteile zu finden. Hier der 9-11er-Karriera-RSR, das ist schon heftig. Wir sehen auch, klar, er hat Slicks drauf, mit Slicks im Nassen, da machst du nichts. Ja, das ist auch geklärt. Wir sehen immer wieder, einen nach dem anderen Abfliegen, das ist... Aber er hat noch Glück gehabt, oder? Oder Gegenpettler, nee, alles gut gegangen. Boah, ganz leicht die Reifenstapel berühren, alles gut gegangen. Was haben wir hier? Das ist dann der Anfahrt-Armberg-Kurve. Ja, wir verlieren beide das Auto fast zeitgleich. Auch ein leichter Einschlag von dem Kadett. Der Porsche wird vom Kiesbaden aufgefangen. Oder? Ja, ja. Auch nochmal gut gegangen. Hier kommen die beiden E-Kadetts. Sie haben ja gesehen, wie die da standen. Nee, unten steht der E-Kadett. Und da sehen wir den C-Kadett, der abfliegt, der Escort. Ja. Das tut schon mehr weh. Das sind schon heftigere Einschläge. Oh, der Escort fasst. Patrick Peters kam gerade noch so vorbei. Und da stehen sie der Meisterschaft 5. Und der Meisterschaft 7. Platzierte in der aktuellen Youngtimer-Wertung. Ja, fast nebeneinander im Kiesbett. Also hier war Rennabbruch unabdingbar. Und da sehen wir das Ganze noch einmal im Replay. Patrick Peters, der Niederländer, hat gerade noch so dort die Kurve bekommen. Der ist ja auch in der Meisterschaft punktgleich mit einem weiteren Kollegen auf der 5. Position aufgelistet mit Martin Jagon. Also hier schwierigste Verhältnisse und es ist geklärt. Alles kommt in die Box hinein. Jetzt sehen wir noch einmal den Abflug des Paddy O'Grady, Porsche, den Breitbau Porsche. In Gruppe 5 Porsche mit Andy Gülden. Ja, da geht es ab. Konnte gar nicht mehr einlenken. Die Räder hatten keinen Grip mehr aufgebaut. Rein in die Reifenstapel. Und jetzt kommt noch einmal der Ajak in die Leitplanke hinein. Also erst die Reifenstapel dosiert, dann noch einmal in die Leitplanke hinein. Ärgerlich für Andy Gülden im letzten Jahr noch der Sieger der 24-Stunden-Klassik. Jetzt alles rein in die Box. Wir sehen Sarah Ganser, die ja am gestigen Tage auch noch unterwegs war in der RCN. Sarah Ganser ist einer von sechs Damen. Yves Scheer in der HEC. Das ist das Wichtigste gerade. Gürgen, Daumen nach oben. Das heißt, er ist fit. Ich weiß auch genau, seine Frau Isabella und die Kinder, die sitzen oben in Reiferscheid, fünf Kilometer entfernt und drücken natürlich die Daumen schauend zu. Und das Wichtigste ist zu sehen, dass der Papa okay, dass alles in Ordnung ist. Das ist mal das A und O. Ja, das Szenario. Und ich habe gerade mit unserem Regisseur gesprochen, der Dieter Forst heute, hat mich gefragt, was meinst du, wie lange das dauert, bis es mal ansatzweise weitergeht? Ich habe gesagt, also ich rechne mal mindestens eine halbe Stunde. Und bevor wir jetzt eine halbe Stunde uns hier einen kaputten Porsche anschauen, haben wir uns geeinigt. Wir machen so ein bisschen eine Rückschau-Highlight-Clip von 2020. Nicht nur Highlight-Clip, sondern einen Highlight-Film. Damit wir dann auch mal ein bisschen durchatmen können, Jörg, vielleicht auch mal nachhören bei der Race-Control, wann und wie es weitergeht. Und sobald es abzusehen ist, dass das Rennen wieder gestartet ist, gehen wir natürlich sofort wieder rein, unterbrechen an diesen Film. Aber damit ihr auch ein bisschen am Stream ein bisschen was Schönes zu sehen habt und nicht hier einfach nur eine leere Strecke und dunkle Wolken über der Nürburgring-Camprix-Strecke. Würde ich mal sagen, machen wir das so. Und Dieter, wenn ihr bereit seid, machen wir das so und geben jetzt ab. In den Highlight-Film von 2020. Es ist das größte Autorennen der Welt. Es sind die 24 Stunden auf der legendären Nürburgring-Nordschleife. Jackie Stewart taufte sie einst, grüne Hölle. Und seit 1970 gibt es dieses legendäre, dieses berühmte, dieses prestigeträchtige Langstreckenrennen auf der vielleicht schwierigsten Rennstrecke der Welt. Die im Nassen, wir sehen es hier in der Vorstartphase, natürlich umso schwieriger ist. Das ist ganz klar. Die ganz große Herausforderung war, dass wir bis vor ca. 8 Wochen eine Genehmigung hatten, dass wir überhaupt fahren können. Und dass sich ja wöchentlich die Lage ändert, auch überhaupt die ganze Situation auf der ganzen Welt. Und wir im Prinzip immer von Woche zu Woche arbeiten mussten und schauen, wie die Kreisverwaltung der Landesregierung da entscheidet. Und dass wir dann, je näher an die Veranstaltungen herangekommen sind, desto konkreter wurde es. Und ja, ich bin froh, dass wir jetzt hier stehen und dass es gleich losgeht. Renndirektor Walter Hornung spricht aus, was viele denken, ja, endlich hat es geklappt, die 24 Stunden. Sie können doch stattfinden. Ursprünglich geplant im Mai 2020, ausgetragen schließlich im September. James Clickenhouse sagt, es ist ein wundervolles Rennen und in dieser verrückten Zeit auch wirtschaftlich sehr hart für alle Beteiligten. Wir wissen, wie schwierig es mit der Corona-Krise, mit Covid-19 ist. Wir wollten alle bestmöglichst unterstützen. Wir haben auch den Sportwarten an der Strecke eine Unterstützung zukommen lassen. Hotels, Restaurants, alle sind hier beteiligt. Alle leiden unter der Corona-Krise. Und deswegen sind wir hier, sagt James Clickenhouse. Wir wollen, dass das alles hier weitergeht. Und weiter geht es in Kürze. Und zwar schon mit den ersten Metern auf der Nürburgring-Nordschleife. Wir sehen hier die finalen Startvorbereitungen. Es ist Nieselregen angesagt. Es ist Regen vorhergesagt. Das Rennen, es wird schwierig. Und das ist der Pokal, den später alle in den Händen haben wollen. Maro Engel hat diesen Pokal. Er steht auf der Pole Position. Er sagt, es ist eine große Ehre, hier auf der Pole zu stehen. Unglaubliche Strecke. Unglaublicher Ort. Immer etwas Besonderes, hier auf der Pole zu sein. Aber 24 Stunden, da beginnt jeder bei Null. Und das ist richtig schwierig. Es wird schwierig für alle Fahrer und für alle Teams. Es wird schwierig für alle Fahrer und für alle Teams. Aber damit rechnet man hier, wenn man hier in die Eifel kommt, zum 24-Stunden-Rennen. Es ist das härteste Autorennen der Welt, sagt Maro Engel. Wichtig. Der Schlüssel zum Sieg wird hier sein, die Reifen im Temperaturfenster zu halten. Das Wetter richtig und korrekt vorherzusagen. Zu antizipieren, wohin die Reise hier geht. Ja, und dann wäre da noch die Nürburgring-Nordschleife, die das Ganze natürlich noch etwas schwieriger macht. Ich habe es gesagt, eine tückische Rennstrecke, eine ausgesprochen anspruchsvolle Rennstrecke, eine echte Fahrerstrecke. Und damit gehen wir rein in die finalen Vorbereitungen und sehen den Ferrari von Oktan 126. Jonathan Hirsi sagt hier, gestern im Qualifying haben wir alles richtig gemacht, haben die Reifen, das Auto perfekt genutzt und deswegen die Performance auf die Strecke gebracht. Überraschend auf Platz 2. In den Top 10 nur Mercedes und BMW vertreten, mit der Ausnahme der Ferrari auf der zweiten Position. Markus Winklok sagt hier, bei so einem Wetter ist es das Wichtigste, das Auto einfach nur in der Nacht auf der Strecke zu halten. Am Sonntag soll es trocken werden, dann muss man mal schauen, wo man steht. Im Augenblick, ja, schwierige Bedingungen, das Rennen wird äußerst anspruchsvoll für Mensch und Maschine. Robert Rehnauer sagt hier, ich habe mich nicht sehr ausführlich vorbereitet, habe nur die Übungssessions, die erforderlich waren, gefahren, ansonsten keine VLN-Rennen. Jetzt muss er den Start fahren und er sei ein bisschen nervös. Also darf man gespannt sein, grüne Flagge ist draußen, das Rennen damit insofern freigegeben, als dass sich die Fahrzeuge auf die Einführungsrunde begehen. Also eine Reconnaissance Lab, gewissermaßen einmal schauen, wie sind die Bedingungen auf der Nordschleife. Ja, und dann geht es los. Die hat es zweimal rund um die Uhr über diese herrliche, über diese einmalige Rennstrecke in der Eifel. Unten eingeblendet sehen wir die Startaufstellung, also auf der Pole Position der Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 4 und mit Maro Engel jeweils grün hinterlegt, die Fahrer, die sich im Fahrzeug befinden. Weiß, das sind die Herrschaften, die dann später ins Lenkrad eingreifen dürfen. Und hier, da haben wir die Streckengrafik, das sind 25,378 Kilometer. 38 Linkskurven, 40 Rechtskurven. Ja, die Nürburgring-Nordschleife lässt Herzen höher schlagen, aber momentan schlagen die Herzen vor allem höher, weil die Anspannung ist groß, wenn wir reingehen in die Startphase. Das ist die Gruppe 1, los geht's, 24 Stunden Nürburgring 2020, sie sind freigegeben. Da haben wir auf den ersten Metern schon die erste kleine Sensation, denn der Ferrari von P2 kommend übernimmt hier die Führung. Hirschi schnappt sich hier noch vor der ersten Kurve die erste Position dahinter, geht das Feld irgendwie durch dieses Nadelöhr. Scheint erstmal alles gut gegangen zu sein. Der Ferrari also überraschend an der Spitze des Feldes. Der erste kleine Finger zeigt die erste kleine Überraschung in diesem so langen, in diesem so anspruchsvollen Rennen. Wir befinden uns natürlich immer noch auf der Grand Prix-Strecke und da wird schon gekämpft um die Spitzenposition. Es sind natürlich die besten Überholstellen jetzt noch da, das ist ganz klar, denn sobald's auf die nasse Nordschleife rausgeht, da wird's richtig knifflig. Da will natürlich jeder möglichst clean air haben, möglichst freie Sicht nach vorne und die gibt's nur in dieser Startphase, wenn du auf der ersten Position bist. Der Ferrari von Hirschi also massiv unter Druck hier von der Nummer 9. Raffaele Marciello, der will vorbei im gelben Mercedes. Aber noch hat der Ferrari hier die Spitze kontrolliert. Der zweite Mercedes mit der Nummer 4, das ist Maro Engel, das ist der Paul Mann. Ganz erfahrener Mann hier auf der Nürburgring-Nordschleife. Auch der wird natürlich nicht locker lassen, auch der will natürlich vorbei, aber erstmal muss er sich hier zufrieden geben mit P3. Feld fliegt jetzt an zum ersten Mal auf die Schikane. Da wird's drauf ankommen, den Bremspunkt richtig zu treffen. Und dann wühlt sich das Feld zum ersten Mal rein, in die Nordschleifen einfährt. Und dann geht's hier richtig rund. Und da ist es auch schon passiert, eingangs der Nordschleife der Ferrari ist die Führung auch schon wieder los. Raffaele Marciello überholt, ist also vorbeigegangen. Der Ferrari nur kurz an der Spitze in diesem Rennen. Jetzt also Mercedes wieder vorne. Aber nicht der Mercedes, der die Paul-Position gefahren hatte. Nein, das Schwesterfahrzeug und hier Maro Engel will's probieren, aber steckt nochmal zurück. Mutig, dieses Manöver, das wär's zumindest gewesen. Aber er hat dann eingesehen, das wird nicht funktionieren, das wird nicht reichen. Und wir sehen sofort, der Mercedes von Raffaele Marciello, der setzt sich sofort ab. Der Ferrari scheint hier auf der Nordschleife das Tempo doch nicht ganz mitgehen zu können. Nächster Versuch, Maro Engel, der BMW steht auch schon an. Außenrum, Regenlinie. Ja, das erfordert schon Herz, das erfordert schon Mut. Wurde aber klasse gemacht hier jetzt auf der Verfolgung seines Markenkollegens hier auf der Nordschleife. Und wir sehen diese Gischt, diese Gischt, die diese GT3-Fahrzeuge aufwirbeln. Das ist also äußerst schwierig, was die Fahrer hier zu meistern haben. Die Sicht praktisch gleich null, während wir hier sehen, wie die zweite Startgruppe dann unterwegs ist. Geht jetzt auf Start und Ziel und damit auch das Rennen für die nächste Gruppe an Fahrzeugen freigegeben. Während also die Spitze sich schon auf der Nordschleife befindet, biegt jetzt hier die zweite Gruppe gerade ein. Für ihren Start ins Rennen auf den Grand Prix Kurs. Erste Schikane. Da fädelt sich das Feld ebenfalls gut ein. Tückische Bedingungen hier in der ersten Kurve. Manchmal hat man hier stehendes Wasser. Manchmal rutscht es dann doch ein bisschen mehr, als man es sich vorher gedacht hat. Aber auch hier alles gut. Jeder ist hier vernünftig, weiß ganz genau. Ein 24-Stunden-Rennen, das wird eben nicht in der ersten Kurve entschieden, sondern dann über die Distanz. Vorhin haben wir es ja schon gehört, erstmal durch die Nacht kommen. Das ist hier die Priorität. In der Vergangenheit waren die 24-Stunden-Rennen am Nürburgring oft eine Sprintveranstaltung, sofern die Strecke trocken war. Aber hier kommt es jetzt natürlich vor allem auf Ausdauer an. Und darauf keep it on the black stuff. Also auf dem Schwarzen halten, auf dem Asphalt halten, unter jeden Umständen auf der Strecke bleiben und durchkommen. Und da sind wir schon bei der Spitze auf der Döttinger Höhe, auf der langen, langen Geraden, die einfach nicht enden will. Wir sehen die ersten beiden, Raffaele, Marcello, Mau, Engel, haben aus der Nordschleife kommen. Schon einen gewaltigen Vorsprung auf ihre Verfolger. Setzen sich also sofort ab. Der BMW auf der dritten Position, deutlich distanziert. Ja, und wir sehen das Feld, das zieht sich auseinander. Schon auf den ersten 25 Kilometern gibt es hier also doch gewaltige Abstände. Und der Ferrari, der ist auch schon deutlich zurückgefallen. Immer wieder herrlich zu sehen, diese Windschattenduelle auf der Döttinger Höhe. Werden Geschwindigkeiten von jenseits von 250 kmh erreicht, auch im Regen. In diesem Augenblick, also haben wir Gewissheit. Der Mercedes-AMG mit der Nummer 9 an der Spitze. Fünf Sekunden vor dem Schwesterfahrzeug. Und dann dauert es noch ein kleines bisschen. Dann wird auch der BMW zum ersten Mal über die Linie kommen. Und dann haben wir die aktuellen Abstände. Werden wir hier nochmal sehen, die Bilder aus der Schikane am Ende der Döttinger Höhe. Also innerhalb von 20 Sekunden die Top 3 in diesem Rennen. Aber die Duelle, die Zweikämpfe, die reißen natürlich hier nicht ab. Das ist ganz klar. Jetzt bei diesen Wetterbedingungen, da versucht jeder irgendwie Boden gut zu machen. Da versucht jeder irgendwas zu schaffen. Das ist ganz klar. Denn das Wetter ist schlechter vorhergesagt. In der Nacht soll es weiter regnen. Den Fahrern und ihren Teams ihnen steht. Also ein aufregendes, ein spannendes, ein sehr anspruchsvolles 24-Stunden-Rennen hier ins Haus. Marco Mapelli im Lamborghini. Er versucht hier eine Aufholjagd hinzulegen. Gestartet von P23. Versucht sich jetzt hier allmählich in der Spitzengruppe zu etablieren. Und da fahren wir mit bei Martin Tomczyk im BMW. Genießen mal den Onboard-Sound. Und da kommt der Lamborghini auch schon vorbeigeflogen. Herrliche Bilder hier aus der Onboard-Perspektive. Martin Tomczyk werden Sie wahrscheinlich nicht gefallen. Aber da haben wir ein schönes Überholmanöver gesehen von Marco Mapelli. Der Ferrari schon an der Box. Erster Fahrerwechsel. Hirschi raus. Simon Trummer übernimmt. Und wir hören Reifenprobleme beim Ferrari, der offenbar nicht ideal gelegen ist auf den ersten Metern. Weitere Boxenstops. Auch der Frikadelli-Porsche ist drin. Hans-David-Arnold sagt, das ist ziemlich hart da draußen. Das Hauptproblem für uns ist, die Reifentemperatur und den Reifendruck hochzuhalten. Es funktioniert für zwei Runden mit dem, was wir am Setup haben. Aber dann denkst du, oh, jetzt wird es schwierig. Und die letzten vier, fünf Runden, das wird echt richtig schwierig. Und er sagt noch, es ist verrückt. Ja, das ist das 24-Stunden-Rennen. Das ist die Eifel. Du weißt nicht, was dich hier erwartet. Und das Wetter am einen Ende der Rennstrecke kann am anderen ganz anders ausschauen. Die Spitzengruppe also in der Box. Wir sehen das Fahrzeug mit der Nummer 9, den Mercedes-AMG GT3 von Raffaele Marcello, der weiter im Auto sitzt. Alles unaufgeregt bei ihm. Der normale Service. Mannschaft kümmert sich hier um das Fahrzeug. Und dann geht es in Kürze auch schon wieder auf die Reise. Und auch das Schwesterfahrzeug hier, der Mercedes-AMG GT3 mit der Nummer 4 von und mit Maro Engel. Das Paul-Fahrzeug ebenfalls zum Service drin. Das sind also die ersten Boxenstops und da sehen wir auch den Lamborghini abbiegen. Routine, trotz der schwierigen Bedingungen erstmal reinkommen ins Rennen. Da wird die erste Analyse stattfinden. Da wird reger Funkkontakt herrschen. Wie ist die Strecke? Was machen die Reifen? Wie verhält sich das Fahrzeug? Was ist mit der Kühlung? Kriegst du Temperatur in die Reifen? Da gibt es also auch einen Fahrerwechsel. Marco Barpelli steigt aus. Teamkollege übernimmt dann der Steuer. Drei bis vier Fahrer teilen sich hier ein Fahrzeug auf der Nürburgring-Nordschleife. In normalen Jahren, wenn Corona keine Rolle spielt, dann sind hier bis zu 700 Fahrer am Start. Maximal 170 Fahrzeuge in diesem Rennen dieses Jahr. Aufgrund der Situation, aufgrund einiger Rückzugs sind es 97 Fahrzeuge, also etwas weniger als sonst. Weniger Fahrverkehr. Aber sei es drum, das Rennen, das ist trotzdem spannend. Das ist jetzt eine ganz interessante Geschichte mit Suthi Pong Smita Charch, ein Thailänder, der mit seinem Team hier am Start ist. Er sagt, wir haben zwei Monate gebraucht, um für unsere Anreise zu sorgen, um die Dokumente zu kriegen. Mit Thailand, da ist man derzeit sehr streng. Und Thailand hat auch ganz genau kontrolliert, wer geht überhaupt hier raus ins Ausland, wer darf nach Deutschland einreisen. Corona hat es also schwierig gemacht. Aber das thailändische Team, Toyota Gazoo Racing Team Thailand, das ist hier am Start. Ich habe die Nordschleife schon geliebt, seit ich ein kleiner Junge war. 2014, dann waren wir zum ersten Mal hier, war sofort begeistert. Und ich habe die Strecke dann, so sagt hier Suthi Pong Smita Charch, ich habe sie immer mehr schätzen und lieben gelernt. Nürburgring Nordschleife, sie ist einfach so anders als alles andere, was es gibt auf der Welt. Ja und damit zurück im Renngeschehen nach diesem kleinen Ausflug ins Starterfeld. Wir sind mit den Kameras auf der 7.04 von der Scuderia Glickenhaus. Und da sehen wir den Chef, James Glickenhaus, den Visionär, den Boss des Rennstalls. Der applaudiert und ist zufrieden mit seiner Mannschaft, während wir hier wieder sind. Bei der Spitzengruppe. Raffaele Marcello hier im Karussell. Schöne, urige Passage auf der Nürburgring Nordschleife. Und die anderen Fahrzeuge, die sich hier durch den Verkehr wühlen. Und da steht ein BMW. Das ist die Nummer 100 von Walkenhorst Motorsport. Mario von Bohlen ist gefahren. Wir sehen die entsetzten Blicke in der Box. Das schaut natürlich alles andere als gut aus, das ist klar. Fahrzeug offensichtlich gecrasht, von der Strecke abgekommen, eingeschlagen. Wir fahren mit beim Falken-Porsche von Martin Rackinger. Der fährt jetzt vorbei an der Unfallstelle. Gibt noch keine Aufschlüsse zum Unfallhergang. Aber ja, dieses Fahrzeug ist doch ziemlich demoliert. Ja und da sehen wir den entsetzten Blick von Jörg Müller. Ehemaliger Rennfahrer jetzt bei Walkenhorst Motorsport. Unter anderem als Renningenieur, Dateningenieur tätig. In Teams ist es ja gestattet, dieses Fahrzeug zu bergen, zurück zur Box zu bringen und weiterzufahren. Aber irgendwas klappt hier nicht. Die Koordination will nicht Jörg Müller. Es steht ihm blankes Entsetzen im Gesicht. Und auch in der Box ist man wenig begeistert. Das ist der Blick von Mirko Bortolotti. Und ich habe da den Lamborghini stehen sehen. Ich weiß noch nichts Genaues, weil die Delemetrie hat alles im grünen Bereich angezeigt. Und plötzlich hat der Fahrer dann gesagt, I'm losing fuel, I'm losing fuel. Dann hat er gesagt, I'm losing oil. Und dann hat er gesagt, er hat weißen Rauch vorne am Kühler. Das hat man dann auch am Fernsehen gesehen. Und wir können also nichts sagen, was passiert ist. Ob da ein Wasserschlauch gegangen ist, was vielleicht möglich sein könnte. Und wir kommen da jetzt nicht hin. Die bringen jetzt das Auto hier zurück. Tja, das war es mit der Aufholjagd des Lamborghini Huracan GT3 Evo von Konrad Motorsport. Wir haben Teamchef Konrad gerade im Interview gehabt. Also Feierabend für die Mannschaft der Lamborghini. Muss abgesteppt werden. Vielleicht geht er nochmal ins Rennen. Aber die Chance auf eine Topplatzierung, die ist natürlich dahin. Splitscreen und die aktuelle Zwischenstände unten eingeblendet und im Laufband. Also Mercedes mit Doppelführung vor Audi. Werden wir hier mitfliegen. Bei einem BMW und bei einem Porsche einmal über die Nordschleife. Schönes Fernduell hier von David Pitard gegen Peter Dumbrake. Die haben sich hier gegenseitig verfolgt. Und wir sehen es, der Nebel hat die Nordschleife im Griff. In den vergangenen Jahren wurden manchmal Rennen wegen Nebels unterbrochen. Das scheint jetzt hier kein Thema zu sein. Der Regen wirkt mir auch etwas geringer, als er auch schon war hier. Scheint also gerade alles irgendwo noch zu funktionieren. Maximilian Götz, auch ein ganz erfahrener Mann hier auf der Nürburgring-Nordschleife. Ein ganz erfahrener Mann im GT3-Auto. Steht jetzt bereit für den nächsten Stint. Und wir sehen, die Lichter gehen an. Wir fahren langsam rein in die Dunkelheit. Die nächsten Boxenstops stehen an. Die nächsten Fahrerwechsel. Manuel Metzger inzwischen auf dem Fahrzeug mit der Nummer 4. Damit also mit dem Boxenstopp des Mercedes mit der Nummer 4. Die 9 zwischenzeitlich in Führung. Die 9, das ist das Fahrzeug hier, auf das Maximilian Götz wartet. Aber es kommt noch nicht. Da gibt es ein bisschen Fingergestik. Ist er doch durchgefahren oder was passiert hier? Maximilian Götz. Da haben wir die 9, da haben wir das Fahrzeug. An Bord. Auf der Grand Prix-Strecke. Ja, das wird immer dunkler an der Nürburgring-Nordschleife. Und das ist natürlich durch die Corona-Verschiebung des Termins auch ein Problem. Die Nacht. Die Nacht in der grünen Hölle. Sie ist natürlich länger als im Juni, ganz klar. Ja, im Sommer. Unheimlich wutschig, sagt Augusto Favos. Der Regen, der kommt und geht, macht uns das Leben schwer. Frederik Werwisch sagt. Ja, in der Gisch, da fährt man manchmal blind. Es ist riskant und man versucht aber irgendwie das Risiko zu begrenzen. Aber bisher, toi, toi, toi. Man respektiert sich, man schätzt sich. Also die Fahrer auf der Rennstrecke, sie kommen gut miteinander klar. Ja, ich habe es gesagt. Es ist nicht im Sommer dieses Rennen dieses Mal. Es ist im Herbst. Und dann zeigt sich die Nordschleife natürlich auch von ihrer eher unbeliebten Seite. Harald Potschig, er sagt, nicht schön da draußen. Viel Öl, Unfälle, alles nicht so einfach. Jede Runde ist anders, jede Kurve ist ein bisschen anders. Wir müssen jetzt erstmal schauen, was dann hier in der Nacht passiert. Und die Nacht, die ist natürlich jetzt auch angebrochen. Wir sehen hier Fahrzeuge der kleinen Klasse, die natürlich gleichzeitig auf der Strecke sind, wie die GT3s, wie hier zum Beispiel die Audi R8 LMS EC3. Bei Gefahren von Christopher Mies. Christopher Mies sagt ja, die Nacht ist länger, das ist eine Sache. Und dann fehlen die ganzen Fans rund um die Nordschleife. Man sieht keine Grillfeuer, man sieht nichts. Man hat keine Lichterlampen oder Feuerwerk, das die Strecke erhält. Also alles anders, auch für die Fahrer. Ja, und dann immer wieder Regen, kein Regen, doch Regen, Nieselregen, Nebel. Alles, was dazu gehört. Das Eifelwetter macht seinem Namen also alle Ehre. Aufnahmen von der Rennstrecke von der grünen Hölle. Der nächste bittere Moment in diesem Fall für Lukas Dolz und Maro Engel. Die Nummer 4 von Manuel Metzger mit Dreherausgangsschwalbenschwanz. Einer der Mitfavoriten auf den Sieg. Das ist die Cam, das ist passiert. Crasht hier. Das war es der erste Mal. Maro Engel erklärt, wir waren auf dem Dry-Wet-Reifen unterwegs. Das war bis dahin der beste Reifen. Und Manuel wollte das Fahrzeug in die Box zurückbringen, hat es dann aber außer Kontrolle verloren. Das kann passieren. Wir wissen, mit dem Wetter ist es irre hier. Es ist verrückt. Wenn es regnet, dann kommt es richtig, dann schüttet es. Und da war es eben nasser als gedacht und dann konnte er das Auto nicht in der Spur halten. Und da haben wir die Bescherung. Der Mercedes mit der Nummer 4 doch arg gebeutelt, doch arg beschädigt. Und wir sehen weitere Zwischenfälle hier. Das Fahrzeug mit der Nummer 25, Patrick Kolb. Im Porsche rodelt von der Strecke. Eingangs Turn 1. Das ist wohlbemerkt auf der Grand Prix-Strecke. Rein ins Kiesbett. Also wer selbst hier den Abtrieb verliert, wer selbst hier runterrutscht. Das kann nur bedeuten, die Bedingungen sind äußerst schwierig. Ja, kalt ist es am Nürburgring. Das ist ganz klar die Nacht. Sie wird lang und sie wird anstrengend. Und ein Kaffee, ein warmer Kaffee oder Tee, der kann da ein bisschen Abhilfe schaffen bei dem Sportbad in der Boxengasse. Wir sehen weitere Szenen aus der Nacht. Onboard von Maximilian Götz und es kommt zur Kollision hier. Und wir sehen, wie das andere Fahrzeug der Porsche einfach stiften geht, fliegen geht, rutscht. Da gibt es kein Halten mehr. Und das gilt es natürlich in so einem 24-Stunden-Rennen unbedingt zu vermeiden. Diese Berührungen, diese kleinen Feindkontakte. Weil jeder kleine Feindkontakt, jeder kleine Unfall, der kann schon das Ende bedeuten. Maximilian Götz bringt das Fahrzeug also an die Box. Und ich glaube, Raffaele Marcello macht sich da bereit zum Fahrerwechsel. Da gibt es nochmal ein paar Instruktionen. Ein Fahrer darf maximal drei Stunden am Stück fahren. Dann braucht er mindestens zwei Stunden Zwangspause. Erst dann darf es wieder weitergehen. Raffaele Marcello also zurück am Lenkrad. Da sind wir auch schon mit ihm unterwegs. Und er ist der Nächste, der sich dreht. Das ist der Streckenbereich Kallenhardt. Und das setzt er den Mercedes in die Leitplanke. Die Sternenmarke also bei der Dunkelheit mächtig gebeutelt. Und schon zwei Top-Autos damit in Schwierigkeiten geraten. Aber es scheint noch okay zu sein für Raffaele Marcello. Und da rutscht er nochmal runter. Ich glaube es nicht. Der zweite Fehler. Zum zweiten Mal er von der Strecke abgekommen. Und dieses Mal ist er eingeschlagen. Dieses Mal hat es definitiv was abgekriegt, das Auto. Fährt aber noch, aber nicht mehr sehr schnell. Also, bittere Momente hier für das Team Gatsby rund um Raffaele Marcello. Ja, und das ist die Enttäuschung im Cockpit. Das ist ganz klar der Italiener. Der hat es in der Hand gehabt. Buchstablich. Sein Statement. Alle haben sich gedreht. In der Kurve, in der ich mich gedreht habe, da hat sich auch Dries Fanto gedreht. Irgendwann ist jeder in die Leitplanke gerutscht. Das war eigentlich noch okay, aber dann später, als ich den Crash hatte, keine Ahnung, was da genau passiert ist. Vielleicht war es ein ABS-Fehler. Auto hat auf jeden Fall direkt gerade ausgelenkt. Wir müssen erst noch schauen, was da genau los war. Tut mir natürlich leid für mein Team und meine Teamkollegen. Es ist natürlich bitter, aber es ist jetzt so. Onboard bei Christopher Hase, dem aktuellen zweiten im Audi R8 LMS. Und wir sehen die Sicht, sie ist sehr, sehr schlecht. Die Gischt des Vordermanns, der glatte Asphalt, die Randsteine. Und da dreht er sich. Ausgangs der Kurve. Christopher Hase kann irgendwie einen Einschlag gerade noch vermeiden. Uiuiui, genau. Das sind die Blicke in der Box, die Mechaniker. Die haben das natürlich gesehen. Jetzt das Auto bloß wieder in Gang bringen. Rückwärts Gang. Ein Auto ist durchgefahren und weiter geht's. Ja, da möchte ich jetzt mal gerne den Herzschlag sehen. Das Piloten Christopher Hase, der wird bedient sein jetzt. Das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Bei vielleicht einem Doppelstint in der Nacht. So eine Aufregung. Und da sehen wir rote Flaggen. Das Rennen wird unterbrochen. Um kurz nach 22 Uhr Ortszeit am Nürburgring. Die Bedingungen also zu schlecht. Alle Fahrzeuge zurück an die Boxengasse. Nichts geht mehr. Es gab schon mehrfach in der Geschichte des 24-Stunden-Rennens auf der Nürburgring-Nordschleife, dass aufgrund der Wetterlage kein Fahrbetrieb mehr möglich war. Und dann tut die Rennleitung das einzig Richtige, nämlich den Fahrbetrieb einzustellen und für die Sicherheit der Beteiligten zu sorgen. Der Nürburgring, er hat über die Jahrzehnte viele unterschiedliche Wetterlagen gesehen. Das Schlimmste, was man sich nur vorstellen kann. Sturzbäche, klassisches Eifelwetter, Regen, Hagel. Ich weiß nicht, ob beim 24-Stunden-Rennen auch mal Schnee dabei war. Es gibt immer etwas, was man nicht erwartet. Ob es eine Regenschauer, ein Gewitter oder vielleicht auch mal Schnee oder Hagel ist. Nebel natürlich in der Nacht eventuell. Man muss sich auf alles einstellen. Und das macht die Strecke natürlich auch ein Stück weit besonders. Und das macht die Strecke natürlich auch ein Stück weit besonders. Wie war es denn, dass selbst die Heavy-Wads, die wir hatten, zu Aquablaning geführt haben? Ich bin gerade, Blecke Molen war im Auto und kam dann in die Box. Und ich bin dann rein. Wir waren das schnellste Auto und wir haben richtig gut aufgeholt. Man hat dann das Rennen gestoppt, weil es einfach zu gefährlich war. Obwohl wir das schnellste Auto waren, war ich absolut einverstanden. Denn das war ein Ritt auf der Rasierklinge. Ja, das war der Regen, der zum Abbruch geführt hat 2013. Dann 2016. Da kam irgendwie alles zusammen. Sonnenschein, dann kam Regen, dann kamen richtig dicke Hagelkörner. Es hat so dicke Hagel, dass verschiedene Fahrzeuge einfach nicht mehr die Fuchshörer hochgekommen sind auf den Slicks. Ich glaube, der ein oder andere kann sich daran noch erinnern. Mein Teamkollege hat gesagt, ich komme nicht mehr vorwärts. Und er hat gesagt, hä, das kann nicht sein. Dann haben wir die Bilder gesehen und das hast du halt nur hier. Ja, das sind die Onboard-Aufnahmen von damals. Das auf der Strecke, das Weiße, das ist der Hagel. So sehr hat es hier runtergeschüttet, so her hat es runtergehagelt. Sah aus wie im Winter, sah aus wie als wäre ein Streufahrzeug über die Rennstrecke gegangen. Nein, das war die Naturgewalt. Landmotorsport damals mit den richtigen Reifen zum richtigen Zeitpunkt und mit dem Sieg am Ende. Ja, und immer und immer wieder die Nürburgring-Nordschleife. Es ist einfach kein gewöhnliches Terrain. Es ist einfach völlig außergewöhnlich. Tja, und damit sind wir wieder nach der kurzen Zeitreise durch die Geschichte des 24-Stunden-Rennens und besonderen Abbrüchen zurück in der Gegenwart im Jahr 2020. Wir sehen die vollgefüllte Boxengasse. Alle Fahrzeuge sind da. Das heißt übrigens, keine Park-Fermet-Bedingungen an den Fahrzeugen darf ausdrücklich gearbeitet werden. Und wir kriegen den aktuellen Zwischenstand hier an der Spitze Audi. Also mit Dreifachführung vor BMW und Porsche. Mercedes, was am Anfang so deutlich vorne war, nur noch gerade so in den Top 10 auf Position 8. Ja, und inzwischen ist auch klar, 9,5 Stunden Zwangspause. Man hat schon in der Nacht gesagt, das wird nichts mehr. Wir warten ab bis in die Morgenstunden. Um 8 Uhr ist dann der Restart angesetzt. Also man hat sehr, sehr lange pausiert. Und da sind wir auch schon drin beim Neustart. Rennen wieder freigegeben, die 24 Stunden am Nordrückring. Sie laufen wieder. Wenn man diese Bedingungen so sieht, dann mag man sich nicht ausmalen, wie schlecht das Wetter gewesen sein muss in der Nacht. Jetzt ist immer noch sehr viel Gisch zu sehen. Jetzt sind die Streckenbedingungen immer noch irre. Aber in der Nacht, da war es noch viel schlimmer. Also nur die richtige Entscheidung hier, die zweite Startgruppe, dieses Rennen zu unterbrechen und dann mit Verzögerung neu zu starten. Die Distanz, die 9,5 Stunden, die nicht gefahren wurden, die werden natürlich nicht hinten dran gehängt. Diese Zeit ist einfach nicht gefahren. Das Rennen endet trotzdem nach 24 Stunden ganz normal. Da gab es den ersten kleinen Zwischenfall hier. Maxime Martin wurde hier umgedreht. Da gibt es den nächsten Zusammenkommener. Frikadelli Racing war hier involviert. Und immer wieder das Ausfächern hier auf der Zielgeraden, um irgendwie ein bisschen Sicht zu kriegen auf den Bremspunkt hier für Turn 1. Der ist so wichtig. Der ist so entscheidend dafür, wie man hier durchs Nadelöhr durchkommt. Frank Stippler verliert hier die erste Position. René Rast im Audi mit der 29. Der geht durch. Und auch Christopher Hase zieht mit, wenn ich es recht gesehen habe. Also Positionswechsel hier Audi intern und neue Spitzenreiter hier beim 24-Stunden-Rennen. Immer, immer wieder sehen wir Überholmanöver auf der Grand Prix-Strecke. Und das ist auch kein Wunder, das ist noch ein bisschen kontrollierbar für die Fahrer. Viele davon natürlich auch bei einschlägigen GT und Sportwagenserien unterwegs hier auf dem normalen Nürburgring, auf dem normalen Grand Prix-Kurs. Den kennt man aus dem FF, die Nordschleife natürlich auch. Aber da sind ein paar Unwägbarkeiten drin. Da sind ein paar Faktoren drin, die kannst du nicht einschätzen. Da gibt es auch nicht viel Platz, da gibt es nicht viel Auslauf. Deswegen, wenn du dein Überholmanöver auf dem Grand Prix-Kurs machen kannst, umso besser. René Rast kommt an die Box. Das ist eine Strafe für die Fahrer in der Startnummer 29 wegen der Missachtung von Flaggensignalen. René Rast also hier zur Stop-and-Go-Strafe gebeten, 32 Sekunden lang. Das ist natürlich schon Herb, das kann dich auch aus dem Wettbewerb werfen. Sollte man also ebenfalls tunlichst vermeiden. Diese 32 Sekunden hier, die sind natürlich extrem bitter, weil in der Zeit fährt die Konkurrenz, macht die Konkurrenz Meter und du musst hilflos zuschauen. Du kannst natürlich auch nichts erledigen am Fahrzeug. Und da ist René Rast wieder unterwegs mit seinem Fahrzeug. Wie gesagt, eine halbe Minute hat er verloren. Das ist schon ziemlich viel. Das ist eine Welt hier auf der Nürburgring-Nordschleife. Vor allem dann, wenn man sich Chancen auf den Gesamtsieg ausrechnet. Währenddessen sehen wir hier, Christopher Mies wird überholt vom BMW mit der Startnummer 99. Der BMW auf dem Vormarsch hier schön reingebremst. In der Schikane, klasse Manöver, sauber ausgeführt, wie aus dem Lehrbuch, das auf nasser Strecke. BMW also kommt in Fahrt, da scheinen jetzt Bedingungen zu sein, die dem BMW hier taugen. Auf jeden Fall Christopher Mies hier um eine Position erleichtert. Und meine Güte, da sehen wir Szenen hier von der Nordschleife, wenn die großen Fahrzeuge an den kleinen Vorbeibrettern. Hier aus der Sicht von Martin Tomczyk, der hinter Mirko Bortolotti herfährt. Und Mirko Bortolotti vor sich hertreibt. Das ist schon ein beinharter Motorsport. Und das Risiko wurde vorhin mehrfach angesprochen von den Fahrern. Das fährt hier auf jedem Meter mit. Hier sehen wir den BMW, den Schnitzer BMW von außen. Ja, ebenfalls eine Strafe. Und zwar wegen Unterschreitung der Mindeststandzeit beim Boxenstopp. Also es gibt eine Zeit, die ist genau vorgegeben. Die muss man einhalten. Die wurde nicht eingehalten. Strafe und hier ist ein fetter Unfall. Die 304 und die 90. Die sind hier definitiv verunfallt. Fahrzeuge sind natürlich angehalten, hier langsam zu machen. Und an der Unfallstelle wirklich vorsichtig zu sein. Da haben wir die 304. Steht hier in der Leitplanke und qualmt. Was ist hier passiert? Wir kriegen Videobilder. Missverständnis! So schaut es für mich aus. Missverständnis zwischen der 304 und der 90. Da war man sich uneins. Wo wird überrundet? Wo wird überholt? Und das ist dann das Ergebnis. Ja, so schnell kann es gehen auf der Nürburgring-Nordschleife. Was sehen wir hier? Ein Fahrzeug rollt aus. Kele Beretta im Pflanzgarten offensichtlich liegen geblieben. Ja, und das ist der Blick auf das Regenradar. Und alles, was blau ist, heißt Regen. Neuer Regen also angekündigt hier für die Nürburgring-Nordschleife. Wenn wir sehen, was da passiert. Eieiei! Abflüge nacheinander hier. Rocco, die Torre Padula und Christopher Hase sind hier umgedreht. Christopher Hase. Christopher Hase, da haben wir ihn im Bild. Kommt hier ein bisschen zu weit raus. Kommt hier über die Randsteine. Kommt dann in den Kies. Kann sich noch irgendwie zurück auf den Asphalt retten. Also das geht gerade nochmal gut für Christopher Hase. Aber eine Schrecksekunde. Das war es mindestens. So, und jetzt ist natürlich die Frage. Wir haben gerade gesehen, so eine bisschen trockene Spur. Die gibt es allmählich auf dem Asphalt. Ist die da? Bleibt die da? Wie schaut es auf anderen Streckenteilen aus? Welche Reifen nehme ich jetzt wann mit? Frank Stübler fährt hier an die Box. Steigt auch aus. Fanto steht schon bereit, um das Fahrzeug zu übernehmen. Wir schauen mal auf die Reifen. Slicks. Die waren drauf. Was wird wieder draufgeschnallt? Müssen wir noch warten, bis die Reifen gebracht werden. Das Auto wird natürlich gearbeitet. Hier bei BMW, da scheint man sich doch für profilierte Reifen zu entscheiden jetzt. Offensichtlich der Regen wieder stärker geworden. Es ist jetzt auch ein Reifenpoker. Bist du einmal mit den falschen Reifen draußen, hast du vielleicht deine Siegchance verspielt. Also jetzt kommt es darauf an, das Wetter zu lesen, zu antizipieren. Was passiert hier auf der Nürburgring-Nordschleife? Wie geht das jetzt weiter? Kann man den Prognosen vertrauen oder nicht? Und auch in der Boxengasse geht es mitunter ganz schön eng zu. Christopher Hase, der bleibt nochmal draußen auf seinen Slicks. Der riskiert was. Der will es jetzt wissen. Ja, so ein Manöver, das kann dir hier den Sieg bringen oder aber dich ins Verderben reißen. Wenn jetzt Regenreifen schneller sind, wenn jetzt Profilreifen schneller sind als Slicks, dann hat er sich vielleicht ins Bein geschossen hier. Da wird diskutiert an der Box. Markus Winkelhock und Mirko Bortolotti, die beraten sich jetzt natürlich. War das jetzt richtig? War das korrekt? Was machen wir jetzt? Und Christopher Hase, nur eine Runde später bringt er seinen Audi an die Box. Also Satz mit X. Sehr wahrscheinlich der Regen doch zu stark für Trockenreifen, für profilloses Slicks. Jetzt also der Regenreifen, der wird jetzt drauf kommen. Vielleicht eine Runde zu spät für die Audi-Mannschaft. Markus Winkelhock immer noch im Gespräch. Da wird wahrscheinlich die Strategie nochmal diskutiert, wird überlegt, was kann man machen, was kann man jetzt noch retten. Und da ist das Fahrzeug auch schon vor der Box. Ja, und da sind die Regenreifen. Jetzt sind sie parat. Jetzt wird es Zeit und jetzt wird entsprechend umgebaut. Und jetzt ist es wirklich schwierig, die richtige Entscheidung bei den Reifen zu treffen. Einige pokern, andere gehen auf Nummer sicher. Christopher hatte noch Slicks drauf, deshalb mussten wir jetzt reinkommen und den Regenreifen aufziehen. Und ja, am Ende wird man dann sehen, wer die richtige Entscheidung getroffen hat und wer nicht. Das zum jetzigen Zeitpunkt noch fraglich. Der nächste Zwischenfall, Dries Fantour. Das ist das Fahrzeug, der Audi mit der Nummer 1 auf P3 liegend. Im Bereich Steilstrecke in die Leitplanke gekracht. Blattfuß hinten links. Und damit dürfte auch er raus sein aus dem Kampf um den Sieg, weil das wird eine lange Runde noch. Das wird noch eine lange Fahrt zurück zur Box. Hier sehen wir es. So ist es passiert. Dries Fantour. Rausgerutscht von der Rennstrecke und rein in die Leitplanke. Unglücklich. Ja, und das sind die Augen. Das sind die Minen, die Gesichter in der Box des Teams. Da ist nicht nur der Reifenplatz, sondern auch die Schürze hinten links. Wir sehen es. Einige Aero-Teile, die werden jetzt abgerupft. Jetzt muss man natürlich jetzt mal scheinen. Was hat die Felge abgekriegt? Ist die Aufhängung noch in Ordnung? Was kann man an diesem Fahrzeug noch retten? Ja, und was ist dann noch für ein Ergebnis drin nach diesem Zwischenfahr? DTM-Fahrer Nico Müller erklärt hier, man kann ihm eigentlich keine Schuld geben. Er hat halt Druck gemacht und so viel Druck wie möglich. Und bei solchen Bedingungen, da kann es halt schnell gehen. Und man ist dann mal über dem Limit. War nur ein kleiner Einschlag, aber dann gab es einen Reifenschaden. Und der reicht halt mitunter dann aus, um aus dem Kampf um den Sieg auszuscheiden. Tja, und davon profitiert auch die Nummer 99. Der BMW von Robe Racing hat sich über Nacht in den Morgenstunden in die Spitzengruppe vorgefahren. Und wird jetzt schon hier in den Top 3 notiert. Audi mit der Nummer 3, Christopher Hase, der fährt nochmal durch. Wenn wir hier sehen, die BMW-Mannschaft von Robe Racing, die absolviert ihren letzten planmäßigen Stopp. Weil noch 27 und ein paar Sekunden zu fahren auf der Nürburgring-Nordschleife. Wir sind also in der Endphase in diesem Rennen. Jetzt kommen die sogenannten Money-Stops. Jetzt muss alles passen. Jetzt bloß keinen Fehler mehr machen. Jetzt die richtigen Reifen nehmen. Jetzt alles richtig fest zurück. Dann Fahrer das ideale Gefühl vermitteln. Und dann geht es raus. Jetzt noch mal auf die Nordschleife. Noch mal ein paar Kilometer durch die grüne Hölle. Und dann ist es getan. Dann ist es entschieden. Das 24-Stunden-Rennen 2020. Das ungewöhnliche in vielerlei Hinsicht. Ungewöhnliche 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr. Das ist ein sehr guter Hinsicht. Marco Bortolotti bereitet sich hier vor für den letzten Stint. Für den Sprint bis ins Ziel. Da holt man noch mal einen frischen Mann ins Auto. Wenn wir hier sehen, Christopher Hase im Splitscreen. Fliegt er hier über die Nordschleife Und da verliert er richtig Zeit Das ist eine Code 60 Zone Da darf er nicht schneller fahren als 60 kmh Und wir sehen es, das ist Schleichfahrt Es sind Bergungsfahrzeuge Links im Bild Ja und weiter geht es hier im Programm Mit den 24 Stunden Classic Wer sich jetzt gerade erst hinzuschaltet Wir hatten eben eine Rennunterbrechung Durch die rote Flagge Es gab heftigen Regenfall Auf dem einen oder anderen Streckenabschnitt Es gab Ausrutscher ohne Ende Das war Aquaplaning Und da hat der Rennleiter natürlich gesagt Hier machen wir erst einmal rot Alle Fahrzeuge bitte schön in die Boxen Jetzt hatte jeder Gelegenheit Ja umzubauen auf Regenreifen Oder lasst ihr die Stickreifen drauf Das war die große Frage in der Boxenstraße Ich war eben mal kurz unten gewesen Bin durch so salbe bis dreiviertel Feld durchgegangen Habe gesehen Es gibt tatsächlich Fahrer Die sind auf Regen Wie auch dann andere auf Slickbereifung unterwegs Natürlich nicht die Fahrer Sondern die Fahrzeuge Und Olli Wir haben aber auch gerade mal die Mitteilung bekommen Und es auf dem einen oder anderen Bild gesehen In Kesselchen regnet es ohne Ende Ja hier oben Ihr seht es auf dem Bild Knochentrockene Strecke Sonne scheint Anfahrt der Gutjagiere Und dann die Meldung Heavy Rain Breitscheid Heavy Rain Kesselchen Mein Bruder Rudi hat mir gerade geschrieben In Adenau schüttet es wie aus Eimern Das heißt auch der Bereich so Kallenhardt, Versailles Von runter wird das genauso aussehen Wenn ich mal blicke So die Kameras Wippermann Trocken Da sieht es gut aus Alles okay Schwedenkreuz Es kommt die Sonne raus Die Strecke ist aber noch patschenass Also das wird nicht einfach werden Was man da entscheiden muss Welche Reifen man drauf macht Wie man da jetzt vorgeht Ja vorhin gab es auch hier oben Immer Diskussionen in der Boxenstraße Was ist mit meinem absolvierten Boxenstopp Den Pflichtboxenstopp Den ich ja vielleicht in der Runde gemacht habe Wo Rotabbruch war Denn es heißt natürlich auch im Reglement Startaufstellung Die wird vollzogen Nach dem Ergebnis Eine Runde vor Rennabbruch Und so werden wir uns auch hier Dann in Kürze Ins Rennen Hineinbegeben Auf unserem zweiten Monitor Steht ganz oben Noch die Startnummer 502 Das ist der Porsche Von Grisemann Grisemann Aber das haben wir auch dann mitbekommen Dass dieser Porsche Sich leider leider hier Verabschiedet hat Und so werden wir dann In Kürze Das Feld sehen Ja in diesem Moment Wenn man hier durch die Vidolchikane hindurchkommt Vorne die Farbe weiß Das dürfte dann Der Porsche Des Lieders von Michel Küke sein Natürlich kommen jetzt Fragen rein Wie ist das Szenario Wie lange wird gefahren Wie wird gewertet Etc Wir wissen es ehrlich gesagt Selber im Moment noch nicht Ich denke schon Die Zeit ist ja angesetzt Bis 13.05 war das Rennen Angesetzt Schau dir mal die dunklen Wolken an Dunkle Wolken Boah Da kriegst du ja Angst Wenn du das Bild da siehst Ja Angesetzt ist das Rennen Ja grundsätzlich gewesen Bis 13.05 Wir haben auch im Zeitplan Da nicht allzu viel Spielraum Wir haben die WTCR Direkt danach Mit ihrem nächsten Training Mit dem Qualifying Da können wir nicht viel machen Vielleicht kriegen wir noch 10 Minuten 15 Minuten hinten rausgezogen Aber vielleicht auch Das ist mehr oder minder jetzt unter uns im Stream Nichts für die Teilnehmer zu sagen Wir fahren länger Wir warten Wir haben einen Blick auf den Zeitnamemonitor Oder auf den Mitteilungsmonitor der Rennleitung Da wird dann mit Sicherheit gleich die Meldung kommen Mit der Wertung Es wird einfach die Wertung gemacht In der Runde vor dem Abbruch Das denke ich mal ist relativ einfach Die Vorsprung oder die Abstände Werden mehr oder minder genult Das heißt wer jetzt auf der Strecke vorne ist Der ist auch im Echten vorne Es gab ja auch früher mal so die Rennen Wo dann die Abstände gehalten wurde Das war dann aber noch viel komplizierter Und unübersichtlicher Also Abstände werden genult Dann werden wir gleich sehen Wer auf der Strecke vorne ist Gewinn, Punkt aus Absolut So hat die Zeitnahme das eben mitgeteilt Und über die verbleibende Restzeit Wir gehen immer nur von dem offiziellen Moment aus Und der bedeutet 50 Minuten Und exakt 40 Sekunden Aber noch sind wir ja in der rund 20-minütigen Einführungsrunde unterwegs Da kann man auch jetzt nicht einfach sagen Olli, wir fahren durch die Hyundai M-Kurve Und nur die kurze Runde über den Grand Prix Kurs Und schicken das Feld dann auf die Reise Das wäre überhaupt nicht möglich Denn zu groß ist diese Herrscher An Youngtimer Fahrzeugen Und an Fahrzeugen des FHR Der Fahrergemeinschaft historischer Rennsport Um das hier zu praktizieren Wir müssen ganz einfach auch diese Runde Über die Nordschleife hier komplett absolvieren Und die Zeitnahme hat gesagt Und so wie das auf dem Bildschirm steht Ist es am Ende auch Alle Abstände werden dann genult Das ist aktuell noch nicht der Fall Und da wird natürlich auch Attacke gemacht Ich bin davon überzeugt Dass man dann im Lager von Oliver Beuke und Ruben Zeltner Und Ruben Zeltner, der dürfte jetzt unterwegs sein Den Druck nach vorne weiter ausübt Auf Pütz Und natürlich auch auf die 553 Das ist dann Ralf Schall Im Mercedes 190E Also die Reise geht hier definitiv Noch ganz, ganz spannend weiter Und es kam auch die Frage auf Ja, was macht man denn jetzt mit dem Boxenstopp Der zum Teil absolviert wurde Zum Teil aber auch vielleicht erst In der Runde des Rennabbruchs Absolviert wurde Zählt der dann zum Fließboxenstopp oder nicht? Ich persönlich Und ich denke, der Olli ist mit mir da einer Meinung Wir lassen das Ganze mal komplett weg Diese Boxenstopps, die interessieren uns momentan aktuell gar nicht Das muss man später dann auseinander dividieren Wir schauen im Moment hier Richtung Flugplatz Und dann sehen wir eben wieder den starken Regen Alles hinter dem Führungsfahrzeug herfahren Und jetzt wird manch einer natürlich ganz, ganz große Augen bekommen Intensiv nachdenken Mein Gott, ich habe Slickreifen drauf Wie geht das gleich hier weiter? Und in diesem Moment setze ich auch die dritte Startgruppe in Bewegung Dort haben wir mit den 914 Das Fahrzeug aus dem Hause von der Mittelmotor GmbH Und wir sehen in dieser Gruppe dann auf drei Den Lucco und Petro Sanchez Porsche 911 ST Und dort neben die 601 Das Fahrzeug vorbereitet von Robert Rüttel, dem Duisburger Das ist die Mannschaft Rund um Heinz Schmersal Und um Mike Stursberg Also da wird definitiv auch hier in Kötze mal versucht Den Weg nach vorne anzutreten Und den beiden trauen wir das mit diesem Ford Escort RS 1600 Bitte nicht täuschen lassen Der hat einen 1,8 Liter Motor drin Durchaus zu Dass die Meister der HEC und des HTG Cups Vom 2018 auch den Weg ganz nach vorne In der Wertung des Historic Endurance Cup Um die Dunlop Trophy So heißt das hier offiziell Denn die historischen Tourenwagen und GT-Fahrzeuge Wie auch der HEC, Historik Endurance Cup Aus dem Lager der Fahrergemeinschaft Historischer Rennsport Fahren immer um die Dunlop Trophy Ist seit vielen Jahren schon einer der Sponsoren dieser Serie Also Schmersal, Stursberg Da wird vielleicht Attacke gefahren Wir waren uns aber einig gewesen Es müsste Mike Stursberg gewesen sein Der den Start absold Da waren wir uns nicht der Meinung Hatten wir das gar nicht so richtig erkennen können Aber wir werden wie gesagt abwarten müssen Und wenn die Fahrzeuge hier oben durchkommen Versuchen wir auch einmal ins Blick Oder den Blick ins Fahrzeug zu bekommen Um zu sehen, an welcher Oder welche Helmfarbe hier unterwegs ist Ist es Mike Stursberg oder eben Heinz Schmersal So auch die dritte Startgruppe Unterwegs Richtung Gutierkehre Und im Hintergrund dieser Himmel Da meinst du wirklich Werdens 23 Uhr in der Nacht Und es wird gleich dunkel Es ist auch mittlerweile eine Warnmeldung Der Rennleitung gekommen Auf diesen offiziellen Monitor Den auch jedes Team sieht Da steht Hagel von Posten 111 bis 138 Posten 111 Ich bin aber auch überzeugt davon Das Führungsfahrzeug Welches da vorne ist Da sitzen ja auch Leute Die Ahnung haben Und wenn die erkennen Dass es so schlimm ist Dass die Gefahr ist Dass es wieder so ein Chaos gibt Wie eben Dann brechen die lieber komplett ab Und sagen Ne Leute So leid es uns tut Hat es keinen Sinn Ich habe es eben gesagt Ich kann es nur immer wiederholen Sicherheit geht vor Sicherheit der Fahrer Sicherheit der Sportwarte Sicherheit der DMSB Staffel Und wenn da auch nur die kleinste Gefahr besteht Dass die Strecke zu gefährlich ist Zu nas ist Dann wird man es lieber abbrechen Lieber sein lassen So ärgerlich es für alle Natürlich auch ist Brauchen wir nicht drüber reden Es geht um die Gefahr Gegen der Fahrer Und wir möchten die Fahrer hier alle Sicher über die Distanz bringen Und da wird die Rennleitung Und alle Fachkräfte hier natürlich Alles Menschenmögliche tun Um hier nicht unnütz Die Fahrer in Gefahr zu bringen Rennsport keine Frage Gefährlich genug Aber hier muss nicht unbedingt Noch irgendwo etwas herbeigeführt werden Was wir alle nicht möchten Und es geht natürlich auch um die Fahrzeuge Wir sehen gerade hier den rapsgelben VW Polo von Schemann Wir sehen dort hinter den 2002er BMW Wir sehen den Renault Das sind alles Schätzchen Das sind Fahrzeuge mit einem ideellen Unschätzbaren Wert für die Teilnehmer Da geht es nicht nur darum Dass ein Fahrzeug vielleicht Wenn man so einen Lotus Elan Sonst auf der Rundstrecke sehen 120.000 Euro noch kostet Nein, da geht es auch darum Für den Fahrer oder die Fahrerin Hat das Fahrzeug einen viel, viel höheren ideellen Wert Man kriegt ja teilweise keine Ersatzteile mit vier Autos Es gibt so Ich kenne mich im BMW Umfeld Das sieht halt relativ gut aus Da gibt es so zwei, drei Händler Die im Prinzip überall alte Ersatzteile aufkaufen Wir hatten da auch, als mein Vater den Betrieb verkauft hat Da auch zwei, drei Firmen gehabt Die haben uns alles aufgekauft Das komplette Ersatzteillager Und dann natürlich, weil die wissen Die haben mittlerweile so eine Klientel So eine Connection Und auch viel vor Ort Die können das natürlich dann zu Preisen verkaufen Die deutlich höher sind Als damals die Originalpreise waren Ist aber auch deren gutes Recht Um Gottes Willen Das ist ein Business Angebot und Nachfrage Aber deshalb ist es halt umso schwieriger Teile zu kriegen Wenn wir dann gesehen haben Eben wie so ein 928er dann auf dem Dach liegt Wie ein E30er BMW Da in die Planken rein Herr Mott Gut E30er BMW Ersatzteile glaube ich Die sollten noch einigermaßen gut zu kriegen sein Einigermaßen Aber bei manchen Sachen Da bist du schon hart am Kämpfen Ich weiß zum Beispiel Beim 0.2er BMW Da musst du wirklich dann schon Diese Firmen da Wallot und Nation Wie sie heißen Anrufen Und das sind Apothekenpreise Muss man ganz klar sagen Ja Wir sehen die NSUTTs im Bild Und wir sehen auch hier Den BMW 2002 Wo Hermann Stippler Den Start dann gefahren hat Jetzt wird wohl Yves Sheer hier Im Fahrzeug unterwegs Und wir sehen die ganze Bandbreite Von den Marken Die vorzugsweise ja aus Deutschland kommen Mit Opel Mit Ford Mit BMW Mit Porsche Und so weiter Wir haben natürlich auch Bugeau Wir haben Renault Allesamt mit von der Partie Wir haben Honda am Start Also hier hatten wir wirklich Die ganze Automobil Markenvielfalt Im Rennen Der Youngtimer Trophäe Und der FHR Viele Fahrzeuge Aus Großbritannien Die dort gebaut worden sind Die dort vielleicht auch schon Im Renneinsatz unterwegs waren Wurden dann hier Nach Deutschland rüber geholt Werden hier Im Historic Endurance Cup Eingesetzt Und es sind schon besondere Fahrzeuge Die immer wieder Mit viel, viel Liebe Zum Detail vorbereitet werden Und wir müssen uns auch Eins vor Augen führen Das sind Fahrzeuge Wir haben eben mal Vom Austin gesprochen Vom Austin Hill Die 3000 Der 650 651 Das sind Fahrzeuge Die sind im Jahre 1959 gebaut worden Und die werden hier Wirklich absolut Am Leistungslimit bewegt Das ist hier kein Spazieren Fahren von diesen Fahrzeugen Das ist Motorsport Der knallharten Art Der stets fair Über die Bühne geht Keine Frage Aber hier wird Das Material Auch nicht geschont Und dann wird eben Nach dem Wertungslauf Das Ganze vorbereitet Um es dann in den nächsten Wochen Wieder auf einer Rennstrecke Hier in Europa In Sachen Youngdomersport In Sachen FHR-Sport Einzusetzen Die dunklen Wolken Oder nichts Unvorsichtiges machen Ja Ein paar fette Tropfen kommen Ein ganz ganz erfahrener Mann Der ja auch der stellvertretende Rennleiter Oder einer der stellvertretenden Rennleiter Neben Walter Hornung Beim Total 24 Stunden Rennen ist Da ist Erfahrung ohne Ende Und der wird mit Sicherheit Hier genau abwägen können Was hier noch den Teilnehmern Zumutbar oder nicht zumutbar ist Wir müssen hier oben Einfach in der Sprecherkabine abwarten Ob wir noch irgendwelche Anzeigen Auf unseren Monitor bekommen Im Moment, wie gesagt Gab es die Meldung Hagel Jetzt sehen wir andere Streckenabschnitte Wir dürften hier im Bereich Hüppermann, alles gut Einigermaßen trocken Fast trocken Aber wie gesagt Gerade die Meldung über Funk Wird gesagt Es gibt eine weitere Einführungsrunde Also ich denke mal Dass das von der DMSP-Staffel Und vorher kommt Ja, es ist sinnvoll Muss man ehrlich sagen Die Fahrer haben natürlich auch Ein Blick dafür Die sehen, was los ist Ja, es ist schwierig Wir möchten weder die eine Noch die andere Position Glaube ich jetzt haben Keinen verantwortungsvollen Posten Wir kommentieren das Was wir hier mitgeteilt bekommen Und auf den Bildern sehen Und das bedeutet für uns Küke auf 1 Althoff mit Salewski Auf der zweiten Position Schall auf 3 Wir haben dann Den Porsche mit der 578 Auf Platz 4 Ingo Pütz Und Christoph Breuer Der Pütz-Inhaber von Pütz Oder Pütz-Motorsport Der Inhaber Ingo Pütz hier Der 42-Jährige Mit von der Partie Natürlich Mit Christoph Breuer Der 8-Platzierte Des vergangenen Jahres Dort hinter schon angekommen Oliver Beuke Und dann haben wir Den Kraftwalzen Porsche Eine Position weiter zurück Olli, es gibt Neuigkeiten Ja, es gibt Neuigkeiten Die Wir werden die Fans Jetzt nicht besonders gerne hören Wir machen noch Eine zweite Einführungsrunde Und dann wird mit Schwarz-Farzt kariert Abgewunken Damit wir eine Wertung hinkriegen Damit hat man Eine Mindestfahrzeit Hingeschafft Wir werden also Keinen Rennbetrieb mehr sehen Das ist ja Was ich eben sagte Ich persönlich Würde das Rennen Nicht mehr freigeben Es ist einfach zu riskant Das heißt Man fährt noch Eine zweite Einführungsrunde In den Tempo Damit man einfach Die Distanz hat Die Rennen Zeit gefahren hat Um eine Wertung zu machen Für die Tabelle Es ist sehr 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 schade Wir hatten ein so fantastisches Rennen Bis zum Abbruch Und ich hätte mich Wirklich wie Bolle gefreut Das nochmal eine Stunde Oder eine halbe Stunde Sehen zu können Diese fantastischen Fahrzeuge Aber man muss es akzeptieren Jörg Ich glaube da sind wir uns einig Sicherheit geht immer vor Absolut Und vor allem jetzt noch einmal Der Hinweis An die Boxenstraße Uns wurde gerade mitgeteilt Wir fahren noch Eine zweite Einführungsrunde Und danach wird das Rennen Mit Schwarz-Weiß abgewunken Die Gründe hat Olli Martini Oder den Grund Hat er eben schon einmal Erklärt Denn es geht darum Dass wir auch Auf Fahrzeiten kommen müssen Um eine volle Meisterschaftspunktvergabe Überhaupt über die Bühne zu bringen Es gibt 75% Regelungen Um in Wertung zu kommen Und so weiter Und ja Jetzt werden wir das Ganze Leider dann so zu Ende bringen Und wir dürfen noch einmal Die Fahrzeuge hier Auf ihren Einführungsrunden begleiten Wir sind die Sportwachte Ja und das ist das Thema Was wir heute ja auch schon einmal hatten Scheiht die Sonne Kriegen die einen Sonnenbrand Regnet es ohne Ende Es sind die Pichipachinas Also das sind wirklich diejenigen Deren Dank von uns aus Gar nicht groß genug Ausgesprochen werden kann Die sind immer für uns Für die Fahrer bereit Hier sehen wir noch einmal Das Feld dieser wunderschönen Fahrzeuge Im letzten Jahr hatten wir auch Ein Regenchaos Aber da ging das Ganze noch Sehr glimpflich über die Bühne Dort hatte man dann immer noch Die Möglichkeit Die Fahrzeuge auch irgendwo Auf der Straße zu halten Aber wir hatten heute ja Aqua Planning Ähnliche Verhältnisse Da gab es viele Ausrutscher Und man möchte nicht Gefahr laufen Dass hier noch irgendetwas passiert So sehen wir noch einmal Die schönen Fahrzeuge Aus dem Hause von Opel Hatten ja einige hier mit Von der Partie Von einem Olli das können wir auch kurz ansprechen Da hast du nähere Info Michael Nolte Das Fahrzeug mit der 1 Der Meister der letzten beiden Jahre Da gab es von dir eben Eine Äußerung Dass du was mitgeteilt bekommen hast Ja der Frank Tönnissen Hat mir da was geschrieben Auto steht im Klostertal Ich finde aber die Meldung Ich habe die aus Versehen glaube ich gelöscht Sorry dafür Aber ich meine Er hat da geschrieben Antriebswelle Frank Falls du mir zuhörst Schick mir bitte noch mal kurz die Meldung Irgendwie aus Versehen Habe ich es gelöscht Oder finde es nicht mehr Das heißt Auf jeden Fall Da war schon relativ früh Das Ende des Autos stand da Im Bereich Klostertalko Wir sehen das hier noch mal Jetzt das Bild Noch unscharf Wird jetzt fokussiert Wird dann scharf gezogen Dass die Fahrzeuge Da im Bereich Döttinger Höhe Unterwegs sind Und dann Ja wie gesagt Noch mal so eine zweite Langsame Einführungsrunde machen Oder eine Safety Car Runde Wie auch immer man das nennt Und dann leider Keinen Rennbetrieb mehr machen Wir sehen noch mal so In die Platzierung Wie es da ist Das ist ja praktisch Der Renneinlauf Krisemann Porsche Stand noch auf 1 Ist aber weg Habt man gesehen Unfall Hohenreinschick Dadurch Küke Vorne Dann wird Küke Auch der Sieger Guck mal Da Herrlich blauer Himmel Ach Die Eifel Ich liebe meine Heimat Aber Der Wettergott Hier oben Ist aber ein Idiot Echt Entschuldigung Dass ich das so alt sage Also Küke vorne Mit der 503 Dann die 501 Eddie Althoff Ralf Schall Der dritte Christoph Beuer Der vierte Es gibt Start jetzt Keine weitere Einführungsrunde Wurde ganz neu Jetzt wird Wir starten jetzt Ja Ja okay Sorry Ist alles gut Ist alles gut Ja dann bitte ich Die Verwirrung Zu entschuldigen Wir hatten hier Vom Pressesprecher Michal Kram Der hat den Auftrag Bekommen hier zu sagen Es wird nicht mehr Gestartet Jetzt kommt die Meldung Es wird doch gestartet Also Entschuldigung Von meiner Seite Konne ich jetzt auch nichts für Wird also jetzt doch Ganz regulär gestartet Schön Ich freue mich Entschuldigung Für die Verwirrung Aber ja 35 Minuten Party Jawohl Wir konnten nichts dafür Das Ganze wurde auch Von Michael Kramp Gerade noch einmal Hier bei uns In die Sprecherkabine Übermittelt Sagte selbst Tut mir leid Für diese Verwirrung Ihr konnte auch nichts dafür Aber wir konzentrieren uns Jetzt geht es zur Sache Küke Zalewski Auf der zweiten Position Denn der dürfte Das Cockpit von Heidi Althoff Übernommen haben Ja und dann werden wir Gespannt sein Wie die Reise hier weitergeht Denn auch der Drittplatzierte Auf dem Monitor Der oder Heiko Hammel Auf vier Die sind ja raus Aus dem Rennen Und was passiert jetzt Jetzt haben wir Die komplette Verwirrung Ja die kommen natürlich Rein Reifenwechsel Die haben egal Ob jetzt liegt Oder die falschen Reifen Da fährt die Oder der Flichtboxen Oder es kam über Funk Die Meldung Was wir ja kundgetan haben Es gibt ja Teams Die sind mit Funk Ausgestattet Das ist Ich denke mal Das ist jetzt Reifenwechsel Weil die haben festgestellt Wir haben draußen Das ist so am Schütten An verschiedenen Stellen Da kannst du mit Six Gar nichts mehr machen Und die kommen dann halt Jetzt rein Um die Reifen zu wechseln Um auf Nummer sicher zu gehen Also Wir sehen hinten Zum Beispiel Beim Schal Mercedes Geht direkt hoch Die Reifen Der E36er BMW Wo Christopher Ring fährt Vorne beim Eddie Althoff Da dauert das alles Was länger Da muss man mit dem Wagenheber Bis der mal da ist Also das ist ganz klar Thema Reifenwechsel Weil man festgestellt hat Bei dieser Einführungsrunde Man hatte die falsche Wahl Hier oben Ich habe es gesagt Knochen trocken Da fährst du mit Slicks los Dann kommst du oben Schwedenkreuz Patscheln Na Sondern Hagel In Breitscheid Nee Das geht da nicht Stimmt schon Das ist der absolut Ich sage es mal so In dieser Runde Geplante Reifenwechsel Und wir sehen auch hier Das Ganze bei Oliver Beukes Borsche Wird hier im Moment Mit den Schlagschraubern Natürlich auch Umgewechselt Von Slick Auf die Regenreifen Und es ist Ruben Zeltner Der im Cockpit sitzt Denn Oliver Beuke War gerade Der Team Aigner Und Fahrer In Personalunion Mit dabei zu beobachten Dass er hier Selbst mit Hand Angelegt hat Um eben Blitzschnell Die Reifen Zu wechseln Wir sehen hier Dann natürlich auch Viele Fahrzeuge Auch hier mit der 534 Den BMW 325i Von Uwe Klapproth Wir sehen den 523er Das ist vom MSC Adenau Benannt Ich glaube da kannst du auch Noch einiges zu sagen Oost Bresan Und Stefan Wölflig Der kommt ja hier Aus Quiddelbach Und das dürfte Ich glaube bei dir Als Eifelan Als Adenauer Stefan Wölflig Ein sehr gut bekannter Von dir sein Ja klar Den kennt man Eigentlich mit Fort Fahrzeugen Der fährt zum Fort AT Also alternative Treibstoffe Ja jetzt hat er gesagt Da fahren wir mal Mit einem schönen BMW E30 325i Das sind Dinge Die kannst du eigentlich Auch kaum kaputt machen Die fahren sich schon gut Der Uwe Legermann Hat mir gerade noch geschrieben Ich habe ja gesagt E30er Ersatzseile Bekommst du noch Einigermaßen gut Da sagt er Ja Aber bei M3 Wird es schon schwieriger Gerade so im Bereich Ist das nicht ganz so einfach Aber gut Pass Wir sehen Große Probleme Überhaupt das Rad abzukriegen Da Beim Porsche von Oliver Beuke Jetzt ist es runter Da sehen wir auch ganz klar Regenreifen Das ist eine Situation Hier scheint die Sonne Knochen dreck Nicht dreck Und du machst Regenreifen Aber alles andere Macht ja keinen Sinn Hier sieht man es schon Quiddelbacher Höhe Da ist es schon leicht nass Michael Küke Der hat Rallyerfahrung Der weiß was es heißt So ein rutschendes Auto Schnell zu bewegen Aber der weiß auch Vorausschauend zu fahren Sicher zu fahren Also ich glaube Der Küke ist gar nicht böse Über das Retter Ja und die zweite Startgruppe Kommt dann auch in diesem Moment Hier oben an Start und Ziel durch Und so sehen wir dann Die Jagd runter Eingang Yokohama S Und 146 haben wir vorne Adrian und Jonas Remmele Die beiden Hättel-Leidelheimer Die Rheinland-Pfälzer In dem 146er Fahrzeug Das ist der O-Pigate C-Coupé Und wir sehen auch hier Ganz vorsichtig Die Gefahrweise Von dem einen oder anderen Wir fahren hier in diesem Moment Mit der 503 ist es Michael Küke Richtung Armberg Dann Richtung Fuchsröhre Ja Olli Deine Einschätzung Der hat's nichts drauf oder? Ja es ist schon extrem vorsichtig Also ganz schwierig Dahinter der Porsche Das müsste das Auto von Ivan Giacoma sein Und Ivan Reggiani Der hat auch nicht ganz so breite Schlappen Da geht es noch Dann die beiden Schumann BMW Einmal der Gruppe 5 Einmal der Gruppe A BMW der Gruppe A Hat jetzt eher die Vorteile Weil er schmalere Reifen hat Schmalere Reifen Im Nassen heißt Du hast mehr Druck Und hast nicht so viel Fläche Die aufschwimmen kann Man hat es auch gestern gesehen Bei dem einen oder anderen Porsche Der normalerweise hinten Ein 3,45er Schlappen drauf Hat der dann aber Mit ganz schmalen Reifen Gefahren ist Einfach um Mehr Druck drauf zu kriegen Und wie gesagt Je breiter der Reifen Desto größer die Gefahr Auf Aquaplaning Oder auf einer Pfütze Aufzuschwimmen Also erstmal wirklich Ganz vorsichtig unterwegs Auch im Lager der Scuderia Offenbach Christoph Renicke Und Christopher Rink Und Christoph Renicke Wollte ja sowas geplant Die ersten beiden Rennstunden Absolvieren Dann für den letzten Turn An Christopher Rink Übergeben Der ja zum ersten Mal Bei den 24 Stunden Classic unterwegs ist Und es wird allerdings Christoph Rink An dem 10. 24 Stunden Rennen Teilnehmen Und wir sehen Einen Mercedes Der hier Auf Abwägen unterwegs War Gott sei Dank Nicht in die Leitplanken Eingeschlagen ist Die Gruppe der FHR-Fahrzeuge Die dritte Stadtgruppe Ist hier unterwegs Auch hier Einige Fahrzeuge Der Youngtimer Trophy dabei Gerade gesehen Christoph Wild Auch für die Gruppe Geht es jetzt in Unterrichtung Der Desjukohama S Und ja Die Mannschaft Heinz Schmersal Und Mike Schlossberg Die gehen im Moment Als Zweiter Ins Yokohama S hinein Und ich denke Jetzt wird hier Der Mike Schlossberg Noch einmal richtig Druck machen Möchten natürlich Den Wertungslauf Der FHR Des HECs Für sich entscheiden Der 601er Fahrzeug Angelangt und versucht Einzuschlagen Das ist alles Alles okay Jürgen Penz hat übernommen Das Patrick-Simon-Auto Mit der 490 Hatte ja gestern auch So eine Begegnung Der dritten Art Mit dem 325er BMW Der da im Schwedenkreuz Abgeflogen ist Ihn da hinten berührt hat Aber zum Glück Der Schaden Nicht allzu groß Alles noch okay Und das ist das Was du eben schon mal gesagt hast Hier ist nicht Zentralverschluss Und Schlagschrauber Radkreuz Und jede Mutter Einzelung Muss gelöst werden Nachher mit dem Drehmomentschlüssel Noch geknackt werden Das ist halt Ja Der Motorsport Wie er Anfang der 70er Jahre war In dem Fall Am MSU Patrick Peters Kommt doch hier Im grün Gelb lackierten Vor der Escort Noch einmal durch Das ist das Fahrzeug Mit der 41 Der Rapsgelbe Das war Sebastian Schiemann Gewissen Also hier läuft es momentan Oh hier wird auch attackiert Und der geht es Nächste Oliver Beuke Nein Ruben Zeltner Ist ja hier im Fahrzeug Von Oliver Beuke Unterwegs Da wurde es auch Bei den nachfolgenden Piloten Dort an dieser Stelle Vorbeifahrt Sehr sehr eng Und der VW Golf Der steht in der Blanke drin Und der wird auch nicht mehr Ich glaube aus eigener Kraft Hier ins Rängeschehen Zurückkehren können Ja der schwarze Golf Der hat da richtig Glück gehabt Da an dem E30er BMW Vorbeizukommen Ja der rote Golf Das ist schon heftiger Der Beuke Porsche Ja ist auch eingeschlagen Sehen wir im Moment nicht Das ist genau das Dixiehäuschen Davor Ja Fakt ist schade Jeder Unfall Ist schlimm Tut weh Und was wir schon mehrfach gesagt haben Bei diesen Fahrzeugen Ist es nicht so einfach Ersatz Hat jetzt bekommen Schauen wir uns das mal an Ruben Zeltner Müsste es sein Ja bin ich bei dir Mr. Rally Überhaupt Fährt da noch relativ locker An dem R5 vorbei Da ist der rote Golf Vor ihm In Golf 1 Übrigens Schal noch mit dabei Kommt Schal da ohne Probleme durch Ja Schal fährt links Vorbei Okay Passt Jetzt schlägt da hinten links Ein Ja ist Der schwarze Golf 2 Also das war mal eine Reaktion Wow Guck mal wie schnell die Sportwachte reagieren Ja Der war noch nicht eigentlich Da kommt schon die Flagge raus Auch da Absolut klasse Die Sportwachte Die machen hier mit Den besten Job von allen Also gibt es gar kein Fortun Auch hier ist natürlich jetzt Maximal 60 kmh angesagt Wenn man den Bildschirm sich später einmal vor Augen hält Werden wir vielleicht die ein oder andere Überraschung erleben Wer eben hier die Regenreifen in die Einführungsrunde schon drauf gezogen hatte Der hatte so ein bisschen das Glück auf seiner Seite Wir haben eben erlebt, dass viele Fahrzeuge gerade aus der Spitzengruppe noch einmal zum Boxenstopp here reingekommen sind Der Beuke Porsche war ja im Übrigen auch kurz vorher erst zum Reifenwechsel in der Box gewesen Und hier sehen wir dann den 2002er BMW Yves Scheer Die hat das Cockpit übernommen Hat ja zwei Tage, fast zwei Tage ausnahmslos im Regen auf der Notchleife trainieren können Kurz vor dieser Veranstaltung war ein Geburtstagsgeschenk Haben wir heute schon einmal angesprochen Und hier wird man natürlich auch dabei sein Diesen 2002er BMW mit den richtigen Reifen auszustatten Um sie dann auf die Restdistanz hinaus zu schicken 24 Minuten haben wir im Übrigen hier noch auf der Uhr stehen Und Olli, ich glaube wir werden ein, zwei Runden mal abwarten müssen Und dann haben wir vielleicht ein Bild auf dem zweiten Monitor Ja, wo kein Mensch mit gerechnet hat Wenn das hier so alles stimmt Im Moment blicken wir selber nicht so 100% durch Dann müsste eigentlich Küke vorne sein Vor den Schumann-Brüdern gemeinsam mit Olaf Mantai Und Platz 3 Reggiani Giacoma Wäre auch ein Ding Ja, Platz 4, das andere Auto von Schumann Mit Schumann Berlandi Und wer war der dritte Mann? War der 426 Sorry, dass ich da nochmal blättern muss Ach, Joachim Kiesch Joachim Kiesch Jahrelang mit Arno Klaasen unterwegs gewesen Teamkollege von Arno Kommt ja auch aus der Eifel Ja, Krankenwagen kommt Im Normalfall macht man das aus Sicherheitsgründen Da einfach mal zum Check das zu machen Weil das schon ein Tempo ist Anfahrtsschwedenkreuz Auch im Nassen Fähst du da mit so einem Golf mal locker mit 150 Und bei 150 So ein Aufprall Der kann schon wehtun Und dann macht man lieber Eifel Sicher Und bringt den mal Mit so einer Halskrause Rückenstabilisieren Richtung Check Ins Medical Center Wir sehen den Golf aus dem Hause von Rost Den Polo aus dem Hause von Rost Motorsport Die Traditionsfarbe in Rot Mit den silbernen Streifen Auch hier gerade hier An der Unfallstelle vorbei Und es ist ja ein tolles Toll hört sich immer so blöd an Wenn ein Unfall passiert ist Aber die Fahrer reagieren wirklich sauber Und die sind hier in langsamer Fahrt dabei Diese Stelle zu passieren Also auch da muss man sagen Man hält sich hier an die strengen Vorschriften Des Rundstreckenreglements Und es geht weiter im Programm Und in Kürze dürften wir dann auch hier wieder Anstatt und Ziel Die Spritzengruppe erwarten Wird nicht mehr allzu lange dauern Dann wird der Küke Porsche Aber ich habe so irgendwie die Vermutung Dass man mit der 508 Mittlerweile auch ziemlich weit vorne Und zwar vielleicht sogar auf Platz 1 Unterwegs ist Peter Schumann, Olaf Mantei Und Jürgen Schumann Und wir sehen leider mit der 480 Auch eine deformierte Frontpartie Von Heinz Stüber Und Wolfgang Faul Und jetzt kommt man in die Box hinein Und zwar Es war wirklich in Führung liegend Der Schumann Schumann Mantei BMW Und in der Momentan führenden Position Dürfen wir jetzt Die Schweizer Mannschaft Mit Ivan Ricciani Und mit seinem Kollege Jakoma haben Auf der Strecke haben die Das Zepter übernommen Küke Auch er in die Box Also die Vermutung Dass er hier auch Slick bereift unterwegs war Meinerseits von eben Ist gar nicht so weit Entfernt gewesen Dann werden wir jetzt hier Das gibt eine Schlussphase Olli Da werden wir hier wirklich Die Ereignisse Werden sich überschlagen Also ich muss sagen Ich spiele im Moment Nicht mehr so richtig durch Aber gut Wir haben noch 20 Minuten Wenn jetzt gleich Dann jeder mal irgendwie Sagen Sie doch Da sehen wir beide Schumann Autos Siehst du auch Welcher ist der Gruppe 5 Und welcher der Gruppe A Gruppe 5 Natürlich mit dem fetten Flügel Vorne fetter Flügel Hinten Kultflügelverbreitungen Das andere Auto Das ist Gruppe A Gruppe A Da darfst du im Prinzip Nicht ganz so viel machen Das war ja damals Ja diese Diese praktisch Grundvoraussetzung Für die erste DTM Oder DPM Hieß es ja noch 1984 Da waren ja die BMW 635 So die dominierenden Fahrzeuge Auch in der Tourenwagen Europameisterschaft In der ersten DTM Ja Leute Hier ist ein Chris Rotthoff Mittlerweile Auf der Auf dem Zeitmonitor Aufgeführten Siebten Position Unterwegs Ich sage das mal Ganz bewusst Auf dem Zeitmonitor Aufgeführt Nein Auch er ist in die Box Eingefahren Kam aber an siebter Position Legend eben In die Box hinein Weil wir doch viele haben Die aus der Spitzengruppe In die Box hineingefahren sind Und dann werden wir In Kürze Nach der Spätestens Übernächsten Runde Die kriegen wir auf jeden Fall Noch zusammen Ein absolut bereinigtes Bild haben Aber bis dahin Ist das auch so ein bisschen Lesen aus der Glaskugel Ja Wir müssen ja wirklich mal Die ganzen einzelnen Abstelle miteinander Vergleichen Wer wo wie steht Alles nicht so einfach Ja von denen Die durchgefahren sind Bin ich bei Die Reggiani Giacoma Die müssten im Moment Eigentlich diejenigen sein Die vorne sind Auf dem Tableau stehen Noch die beiden Schumann BMW Auf eins und zwei Aber die waren wie gesagt Beide in der Box Das ist das führende Auto Ivan Giacoma Ich habe es gestern schon mal angesprochen Das ist auch ein Wahnsinnig verrückter Typ Der will dieses Jahr Noch ein Achttausender besteigen Hat er irgendwo geschrieben Achttausender Muss ja schon irgendwo Nach Nepal Oder Pakistan Oder wohin fliegen Also das ist eine Sache Ich habe es schon länger Nicht mehr gemacht Mein letzter Achttausender Ist jetzt schon ein paar Wochen her Nein So Nürburgruch Ja ich war mit Karl Mauer In den Augen gewesen Mit dem Fahrrad Das war so ähnlich Auf jeden Fall Diese Schweizer Mannschaft Haben ein wunderschön Aufgebautes Fahrzeug Das ist der 964er Carrera Cup Porsche Der ja aufgebaut ist Nach dem Porsche 964er Cup Reglement Von 1994 Und Ivan Ricciani Das ist ja weiß Gott Kein Unbekannter Olli wird ja nicht Ein bisschen arg langsam Ja aber vorne war gelb Ach okay Er war im letzten Jahr Achtplatzierter Und Klassensieger Hier bei dem 24 Stunden Classic Also er war schon Im Prinzip viele viele Jahre Hier mit von der Partie Im letzten Jahr Den tollen Erfolg Unter den besten 10 Ich sagte gerade Der achte Platz Und in diesem Jahr Es wäre das Sahnräubchen Aber wir haben noch Einen weiten Weg Bis wir dann Am Ende der Reise Ankommen Und da wird natürlich Auch noch der eine oder andere Der nach der Einführungsrunde Aus dem Spitzen Aus dem Top Ten In die Box hineingefahren ist Noch sich nähern Mit Sicherheit Der Schweizer Mannschaft Von Red Black Racing Mit der 495 Gelbe Flagge Haben wir auch gesehen Warum In dem Fall da Am Flugplatz Anfahrt Schwedenkreuz Jetzt ist es wieder grün Jetzt darf er wieder Gas geben Muss natürlich dann auch Erst mal ein bisschen gucken Wie sieht die Falser Ja guck mal So die Ideallinie Steht zumindest mal Nicht mehr das Wasser So hoch Ich bin weit entfernt Davon zu sagen Es wird trocken Auf der Ideallinie Aber es steht zumindest mal Nicht mehr ganz so stark Das Wasser Und das ist ja schon mal gut Dann gibt es zumindest mal Kein Aquaplaning Kein Aufschwimmen Denn das ist natürlich Das Schlimmste Das kennt der ein oder andere Hat es schon mal Im normalen Pkw Oder vielleicht auch mal Bei so einem Fahrsicherheitstraining Erlebt Aufschwimmen Aquaplaning Braucht kein Mensch Und in einem Rennwagen Mit Slicks Mit noch breiteren Reifen Erst dreimal nicht Da kann Da nützt sich auch diese Was haben wir da Zwei Meter Seitenstreifen Absolut nichts Der hält sich da Kein bisschen auf Ja Krankenwagen Verlässt jetzt wieder Die Strecke Jetzt beginnen natürlich Dann erst einmal auch Die Aufräumarbeiten Und man kann sich kaum vorstellen Dass hier An dieser Stelle Noch einmal Alles komplett In grün Dann im Renntempo Diese Passage Passieren kann Das dauert noch ein bisschen Abschleppwagen Ist noch nicht Vor Ort Und ich glaube Olli Da sind wir uns auch einig Den brauchen wir Um dieses Fahrzeug hier Von dieser Position Zu entfernen Das wird man nicht mehr Hier nur mittels Abschleppseil Oder Abschleppstange Hinbekommen Ne Da ist definitiv Mehr passiert Den Beuke Porsche Sehe ich nicht mehr Im Bild Kann sein Dass er sich getreten Und weiterfahren konnte Der Einschlag Der sah auch nicht so schlimm aus Aber der Einser Golf Der ist da schon In Fahrtrichtung gesehen Rechts erst einmal Eingeschlagen Und dann noch mal Quer rüber Auf die andere Seite Also Ja Das macht hier schon Diesen Wie nennt man Das Peitschenschlag Wenn der Kopf So nach vorne geht Weiß man auch nicht Habt ihr ein Handensystem Und dann geht man Wie gesagt Einfach auf Nummer sicher Und bringt den Fahrer Mal zur Untersuchung Vielleicht zum MRT Ins Medical Center Da ist man ja auch Hier am Nürburgring Bestens ausgerüstet In Adenau Ja Ich bin gefragt Warum gibt es eigentlich Das Adenauer Krankenhaus noch Also ich sage mal so Das Gebäude steht Definitiv noch Was da drin passiert Ich weiß es im Moment Selber Nicht ganz genau Ich glaube Notfallmedizin Wird noch gemacht Und alles Nicht so einfach Und da muss man auch Nur sagen Kopfschütteln Ohne Kreis Das ist ja nicht Schon ein Thema von Adenauer Sondern landesweit Die Krankenhauspolitik Aber das ist Was ganz anderes Ich war ja eben Noch in der Unterbrechung Unten in der Boxenstraße Hab mir mal angeschaut Wie es mit der Reifenwahl So aussieht Glaubt mir eins Bei diesen rund 150, 180 Autos Die noch im Renngeschehen Dabei waren Die dort unten aufgestellt waren Du kannst sie gar nicht merken Wer hier welche Reifen drauf hatte Aber ich glaube mich zu erinnern Dass die 460er Mannschaft Vom MSC Adenauer Marco Bürger Und Marcel Müller Die Gruppe A-Meister Bis 91 des vergangenen Jahres Die dürften mit Regenreifen Meiner Einschätzung nach Unterwegs sein Sind momentan auf der 9. Position Also da kann vielleicht Für eine Überraschung Gesorgt sein Haben ja im vergangenen Jahr Auch einen tollen 14. Platz Abgeliefert Das wäre hier noch einmal Das i-Tüpfelchen Auf einer Ja schlechten Nein nicht schlechten Sondern sehr sehr Intensiven Vorbereitung Für diese Veranstaltung Ich sagte schon einmal Es gab Getriebeprobleme Auf Hockenheim Es gab dann Bei den Weekend-Tierrots Den Motorschaden Die Truppe hat gearbeitet Und das wäre so eine Belohnung Wenn man hier Unter den besten 10 Am Ende der dreistündigen Renndistanz An der Schwarz-Leist-Geräten-Zielflagge Durchfährt Und da wird der Papa Hansburger Auch sehr froh sein Auch ein ganz wichtiger Mann Hier oben am Nürburgring Wenn der Nein sagt Dann kommt keiner Ins Fahrerlager rein Der ist nämlich da Meistens zumindest Bei der NLS Als Kontrolleur Unten im Bereich Fahrerlager unterwegs Mit dem sollte man sich gut stehen Ein absolut netter Kerl Absolut super Von daher Alles gut Ja es ist wirklich Hier ein Im Moment Es stehen zwei Schleppwagen Das heißt Das Beuke Auto Der Beuke Porsche Ist also auch noch Da muss auch geborgen werden Und ich glaube Hier ist auch klar Warum da Tempo 60 ist Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen 60 Das sieht jetzt hier aus Als wären die so langsam Im Schritttempo etc Wenn ich durch Adenhof fahre Mit Tempo 50 Das ist schon Wenn da ein Ball Auf die Straße läuft Oder ein Kind Oder ein Hund Oder was auch immer Da bremse ich nicht mehr Und 50 kmh Ist eigentlich schon relativ viel Und die fahren jetzt mit 60 Obwohl da Leute sind Im Abschleppwagen Oder am Abschleppwagen Ja deshalb Ich finde diese ganze Code 60 Regelung Die ist oft kritisiert worden Ich finde sie perfekt Weil dadurch wird Wirklich geschützt Und ich bin auch einer Der ganz klar sagt Wer diese Code 60 Regeln Ignoriert Oder extrem Ignoriert Muss und soll Hart bestraft werden Und da gibt es auch Gar keine Diskussion Und wir hatten das schon Bei vergangenen Rennen Es gibt ja so eine Regelung Ich glaube pro 10 kmh Die immer drüber ist Gibt es dann Eine Minute Strafe Irgendwie sowas Und wenn du mehr als 30 Zu schnell bist Dann irgendwann Ist auch mal die Lizenz weg Also das sind Dinge Da bin ich komplett Bei den Sportkommissaren Zu sagen Sowas muss knallhart Bestraft werden Denn es geht um die Sicherheit Unserer Sportwarte Die ich ja heute schon Mehrfach lobend erwähnt habe Ohne die würde hier Gar nichts gehen Und deshalb Müssen die auch geschützt werden Ja ich darf mal ganz kurz Abdriften von den Bildern Denn mir ist gerade mal Ein Auto aufgefallen Und das ist so ein Auto Was so typisch In die Youngtimer Darauf hineinpasst Es ist das Fahrzeug Mit der Stadt Nummer 40 Von Bernd Und jetzt steht hier Die Remmele Mannschaft Leider antriebslos Scheinbar Ja die stehen antriebslos Da tut sich auch Im Moment herzlich wenig Also Bernd Und Jan Bellersheim Das sind so typische Youngtimer Piloten Die diesen Rennwagen Der hier eingesetzt ist Seit dem Jahr 2016 Den Ford Escort RS 2000 Mark I Die haben den aus einem Reinen Schrotthaufen Aufgebaut Zu einem Gruppe 2 Fahrzeug Hat einige Jahre gedauert Haben das Ganze Gemütlich gemacht 2012 gekauft Bis 2015 Das Fahrzeug Absolut top Aufgebaut Und ein Jahr später Dann im Jahr 2016 In der Youngtimer Trophy Zum Einsatz gebracht Jan und Bernd Bellersheim Mit der Stadt Nummer 40 Ja der KDC von Remmele Racing Der steht da Wo sind wir da Anfahrtflugplatz Oder Ja Quillbacher Höhe Genau Quillbacher Höhe Müsste das sein Steht da Ich meine das geht Das geht schon verdammt Stahlberg hoch Aber das ist denke ich mal Nicht der Grund Dass er da nicht Im Berg hoch kommt Ja das heißt Da schon gelb Dann geht es über die Doppelrechtskurve Zum Flugplatz rüber Dann kommt dann Code 60 Wegen der Unfallstelle Da Anfahrt Schwedenkreuz Also da ist im Moment Überhaupt keine Große Bewegung zu sehen Oder keine große Rennaction zu sehen Es sieht zumindest mal Nicht so aus Als wäre es Ein Unfallschein Das ist ja dann Schon mal einigermaßen Okay Und Ja ich weiß auch nicht Wie die Ersatzteilssituation Beim U-C Kadett ist Ob man da noch An Zeug rankommt Kann sicher auch Nicht so einfach sein Und wenn da irgendwie Eine Antriebswelle Oder ein Getriebe Oder was kaputt ist Dann muss der auch Erst mal suchen Und finden BMW auf der Döttinger Höhe Der 2002er Von Stippler Und Yves Scher Zu sehen Und dort hinter Da haben wir Das 10er Fahrzeug Erleben dürfen Die NSUTT Von Friedrich Karl Benra Der jetzt auch Schön ins Bild kommt Und Michael Benra Die beide sonst Ja immer auf getrennten Fahrzeugen In der Youngtimer Trophy Wertung An den Start gehen Friedrich Karl Benra Auf dem 10er Auto Was auch hier Auf dem Nürburgring Zum Einsatz gebracht wird Sein Bruder Michael Auf dem 11er Auto Das immer noch In der Original Clementine Lackierung Auch nach so vielen Jahren Immer noch An den Start gestellt wird Diese Fahrzeuge Waren im Übrigen Reine Alltagsfahrzeuge Gewesen Und erst im Jahre 1993 Hat man dann Pünktlich Zu Beginn Der Youngtimer Trophy Das Fahrzeug Was im Jahr 71 Erstmals Vom Band gelaufen ist Umgebaut zu einem Rein rassigen Rennwagen Der Vierzylinder 1300er Motor Friedrich Karl Benra Michael Benra In der 10 Wir sehen den Schumann BMW Der so von Der von Olaf Manta So spektakulär In der Startphase Bewegt wurde Jetzt hat Einer der beiden Schumann Brüder Übernommen Peter oder Jürgen Doppelgelb auch In der Anfahrt Pflanzkarten 2 Anfahrt Bell of S Die nächste Situation Die dieses erfordert 10 Minuten Noch auf der Uhr Bedeutet Im Prinzip Noch eine Runde Dann Wenn der jetzt Führende Hier oben Ankommt Das müsste Ivan Reggiani Sein Reggiani Dann auf 2 Im Gesamt Im Moment Christoph Esser Da kommt er Reggiani Giacoma Jetzt drüber Dann müsste Eigentlich als nächstes Christoph Esser Und der kommt jetzt In die Box Christoph Esser Kommt in die Box Gemeinsam mit Nico Verdun Kommt gerade hier durch Muss wahrscheinlich Jetzt auch seinen Fließstopp noch machen Damit dürfte dann Als nächster kommen Die 540 Wen haben wir denn da Das ist doch der Kollege Tang Genau Friedhelm Tang Stefan Schmickler Im E36er Die sind Zweiter Im Gesamt Wenn die jetzt Hier jeden Moment Drüber kommen Ja das ist ein Fahrzeug Wie der Mercedes Von Schall Der aus der jüngsten Homologationsstufe Der Youngtimer Kommt auch in die Box Kommt auch rein Ja ja Fließboxenstopp Du hast es ja auch Schon angesprochen Wer es noch nicht getan hat Das Boxenstopp Fenster Du hast es von der Rennleitung mitgeteilt bekommen Du hast es auch über Die Lautsprecher verkündet Wurde ja Ich glaube aufgehoben Man kann also bis kurz vor Schluss Den Pflichtboxenstopp absolvieren Und wir sind im Bereich Der Gutierkehre unterwegs Mit eben Redneck Racing Ivan Ricciani Und Ivan Jakoma Aus der Schweiz Kommt im 914er Äh im 911er Fahrzeug hier unterwegs Ein Ivan Jakoma Wie kam ich gerade Auf die 914er Der pilotiert normalerweise Eine 944er Turbo Cap Porsche Ist aber hier Bei Ivan Ricciani An diesem Wochenende Auf dem 911er Carrera Dem 964er unterwegs Ivan Jakoma Auch sehr sehr viel Im Rennwagen unterwegs Fährt das 24-Stunden-Rennen Gemeinsam mit Kai Riemer Auf einem Cayman In der SP10 Fährt auch irgendwo Fährt der GT3 Der fährt GT Open Oder so GT3 Ja Leute das wird jetzt Hier in der Geschichte werden Der nächste Der durchkommen dürfte Wäre Ja Das wäre der Schuhmann BMW Mit der Gerade ist die 55 durchgekommen Ist die in die Box gefahren Die 55 Ja Genau Ne 55 ist nicht Ja Ist richtig Das ist Christian Borschat Und Werner Kleuner Kai Kruse Ja Kai Kruse Ist natürlich bestens bekannt Auch ein E36er BMW Natürlich diese Umstände Hier das ganze Wetterchaos Abwurzelt Macht uns auch total verwirrt Hier irgendwie Leute Jetzt kommt Küke Aber auch in Kürze Hier bei uns durch Das dauert noch Gefühle 20 Sekunden Beuer ist schon durch Schuhmann ist durch Wir bitten hier auf jeden Fall Mal ein bisschen Nachsicht Aber es ist alles Eine sehr verwirrende Situation Und wir warten Natürlich auch dann Auf die Bereinigung Vor allem hier die Bürger Und Müller Mannschaft Im Fahrzeug der 460 Im Moment noch auf Platz 12 Aber es wechselt auf dem Bildschirm Wirklich unentwegt Hin und her Und vor allem jetzt Tank Die Truppe steht noch auf 3 Obwohl sie in der Box sind Ab der nächsten Runde Wird man dann direkt Wieder durchberecht werden Also das wird eine Finale Runde Oder am Ende der Reise Müssen wir wirklich mal Ja Dann in aller Ruhe Die ersten 10 Die ersten 20 Noch einmal aufarbeiten Es ist auch die letzte Runde Können wir von ausgehen 6 Minuten noch auf der Uhr Und Reggiani brauchen Normalerweise noch Ungefähr 8 Minuten Bis sie hier oben sind Also deshalb definitiv letzte Runde Aber wer jetzt hier gleich Als erster kommt Dürfte klar sein Reggiani Giacoma Wer zweiter, dritter, vierter wird Zweiter sehe ich im Moment Die 550 Und direkt dahinter Die 578 Die sind nur ganz dicht Beieinander Die sind nämlich gerade Beide im Sektor 2 Durchgekommen Also die 550 Das ist Porscheat Kleuner und Cruze Die 578 Das ist Pütz Breuer Die sind dicht Beieinander Und da wird Breuer auch Breuer oder Pütz Egal wer Der Porsche Ist natürlich da Ein ganz anderes Kaliber Gleich auch vorbeifahren Der BMW hier Von Schumann Schumann Mantai Der ist relativ weit Zurück Der ist Sechster, siebter So rum In der Gegend Also Heute das Das macht uns So ein bisschen Ein bisschen Verwirrend Ja Das ist die totale Verwirrung Ja Ich bitte da wirklich Noch einmal um Entschuldigung Um Nachsicht Aber wie gesagt Ein Esser steht hier Oder die 504 Eben mit der Mannschaft Rund um Chris Esser Und Nico Verdong Die stehen auf zwei Haben aber gerade mal Ihren Boxenstopp Noch absolviert Die werden auch gleich Noch die ein Oder andere Position Gegebenenfalls Verlieren Also wir Wir fiebern wirklich Der schwarz-weiß-karierten Zielflagge entgegen Um dann hier diese Ich sag's mal Diese Verwirrungen Die uns hier auf dem Zeitmonitor Und seit geraumer Zeit Beschäftigen Endgültig Auflösen zu können Dann gibt es im Übrigen Eine Podiumsehrung Der Besten 3 Aus dem Gesamtlasmort Das Ganze wird nicht Aufgesplittet Nach Gangtheimer Oder HEC Die Besten 3 Im Gesamtlasmort Kommen traditionsgemäß Dann zur Podiumsehrung Und eine Klassensiegerehrung Wird es hier Corona-bedingt Nicht geben Die Teilnehmer haben Dann ihre Oder die Möglichkeit Wie es in vielen Anderen Rennserien Auch in diesem Und im letzten Jahr Gehandelt wird Ihre Pokale Dann bei der Papierabnahme Dort in den Büros Abzuholen Ja, Code 60 Im Bereich Flugplatz Deshalb hat diese Langsame Fahrt Das BMW 635 CSI Nach Gruppe 5 Art aufgebaut Jetzt muss man Um ganz genau zu sein Sagen, dass es den 635 Eigentlich als Gruppe 5 So nicht gab Das ist dann schon Eine Eigenkonstruktion Der Schuhmänner Dass man da sagt Wir gehen hin Haben den 635 Und bauen den Nach dem Reklément Der Gruppe 5 Auf Gruppe 5 Die gab es bis 1981 Müsste es gewesen sein Dann fing das Nämlich an Mit Gruppe A B C Und so weiter Gruppe 5 1981 Gab es die noch Der 6er BMW Der ist auch Zum Uni-Zeit Entstanden Alles nicht so Einfach Aber Fakt ist Einfach Es ist ein Megaspektakuläres Auto Es ist ein Schnelles Auto Und wenn dann So ein Olaf Manta Da drauf sitzt Dann wird der Auch noch Sowas von Dermaßen gut Bewegt Das ist eine Pure Freude Das Auto zu sehen Wir sehen Sonnenschein Im Schwedenkreuz Macht uns Zumindest mal Hoffnung Dass wir Für den Rest Des Tages Dann wenigstens Gute Bedingungen haben Wir haben ja noch Einiges an Programmen Wir haben noch Die Tourenwagen Legenden Wir haben noch WTCR Qualifying Natürlich heute Abend Um halb sieben dann Das große Top Qualifying Wenn wir hier sehen Ja der Porsche Von Oliver Beuke Hinten links Na es ist schon Gut kaputt Aber Ja geht noch Hoffentlich nur Flügelwerk Und nicht irgendwo Noch an der Karosse Oder an Aufhängungsteilen Dort hinter der Hand Der VW Golf Den es doch Ein bisschen härter Getroffen hat Und wir sehen auch Momentan hier Auf der Unserem Zeitenmonitor Auf der siebten Position Robert Keil Der den Opel Ascona 400 Bewegt Den hatten wir so An diesem Renntag heute noch Gar nicht mit Im Bilden Schon gar nicht Mit auf der Rechnung Gehabt Robert Keil Aus Supertag Kommend Ist selbstständiger Handwerker In Sachen Heizung Und Sanitär Und er ist hier Mit dem Rund 300 PS Starken Opel Ascona 400 Mir nix Hier nix Immer Ein paar Positionen Weiter nach vorne Gefahren Währenddessen Wir Deinen Freund Sind Thomas Jakob Käferle Der Österreicher Trifft natürlich Oder Der trifft König Ja definitiv Und mein Freund Ich bin gestern Durchs Fahrerlager gegangen Hab das Auto stehen sehen Und hab direkt gesagt Wer von euch ist Der Fahrer Da hat er gezeigt Hier ich Und dann habe ich Einfach mal ein fettes Dankeschön Für die Show Die du abgezogen hast Gestern im Qualifying Das war mega Und er hat auch Viel Feedback bekommen Und er ist Mehr als froh Dass er hier sein kann Aus Österreich Angereist Mit dem Auto Sein Papa mit dabei Und die Crew Das war schon toll Und ich hoffe Den werden wir noch öfter sehen Weil so muss ein Auto So ein Escort Bewegt werden Wie er das gemacht hat Hier in den Tagen Gestern und heute Einfach nur klasse Ja wir haben beim Youngtimer Sport Viele erlebt Die einmal reingeschnuppert haben Und dann gesagt haben Leute hier Top Organisation Top Veranstaltungen Absolute Highlights Im Jahresprogramm Sei es mit Spaß Sei es Hockenheim Hier diese 24 Stunden Classic Ja das gibt wieder Was für die Geschichtsbücher In der Youngtimer Trophy Die ist ja auch schon So viele Viele Jahre gibt Wir gehen ja Oder wir sind in diesem Jahr In die 28. Saison In der Youngtimer Trophy Hineingestartet Und vor allen Dingen Die Youngtimer Trophy Der Bann ist ungebrochen Über 200 eingeschriebene Teilnehmer Auch in diesem Jahr wieder Trotz der Corona Problematik Und dann die große Frage Wie wird es im nächsten Jahr Haben wir dann noch mehr Als eingeschriebene Teilnehmer Und viele Die auch hier an den Start gehen Hatten sich gar nicht Für die komplette Saison Eingeschrieben Also hier haben wir wirklich Den Boom Der ungebrochen ist Und wir sehen die 500 und 29 Helmut Schäffer Roman Schiemens Und Rolf Ratz Noch einmal Im Bild Auf dem BMW E30 325i Die Uhr läuft gleich runter 33 Sekunden Heißt auch für den führenden Ivan Reggiani Ivan Giacoma Jetzt noch ein letztes Mal Durchs Brünnchen War dann noch mal Ein bisschen eng Beim Überholen des Renault 5 Aber alles gut gegangen Ja und ein 9,64er Als Gesamtsieger Vorsicht genau Junge du hast so viel Vorsprung Du kannst Deine Wölz Kannst den Pflanzkarten Noch einmal kurz anhalten Und den Sportwarten Hallo sagen So viel ist Oder so groß ist der Vorsprung Deshalb alles gut Alles vorsichtig Vorsichtig machen Aber Jörg du als Insider In Sachen Youngtimer 9,64er Gesamtsieg Gab es glaube ich noch nie Nein Es war bis dato Entweder der BMW M1 Der beiden Heinrichs Oder es waren eben Die Bosche Der Gruppe 5 Die das Ganze In den letzten Jahren Hier entweder Im Gesamtlasmort Oder bei den Rennen Wo die Youngtimer Trophäen 1 und 2 Aufgeteilt worden sind Für sich haben entscheiden können Schwarz-Weiß-Geräte Flagge ist draußen Weil wir gesagt haben Nach dem Ablauf Der drei Rennstunden Wie das auch bei dem 24-Stunden-Rennen sein wird Wird die Schwarz-Weiß-Geräte Flagge herausgehalten Nicht derjenige Der zuerst abgewunken ist Hat das Ding ja Für sich entschieden Dann wird gerechnet Natürlich nach Den absolvierten Runden Also wir warten auf Ricciani und Jakoma Um ihnen dann Zum Gesamtsieg Hier zu gratulieren Dann sind wir mal gespannt Wie es dahinter ausgeht Wenn ich so die Sektorzeiten Zwischenzeiten mir anschaue Pützbräuer müssten eigentlich auf zwei liegen Da gehe ich relativ sicher von außen Dann geht es darum Zwischen Esser im Opel Kadett Schumann im BMW Aber auch das Auto mit Kai Krämer Der BMW Der E36er Die sind auch noch relativ gut dabei Die sind alle nicht so weit auseinander Warten wir mal ab was passiert Fakt ist Das sind die Gesamtsieger Ivan Reggiani Ivan Jakoma Die letzten Meter Döttinger Höhe nochmal hoch Bei herrlichstem Sonnenschein Wenn man denkt Was hier vor einer Stunde los war Einfach nur verrückt Diese Wetterkapriolen Das gehört zum 24 Stunden Rennen Leider mit dazu Aber es ist ja für alle gleich Deshalb muss man das auch so mitnehmen Mit akzeptieren Oft mal zum letzten Mal durch die Senke Im Tiergarten Das geht von da nochmal richtig steil hoch Bis zum Startenziel Meint man eigentlich nicht Aber wenn man mit dem Fahrrad da lang gekommen ist Der wird sich wundern Da quälst du dich ganz schön ab Von der Tiergarten Senke Bis hoch Zur T13 Und dann rauf auf die Startenzielgerade Der Blick geht raufs Aus die hohen Reihen Schikanen Und damit Gesamtsieg Für Ivan Reggiani Und Ivan Jakoma Herzlichen Glückwunsch Also ganz ehrlich Ich glaube Auch Keiner mitgerechnet Entschuldigung Hat er hier noch die Regie Ein klein wenig Auf dem Ohr 495 Das ist laut unserer Anzeige Hier definitiv der Sieger Ivan Reggiani Und Ivan Jakoma Dort hinter machen wir noch ein kleines Fragezeichen Wird es Chris Esser Und Nico Verdonk sein Kleines Fragezeichen noch Hinter dem zweiten Platz Der 504 Wir sehen auch hier Eingangs Yokohama S Werden die Fahrzeuge dann Über die Rettungsstraße So heißt das Teil Hineingeführt Zurück ins Fahrerlager Und wir warten auf die Aktualisierung Des Zeitnamermonitors Sehen aber gerade auch noch mit der Stadt Nummer 14 Klaus Frank Über die Linie kommen Pilotiert auch einer Der fünf NSUTTs Die hier im Feld Unterwegs sind Die 1300er Klasse Das ist das Ja leicht grau Lackierte Fahrzeug Was gerade im Bild gewesen ist Ja Pütz Breuer Und Christoph Esser Nico Verdonk Die sind mehr oder minder Fast zeitgleich Auf Döttinger Höhe gekommen Ich hoffe dass die Kamera umschwenkt Ähm Esser war im letzten Sektor Deutlich schneller Da haben wir ihn Da vorne Der weiße Porsche Das ist Pütz und Breuer Der Kadett hier Das ist Christoph Esser Nico Verdonk Die werden dritter im Gesamt Weil mit einem Kadett Fähst du auf Döttinger Höhe Natürlich nicht an so einem Porsche vorbei Aber auch das Mit einem Kadett Zeh Mit einem 2 Liter Auto Dritter im Gesamt zu werden Wow Und der hat man mal Richtig aufgeholt Auf den letzten Meter Der hat allein in dem Letzten In diesem langen Sektor Sechs Sekunden gut gemacht Gegen Pütz und Breuer Hat aber nicht ganz gereicht Und deshalb Jetzt kommt er aus der Schikane raus Pütz Breuer im Porsche Zweiter im Gesamt Und knapp dahinter Christoph Esser Und Nico Verdonk Der Belgier Platz 3 Im Gesamt für ihn Tja Olli Moment mal Was haben wir denn jetzt Was haben wir denn jetzt hier Och Leute Ich blick nicht mehr durch Jetzt steht hier Pütz Breuer auf 1 Auf Gesamt Aber der ist doch Esser auf 2 Ja und Reggiani Die werden immer weiter durchgereicht Jetzt Wieso Haben 10 Runden Als erstes über starten Ziel gekommen Ach Leute Ja zur Siegerehrung kommt Und auch einmal zunächst Vergewissern müssen Wie das Ganze hier Dann überhaupt ausgegangen ist Wir sehen noch einmal schön im Bild Und dementsprechend gratulieren zu können Okay Meldung bekommen über die Monitore Aber damit ist das jetzt auch geklärt Jetzt ist auch unsere Verwirrung Zum Glück ein bisschen raus Ich bitte das noch einmal zu verzeihen Es war für uns alle Ein schwieriges Rennen Also damit Gesamtsieger mit der 578 Das ist der Porsche 911 RSR Von Ingo Pütz und Christoph Breuer Gesamtsieg geht an euch Platz 2 im Gesamt Startnummer 504 Christoph Esser und Nico Verdong Im Opel Kadett C Coupé Platz 3 Das ist die Startnummer 508 Peter Schumann Jürgen Schumann Und Olaf Mantei Im BMW 635 Platz 4 Ralf Schall Mercedes 190 E 2,316 Das ist ein 2,516 Muss man gerade gucken 2,5 natürlich Sorry Dann Platz 5 Michael Küke im Porsche Platz 6 Das ist auch ein starkes Ergebnis Für die 213 Für den Opel Ascona 400 Von Robert Keil Platz 6 im Gesamt Siebter Die 462 Das ist in dem Fall Stefan Reuter Herbert Neumann Und Christopher Ring Der VLN Champion Im E 36er 325 BMW Hier sehen wir im Bild Den 2 Platzierten Im Gesamtklassement Christoph Esser Und Nico Verdong Das ist Nico Verdong Der Aussteigt Ganz schneller Mann Auch im GT3 Hat er schon bewiesen Wie gut er ist Er weiß selber gar nicht Im Moment wo er ist Ja 2er im Gesamt Mit einem Cadet C 2 Liter Auto Also bärenstarker Auftritt Muss man wirklich sagen Glückwunsch an euch Das war Wirklich ein Hammerergebnis Kann man gar nicht anders sagen Und ich glaube da können wir heute Abend Das ein oder andere Bierchen drauf trinken Da kommt der drittplatzierte rein Das Nürburgring Das 24-Stunden-Rennen gehört Und damit auch hier schon mal Ja seinen Namen Den Namen Mantai Zumindest schon mal das erste Mal Aufs Podest bringt Beim An diesem Wochenende Es würde mich nicht wundern Wenn wir den Namen Mantai Noch mal hören Wenn es um die Gesamtplatzierung geht Peter und Jürgen Schumann Die beiden Hyundai-Händler Aus dem Saarland Aber auch mit BMW 635 Kennen sie sich aus Im Rallye Sport Da fahren sie mit dem Ford Escort mit Also vielfältige Typen Und vor allem eben klasse Typen Kann man gar nicht anders sagen Wer uns noch fehlt Sind die Gesamtsieger Ingo Pütz Christoph Beuer Wahrscheinlich auch irgendwo Unterwegs verschollen Aber Werden bestimmt auch gleich hier hinkommen Ja da mal Christoph Ist das Christoph Breuer? Das kann ich ganz Nichts kennen Es war ein sehr kurioses Rennen Es hat uns alle Mehr verwirrt Als alles andere Ich bitte das Wie gesagt Noch mal Verzeihung Dass wir da Ja das nicht so Durchgeblickt haben Wie gesagt Jako Marigiani Die hatten halt nur diesen Einen Boxenstopp gemacht Auch nochmal danke An die Alexandra Keller Dass man da nicht Die Mindeststandzeit hatte Oder die Anzahl Der Boxenstops nicht hatte Und deshalb Diese Zeitersatzstrafe Und fällt dadurch Im Gesamtklasse Weit 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 zurück Schade drum Weil Vom Fahrischen Vom Rennen her War das absolut klasse Und Ja Reglement ist aber auch gleich Und die hätten einfach In der letzten Runde Genauso wie Christoph Esser Das gemacht hat Der ist in der letzten Runde Reingekommen Hat nochmal den Boxenstopp gemacht Oder halt Nico Verdong Und er ist dann rausgefahren Also die Möglichkeit bestand ja Dann verlierst du vielleicht Na anderthalb Minuten Dann wären Reggiani und Giacomo aber immer noch Auf dem Podium gewesen Da haben sie einfach Nicht aufgepasst Oder das irgendwie übersehen Was man da In Sachen Reglement Beachten muss Das Die beiden Schumann-Brüder Warte mal noch Dass Auch der Startfahrer Olaf Manta Mit dazu kommt Der in dem Seinen Strahlen Vielleicht bestimmt Über Das gesamte Gesicht ziehen Nach diesem Wirklich Furiosen Auftritt Zu Beginn Im BMW 635 Gruppe 5 Was für ein Wunder Wunderschönes Auto Ja da sehen wir Christoph Esser auch Gemeinsam mit Nico Verdong Christoph Esser Sieht man so An der Haarfarbe Und der Menge der Haare Dass er Ja auch schon Seit einigen Jahren Im Motorsport unterwegs ist Früher Anfang der 80er Wie ich eben schon mal sagte Gemeinsam mit Wolfgang Offermann Noch oft auf dem Ascona 400 Mehrere Gesamtsieger ein Und hier mit diesem Kadett Auch in diesem Branding Mit Pioneer Werbung Da ist er damals Ja 81, 82 Sehr sehr erfolgreich Und sehr schnell unterwegs gewesen Also Schön Dass er mit diesem Auto Einfach mal wieder Gezeigt hat Dass man vorne Ja Reinfahren kann Auch mit einem 2 Liter Opel Kadett CSI Also nochmal Zur Wiederholung Ingo Pülz Christoph Breuer gewinnen Platz 2 Christoph Esser Und Nico Verdong Und Platz 3 Peter Schumann Jürgen Schumann Und Olaf Mantai Es war ein verwirrendes Rennen Nichtsdestotrotz war es toll Es hat mir Spaß gemacht Ich hoffe euch hat es auch gefallen Beim Zuhören Gleich geht es weiter Mit den nächsten Programmpunkten WTCR Tugendwagenlegenden Dann das dritte Qualifying Fürs 24er Und dann heute Abend Natürlich Das Top Qualifying Das als Highlight Und vorher noch Um 18 Uhr Und da müsst ihr auch Unbedingt einschalten Und dabei bleiben Dann dreht Johannes Scheidt Im Original Eifelblitz Aus dem Jahr 1995 Die Ehrenrunde Für Sabine Schmitz Und ich glaube da ist Die ein oder andere Träne Definitiv fällig Das soll es von hier gewesen sein Jörg Hennig macht jetzt hier Oben bei uns Intern für uns Die Siegerehrung Im Stream geht es weiter Mit dem Ja nächsten Ersatzprogramm Muss mal so zu sein Wir haben ein paar Wirklich ganz ganz tolle Einspieler Die von der Regie jetzt kommen Und damit bedanke ich Oli Martini mich Und natürlich auch Jörg Hennig Der an meiner Seite war Der aber jetzt schon rüber ist Zur Siegerehrung Vielen Dank Bis später Das ist die Mutter Ich glaube es ist nicht nur für mich Sondern für jeden Rennfahrer Ein absolutes Highlight Die längste und schwierigste Rennstrecke Der Welt Also ich würde sagen Wenn man dieses Rennen hier Gewinnen kann Ist schon was ganz Spezielles Und ich würde sagen Das ist ja traditionell so Wie die Nervösen da unten Im Augenblick spitzt sich da zu Ja muss trotzdem oben rechts Aber man nimmt das irgendwann locker Nach all den Jahren Ich glaube jetzt langsam werden wir alle nervös Weil die Schranke wird aufgehen Und dann dürfen wir uns sie verwirklichen Hier hast du so viele Leute Die beide sind Es ist aber genau so Du siehst die meisten Leute Von denen die hier sind Siehst du nur einmal im Jahr Für diese eine Woche Und das ist jedes Jahr aufs selbe Als ob du nie getrennt warst Du siehst dass irgendwo Hilfe gebraucht wird Und da muss niemand groß fragen Du packst einfach mit an Das ist einfach die Gemeinschaft hier oben Egal wo du hingehst Es ist überall Herbstes Willkommen Kannst überall geiles Bier trinken Einfach überall eine geile Party Hier unterhalten sich alle über selbe Und das ist der Ring Ohne Freunde Und ohne Ring Ist es einfach nur Scheiße Die haben wir sonst immer zwischendrin Weil die Planung Die muss ja weiter hin Was anderes beizubringen Als was die Schule beibringen kann Das bringt das Leben mit sich Einfach so ein Teil von Freiheit Und dann mit der Fahne Genau So jetzt bauen wir weiter auf Nichts ja alles nichts Sollen wir den probieren rüberzuschieben Jeder hat sein Maß abgegeben Und das haut meistens nicht hin Morgens geht es eigentlich noch ein bisschen Mit dem Buchbau Aber abends wird es dann voll das große Chaos geben Dass hier ab wieder schon noch viel los ist Ist mir auch neu Bisschen aufgeregt Alle so langsam Freuen mich doch irgendwie drauf Aber es ist natürlich auch noch viel zu tun hier Bei jedem Mal wo wir uns wiedersehen Freuen wir uns Genau Da hat man auch gesund und munter sind Genau Der Transponder hält ja dann höchstens bis zum Freisag Ja ist gut Das merkt man schon Wenn man hier zur Rennstrecke anfährt Ich bin jetzt am Mittwoch hier angekommen Da ist schon alles voller Zelte Die sind schon alle im Grillen Gerade bei so perfektem Wetter wie wir dieses Jahr haben Ist es natürlich doppelt so geil Heute haben wir Mittwoch Das ist unglaublich was hier schon an Fans mit vor Ort sind Sie können zu den Autos Sie können reinschauen Sie können mit den Fahren sprechen Also sie bekommen wirklich motorsport Können sie wirklich hautnah miterleben Und ich glaube dass Ja deshalb sind sie auch da Die haben Spaß Hi Jungs Und ja macht selbst Spaß mit dabei zu sein Die ist übrigens für meinen Sohn Wenn ich zurückkomme Dann sage ich ihm von wem ich die überreicht gekriegt habe Für ihn Es ist ja eigentlich das erste Mal Dass ich so dicht drankomme Vielleicht den Altmeister Bernd Schnader hier persönlich sehe Und dass der mir das überreicht Das ist ja unbeschreiblich Eis Ja was willst du denn Zwei, zwei, drei, fünf Und natürlich für die Zuschauer auch mit ihren Familien hier Meine Familie wird morgen anreisen Das ganze Wochenende mitgeliebern Und das ist auch für die Kids Ganz ehrlich Ich kann ja von Erfahrung aus sprechen Das ist ein ganz großes Highlight 24 Stunden Rennen auf dem Nürburgru Ein Auto kam schon das zweite Und das hier noch Und von noch ein Und hier auch wieder das Gelbe Man hat hier zwei Augen und hier den Mund One of the most wonderful parts of this race Is the passion and the dedication of the crews And I think this is what sticks with you And this is what you remember But I'm very proud and grateful for all the effort Everyone on the team puts in That's what makes this race The most amazing thing is how brutal the race is You have to do it for 24 hours At night In the rain In the sun With cars that are 100 kilometers different in speed Passing each other You have to be aware of that And drive around them in a safe way And with 160 cars There's nothing like it in the world Die Nordschleife ist einfach besonders Weil es ist wahnsinnig eng Unglaublich viele schnelle Kurven Aber auch blinde Kurven Wo du nichts einsehen kannst Sehr wellig Die Markierungen von den Fans Die natürlich auch im Trocknen Einfach die Gripverhältnisse ändern Immer spannend ist Es ist natürlich auch böse Wenn man durchfährt Wegen den ganzen Fans Auf die man zufährt Dann natürlich auch Pflanzgarten 2 Das ist jedes Mal wenn das Auto kurz vor dem abheben ist Oder abhebt Das ist Adrenalin für den Fahrer Wir wollen das Auto spüren Wir wollen die Strecke spüren Und die Fans sehen Deswegen sind wir hier Wir haben Kurven die mit über 260, 265 gefahren werden Das ist natürlich schon ein Irregefühl Man muss wirklich für alle drei oder vier Fahrer auf dem Auto den Kompromiss finden Und wer hier eine Ego-Tour fährt Der wird sehr schnell Schwierigkeiten haben Ego-Mahnen sind hier oben völlig fehl am Platz Aber es kann immer was passieren Jeder kann Fehler machen Einmal falsch überholt Einmal derjenige, den er rechts überholen will, zieht rüber Das Auto hinter ihm hatte keine Chance Ist eingeschlagen und geht mal durch Also man sieht schon Das ist Wahnsinn da draußen Aber genau das ist ja die Faszination Deshalb sind wir hier Es gibt auch Unfallschäden Wo du wirklich gar nichts dafür kannst Weil da räumt dich einfach einer ab Weil er unachtsam ist Oder was auch immer Ein bisschen Glück musst du haben, sonst geht's nicht Beim 24 Stunden Rennen spielt Glück auf jeden Fall auch irgendwo eine Rolle Letztes Jahr hatten wir die Situation, dass im Qualifying unser Auto eine Höhung mit der Bande hatte Und wenn sowas im Rennen passiert ist, dann ist der Traum eigentlich schon geplatzt Und dann geht nichts mehr Gerade bei Black Falcon wissen wir, dass wir ein fantastisches Team hinter uns haben Das ist ganz wichtig, das zu wissen, dass man einfach diese Stärke hinter sich hat Wir haben Situationen erlebt, wo sie bis 4 Uhr nachts das Auto reparieren mussten Und es trotzdem wieder auf die Strecke gebracht haben Und somit das Rennen am nächsten Tag aufgenommen werden konnte beim Qualifying Rennen Wieder ganz Dieser Zusammenhalt zwischen jedem einzelnen Teammitglied ist wahnsinnig wichtig Beim 24 Stunden Rennen noch viel mehr als bei jedem anderen Rennen, wo E-Teamwork schon wichtig ist Also die Jungs, die machen das so klasse Wir haben einen komplett getakteten Zeitplan mittlerweile Und was weiß ich nicht was Einfach so in der Freizeit mal gemacht Freunde, Bekannte, die uns irgendwo helfen Und die sind Tag und Nacht hier permanent am Arbeiten Auch schon am Vorbereiten Und was wir sehen, das ist total klasse Wirklich, wirklich geil Optimal Historische Autos in diesem Kontext zu bewegen Also auch in der Leistungsstärke dann zu bewegen Wie sie damals auf der Nordschleife gefahren sind Das ist das, was du so nirgendwann anders findest Das Weitere ist natürlich auch Dass die Leute eine andere Identifikation noch mit den alten Autos haben Sicherlich sind junge Menschen an der Strecke Aber auch natürlich noch alteingesessene Die dann aus der Zeit noch sprechen können Und dementsprechend die Emotionen halt zeigen Da kommen tatsächlich noch ein paar Tränen Das ist ohne Scheiß Das ist ohne Scheiß Das ist ohne Scheiß Das ist ohne Scheiß Das ist ohne Scheiß